Analysen am Donnerstagmorgen bei phoenix. Ich danke Ihnen. Schöne Grüße nach Bonn. Danke. Liebe Zuschauer, es ist so banal wie grausam, aber wir sterben alle. Deshalb ist das, was der Bundestag heute in Sachen Sterbehilfe entscheidet, theoretisch für uns alle von Bedeutung. Zwei Vorschläge liegen auf dem Tisch. Der eine sieht im Wesentlichen als Bedingung für Sterbehilfe eine Beratung vor. Der andere eine psychiatrische oder psychotherapeutische Begutachtung. Es gibt bei der Entscheidung keinen Fraktionszwang. D.h. die Abgeordneten können quer zu den politischen Lagern entscheiden. Und diese Debatten im Bundestag sind oft die besten und anspruchsvollsten. Aus dem Hohen Hause in Berlin meldet sich jetzt mein Kollege Erhard Schärfer mit Gesprächspartnern. Vielen Dank, Hans-Werner Fittkau. Und herzlich willkommen auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestags. Sie haben die wesentlichen Punkte eben schon genannt, um die es hier heute geht. In der Tat 90 Minuten Debatte gleich ab 9 und dann wird abgestimmt. Das wird auch noch ein interessantes und munteres Verfahren werden, so wie das hier vorgesehen ist. In der Tat fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe liegen vor. Ursprünglich waren es mal drei. Zwei davon sind dann zusammengefasst worden. Deswegen stehen hier zur aktuellen Debatte nur noch zwei Gesetzentwürfe. Und dann außerdem wird es geben einen Entschließungsantrag von allen beteiligten Politikerinnen zu diesem Thema, wo es hauptsächlich um das Thema Prävention gehen wird. Aber Sie haben recht und mit der Einschätzung, dass wir hier Gesprächspartner haben und diese beiden Gesprächspartner stehen, stellvertretend für die beiden Gesetzentwürfe, die heute Morgen debattiert werden. Ich freue mich, dass Christine Aschenberg-Dugnus bei uns ist und Lars Castellucci ist da. Und wir wollen ein bisschen die Zuschauer vorbereiten auf das, was sie gleich in der Debatte hier erleben und mitbekommen werden. Der Antrag von Ihnen, Herr Castellucci, gilt als der weitreichendste. Wir reden über das Thema Sterbehilfe. Sterbehilfe wiederum ist ein weites Feld, kann anfangen mit Schmerzlinderung, kann aber auch mit tatsächlich gezielten Töten zu tun haben. Hier geht es um den assistierten Suizid. Vielleicht fangen wir nochmal an, weil sich die Menschen ja nicht tagtäglich damit beschäftigen, obwohl es ja ein durchaus wesentliches und wichtiges Thema ist. Gucken wir nochmal darauf, worum es eigentlich im Kern geht. Was ist genau gemeint mit assistiertem Suizid? Ja, da kann ich sagen, was beide Gesetzentwürfe jetzt auch vorschlagen, nämlich dass Ärztinnen und Ärzte künftig erstmals in Deutschland ermöglicht wird, ein todbringendes Mittel zu verschreiben für einen assistierten Suizid. Bislang dürfen Mittel nur zur Heilung abgegeben werden und das soll jetzt geändert werden. Wollen Sie ergänzen? Sonst gucken wir darauf, warum eigentlich die bestehende Regelung ungültig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetz 2015 gemacht worden. 2020 hat das Verfassungsgericht dann das für verfassungswidrig erklärt. Vielleicht gucken wir auch nochmal drauf, warum jetzt diese neue Regelung, über die heute abgestimmt wird, überhaupt nötig wird. Nun, weil wir beide ja mit unseren Anträgen einen rechtssicheren Zustand auf den Weg bringen wollen. Das ist eben ganz wichtig. Und wenn ich das sagen darf, unser Antrag geht eben davon aus, dass es eben nicht strafrechtsbewehrt, also nichts im Strafrecht zu suchen hat, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Das steht im Grundgesetz. Und deswegen sagen wir, es ist Ausfluss des Selbstbestimmungsrechtes, dass man auch selbst und eigenständig über sein Lebensende entscheiden kann. Dann gucken wir noch ein bisschen genauer auf die Unterschiede zwischen den beiden Gesetzentwürfen, die Sie vertreten. Fangen an bei Herrn Castellucci. Was soll nach Ihrem Gesetzentwurf, ich nenne ihn jetzt mal Ihren, möglich sein? Ja, der Gesetzentwurf kommt von Mitgliedern von allen demokratischen Fraktionen. Also ist wirklich in der Breite dieses Parlaments entstanden und soll auch einen gesellschaftlichen Konsens ermöglichen. Wir haben es hier mit einer Vorkehrung zu tun, die uns das Bundesverfassungsgericht ja vorgegeben hat, dass wir die Selbstbestimmung der Menschen zu achten haben. Zur Würde des Menschen gehört aber auch als Auftrag an die Politik, dass wir sie schützen sollen. Und das ist auch in diesem Urteil angelegt. Dort steht drin, dass man den freien Willen, um den es geht, den wir alle besitzen als Menschen, auch nicht einfach voraussetzen darf. Man darf nicht einfach davon ausgehen, ja, das ist schon eine freie Entscheidung, sondern wir sollen als Politiker sicherstellen, dass es wirklich um freie Entschlüsse geht. Da spricht zum Beispiel dagegen, wenn jemand eine akute psychische Störung hat, dann sagt auch das Bundesverfassungsgericht, in solchen Situationen, die uns übrigens alle treffen können, da ist der freie Wille eingeschränkt. Und deswegen sagen wir, da brauchen wir einen Haltepunkt. Und da müssen Menschen auch geschützt werden vor vorschnellen Entscheidungen. Es geht ja um Leben und Tod, es ist nicht wieder zurückzubringen. Und so haben wir ein Schutzkonzept entwickelt. Und dieses Schutzkonzept ist mit dem Strafrecht bewährt. Denn wenn man ein Schutzkonzept entwickelt, also sagt, es soll nach bestimmten Vorschriften dann ablaufen und jemand verhält sich dagegen und dann gibt es keine Konsequenzen, dann ist es ja auch kein Schutzkonzept. Also wir meinen unser Schutzkonzept ernst, denn es geht um die Selbstbestimmung aller Menschen, auch von schwachen Gruppen im Land. In der Vorbereitung habe ich die Formel gelesen, Verbot mit Ausnahmen. Also dass man das über den Gesetzentwurf so schreiben kann. Also wir sagen, wir wollen den assistierten Suizid ermöglichen, aber nicht fördern. Wir haben deswegen die organisierte, regelmäßig stattfindende Suizidhilfe grundsätzlich unter Strafe gestellt, aber gleich im nächsten Satz aufgeschrieben, unter welchen Bedingungen sie dann stattfinden kann. Das ist ja auch in der Anmoderation schon dargelegt worden, dass es Begutachtung gibt, dass es Fristen gibt. Also kann man sagen, wir erlauben es unter Voraussetzungen. Der zweite Gesetzentwurf, der zur Abstimmung steht, wenn man ihn unter eine Formel packt, lautet, ermöglichen unter Bedingungen. Da läutern Sie nochmal die Unterschiede im Grunde auch. Sie haben es gerade schon angedeutet, aber vielleicht machen wir es noch ein bisschen klarer. Für uns hat es eben im Strafrecht nichts zu suchen. Und nicht umsonst hat das Bundesverfassungsgericht ja auch das entsprechende Strafgesetzgebung außer Kraft gesetzt, weil Sie gesagt haben, nein, da wird der freie Wille, die eigenständige, freie Entscheidung eingeschränkt. Und wir wollen das eben in den Mittelpunkt stellen. Und ich sage mal, Suizid, und das wird immer so ein bisschen vergessen, ist ja in der Mitte unserer Gesellschaft. Wir alle wollen, dass es weniger Suizide gibt. Aber ich finde, es ist auch ein Akt der Menschlichkeit, dass wir nicht Menschen darauf reduzieren, wenn es die Möglichkeit gibt, ein Medikament verabreicht zu bekommen, das eben dann einen sanften Tod bedeutet, dass man diese Leute nicht dazu zwingt, andere Möglichkeiten zu wählen. Und das steht eben im Mittelpunkt, diese freie Entscheidung, diese Selbstbestimmtheit. Und das achten wir. Und wenn jemand praktisch jetzt das verschreibt, das Medikament, die Ausübung eines Freiheitsrechts, dabei zu helfen, darf nicht im Strafgesetzbuch stehen. Das ist für uns ganz wichtig und wir wollen für die Ärztinnen und Ärzte auch eine Rechtssicherheit haben. Wir zwingen niemanden dazu, aber es kann nicht sein, dass jemand, der einem anderen dann natürlich nach Beratung, nach bestimmten Kriterien dabei hilft, indem er ein Medikament verschreibt, dass er dann nicht mit einem Fuß im Strafrecht steckt. Bevor Sie zur Gegenrede anheben, die Gesellschaft für humane Sterben sagt auch, dass besser auf die Pflichtberatung verzichtet werden soll. Vielleicht können Sie das noch mit reinnehmen in Ihre Antwort. Ja gut, es gibt zwei Aussagen von diesen Sterbehilfeorganisationen. Die einen sagen, wir brauchen das alles gar nicht. Aha, da möchte man sich also möglicherweise nicht in die Karten schauen lassen und einfach weitermachen, so wie man das die ganze Zeit getan hat, unreguliert, aber damit auch ohne Schutzkonzept. Und andere melden sich und sagen, das machen wir doch schon längst, was Sie vorschreiben, dass da nochmal jemand Zweites draufguckt, dass dann auch gewartet wird. Und da sage ich ja kein Problem, dann haben Sie künftig Rechtssicherheit, denn genau dieses Konzept haben wir ja verankert. Ich muss zwei Sachen sagen zu dem, was meine Kollegin vorgetragen hat. Das Verfassungsgericht hat gerade ermöglicht, dass wir im Strafrecht auch die geschäftsmäßige Suizidhilfe regeln können. Und es hat 2020 ja nicht einfach verboten, dass man die Strafbewährung damals gefordert hat, sondern es hat gesagt, ihr habt da was verboten, aber den Menschen überhaupt gar keine Chance mehr gegeben, überhaupt diesen Weg zu finden. Und das regeln wir beide ja, indem wir nun klar sagen, in Deutschland kann künftig ein todbringendes Medikament auf Rezept abgegeben werden, auch für einen assistierten Suizid. Und das andere, lassen Sie mich das vielleicht noch ergänzen, die Aussage, wir wollen nicht, dass die Menschen den sogenannten harten Suizid machen. Und deswegen wollen wir ihnen möglichst leicht ermöglichen, dass sie einen Weg haben zum assistierten Suizid. Das ist einfach fachlich nicht angemessen, weil wir in internationaler Erfahrung, wo es schon ganz andere Lösungen gibt, sehen, dass wir mit liberalen, sehr niedrigschwelligen Lösungen ein Anwachsen einfach von Suiziden haben. Das heißt, die Kurzschlusshandlungen, die aus drängenden Krisen entstehen, die bleiben. Und zusätzlich suizidieren sich dann noch sehr viel mehr Menschen auf dem Weg des assistierten Suizids. Und wir möchten gerne Suizidprävention stärken, dass die Menschen die Hilfe erhalten, die sie auch brauchen in ihrem Leben. Und das kann auch jeden von uns treffen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch einen Weg ermöglichen, dass jemand, der das freien Bild für sich entscheidet, das künftig auch für sich so umsetzen kann. Ja, und diesen Weg sehe ich eben nicht bei Ihrem Entwurf umgesetzt, weil Sie müssen halt diese Ausnahmen definieren. Es wird zu Klagen kommen. Und wissen Sie, ich habe in meiner politischen Laufbahn mich schon sehr häufig mit diesem Thema befasst. Und ich habe sehr viel mit Menschen gesprochen. Und deswegen komme ich immer wieder auf die Würde und auf die Menschlichkeit zurück. Viele haben mir gesagt, es ist für mich wichtig zu wissen, ich habe eine Möglichkeit. Das stärkt mich in meinem Leben und auch in der Art und Weise, wie ich sterben möchte. Und natürlich wollen wir auch Beratung. Wir haben ja Beratungspflichten auch in unserem Gesetzentwurf. Wir wollen natürlich die Palliativversorgung stärken. Aber wir müssen auch akzeptieren, wir dürfen nicht von unserer Meinung jetzt ausgehen. Es kann auch Fälle geben, wo auch Palliativmedizin nicht mehr hilft. Und wo jemand eigenständig entscheidet, wie er sterben möchte. Dieses Recht gibt ihm unser Grundgesetz. Und da möchte ich nicht, dass man erst noch auslegungsfähig irgendetwas machen muss oder klagen muss. Wir haben gesehen, in der Vergangenheit haben wir Fälle gehabt. Da gab es ja nur eine andere Möglichkeit, sich ein Medikament verschreiben würde. Null ist davon umgesetzt worden. Und das war für die Menschen eine ganz, ganz schwierige Situation. Wir wollen es für alle rechtssicher machen, dass man selbstbestimmt frei entscheiden kann, wie die letzten Minuten des Lebens aussehen. Welche Antwort hat Ihr Gesetzentwurf auf medizinische Notfälle zum Beispiel, Herr Castellucci? Also es gibt ja Menschen, die sind an ganz schlimmen Erkrankungen leidend. Und man weiß, das wird in den nächsten Tagen oder Wochen zu Ende gehen. Und da sind Fristverkürzungen vorgesehen. Für die ist das Schulkonzept also als ein Härtefall auch abgekürzt. Vielleicht gucken wir überhaupt auch mal auf die Fallzahlen, weil Sie haben es vorhin mal in Ihrer Antwort anklingen lassen. Über welche, über wie viele Fälle im Jahr reden wir überhaupt hier in Deutschland? Um die 9000. Also es ist knapp unter 10.000 pro Jahr. Das ist mehr, als wir mit Verkehrsunfällen und anderen Todesfällen haben. Das heißt, und das wollen wir ja auch, glaube ich, da sind wir uns ja auch einig. Wir wollen natürlich Suizidprävention voranbringen. Wir müssen uns um die Menschen kümmern. Wir müssen Beratungsangebote haben. Das steht ja auch in unserem Gesetzentwurf, dass wir auch breitflächig Beratungen anbieten. Aber da sind wir uns ja einig, dass wir sowohl Suizidberatung als auch Palliativversorgung mehr in die Fläche, mehr in die Breite bringen wollen. Aber sowohl die Bundesärztekammer, wenn ich es richtig gelesen habe, deren Präsident, als auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz, sagen, wenn man ihrem Gesetzentwurf folgt, werden die Fallzahlen ansteigen. Also das denke ich nicht. Das sagen die, wo ich gerade zu Ende ausführe, weil sie sagen, sie leisten damit, zitiere, einer gesellschaftlichen Normalisierung Vorschub damit. Was erwidern Sie beispielsweise Herrn Reinhardt oder Herrn Brüsch? Nun, das sehe ich nicht. Und ich denke mal, wir haben ja jetzt auch in der Zwischenzeit nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts einen Zustand, wo auch die Zahlen nicht gestiegen sind. Und ich denke, wenn wir auch wirklich unsere Beratungsangebote in die Fläche bringen, es wird auf gar keinen Fall zu mehr Suiziden kommen. Aber wir müssen doch auch sehen, dass trotzdem es Menschen geben muss, die ihr Freiheitsrecht ausüben. Das ist mir ganz wichtig. Das ist grundgesetzlich festgelegt. Und diese Würde, das möchte ich gerne den Menschen geben. Und insofern denke ich, dass wir da, und ich hatte schon mal gesagt, allein das Wissen, es gibt diese Möglichkeit, ist für viele Menschen ganz, ganz wichtig. In den Niederlanden und der Schweiz sind nach den Neuregelungen dort die Fallzahlen tatsächlich angestiegen, habe ich gelesen. Also befürchten Sie das auch, wenn der Gesetzentwurf durchkäme? Also ich halte die Suizidberatungsstellen, die in Ihrem Antrag stehen, für Suizidförderungsprogramme. Und das würde ich lieber direkt in die Suizidprävention geben. Das ist eine Sache, über die wir jetzt gerade gleich im Parlament auch streiten werden. Die Normalisierung, also die Aussagen jetzt von der Bundesärztekammer, das ist also ein Blick ins Urteil, erleichtert auch manchmal, dass man erkennt, was das Verfassungsgericht eigentlich von uns will. Dass das ein plausibler Gedanke ist, dass es zu einer Normalisierung kommen könnte, wenn man das zu niedrigschwellig anbietet. Das steht im Urteil bereits drin und der Staat darf da Vorkehrungen schaffen, dass das nicht stattfindet. Niemand soll sich aufgefordert fühlen, diesen Weg für sich gehen zu müssen, nur weil er meint, das ist jetzt gesellschaftlich gewollt. Nein, also das wollen wir doch alle nicht. Also das ist jetzt ein bisschen kurzsichtig. Also wir wollen doch alle und deswegen haben wir uns doch in einer großen Einigkeit für diese ganzen Beratungsstellen auch eingesetzt. Und für präventive Maßnahmen, das muss natürlich ausgebaut werden. Insofern finde ich das jetzt Suizidprogramm ein bisschen hart gewählt. Und ich glaube, das sollten wir hier in dieser Debatte nicht in dieser Härte so sagen. Also die Regelung, die Sie vorschlagen, heißt, dass man einmal zu Ihrer Beratungsstelle geht, die neu eingerichtet wird. Ich weiß nicht, was dafür qualifiziertes Personal sitzt. Dort bekommt man, wenn man dort war, einen Schein und der Arzt kann einem daraufhin ein Rezept ausstellen. Das Verfassungsgericht fordert von uns, dass wir die Dauerhaftigkeit des Suizidwünsches auch aus der Würde des Menschen heraus wirklich feststellen. Das ist mit einem einmaligen Besuch in einer Beratungsstelle aus meiner Sicht nicht gegeben. Das verletzt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes. Und damit sind auch Verstöße gegen die Freiverantwortlichkeit der Menschen und damit auch gegen ihre Würde vorprogrammiert. Das sehe ich anders. Das werden wir gleich wahrscheinlich auch nochmal hören, auch von anderen Abgeordneten. Eine kurze Frage schaffe ich vielleicht gerade noch auch mit Ihnen, bevor Sie reingehen müssen. Es hat auch in diesem Fall, weil im Moment viel hier im politischen Berlin und auch im Zusammenhang mit Gesetzgebungsverfahren von zu wenig Beratungszeit gesprochen wird. Wir haben ja gerade einen ganz aktuellen Fall irgendwie rund ums Gebäudeenergiegesetz. Auch in diesem Fall, wo es um die Sterbehilfe geht, hat es Kritik gegeben, dass die Beratungszeiten nicht ausreichend genug gewesen sind. Beispielsweise hat sich endlich entsprechend geäußert, Bundestagsvizepräsidentin Marquardt, aber auch medizinische Fachgesellschaften haben gesagt, man hätte länger nachdenken müssen über die beiden Gesetzentwürfe. Wie sehen Sie das? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also wir beraten das ja nun schon eine sehr lange Zeit. Und ich hatte es anklingen lassen, also in meiner gesamten politischen Laufbahn beschäftigt mich dieses Thema. Insofern ist das überhaupt nicht zu kurzfristig. Und ich sage mal, wer nah am Menschen ist, hat eben auch mit diesem Thema zu tun und spricht auch mit Betroffenen. Und ich glaube, das eint uns auch in beiden Anträgen, dass wir uns sehr intensiv mit diesen Gesetzentwürfen beschäftigt haben. Und über andere Beratungsfristen werden wir im Laufe des Tages sicherlich noch das eine und andere hören. Wir sind gespannt auf diese Debatte hier. Frau Aschenberg-Dugnus, danke, dass Sie heute Morgen hier waren. Auch Ihnen herzlichen Dank, Herr Castellucci hat heute Morgen einen Interview-Marathon hinter sich. Deswegen, Sie dürfen sofort reingehen, damit Sie hier gar nichts verpassen. Danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Und wir, meine Damen und Herren, schauen schon mal ins Plenum rein. Wir sehen, der Platz der Bundestagspräsidentin ist noch frei. Aber ich glaube, im Hintergrund den Gong auch schon gehört zu haben. Ja, da tut sich was hinter den Kulissen liegen. Und Bärbel Bas ist auf dem Weg zu ihrem Platz und inzwischen da auch so gut wie angekommen. Wir erwarten 90 Minuten Debatte, wie gesagt, fraktionsübergreifend. Die Abgeordneten sind hier nur ihrem Gewissen verpflichtet und keinerlei Parteipolitik. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet. Ich komme zur Tagesordnung. Interfraktionell ist vereinbart worden, dass als Zusatzpunkt 16 ein Antrag mit dem Titel Suizidprävention stärken auf Drucksache 7630 zu Tagesordnungspunkt 5 aufgesetzt werden soll. Als Zusatzpunkt 17 sollen die Petitionen auf den Drucksachen 7603 bis 7614 bei den ohne Debattenpunkten aufgesetzt werden. Schließlich hat die Fraktion Die Linke die am morgigen Freitag als letzter Tagesordnungspunkt aufgesetzte aktuelle Stunde zurückgezogen. Ich sehe dazu keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Bevor wir beginnen, haben wir noch zwei Wahlen durchzuführen. Als Schriftführerin soll auf Vorschlag der Fraktion Die Linke die Abgeordnete Dr. Petra Sitte als Nachfolgerin für den Abgeordneten Christian Görke gewählt werden. Auch hier sehe ich keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Damit ist die Kollegin Dr. Sitte gewählt. Ich sehe eine überraschende Wahl. In den Sitzungsrat der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sollen auf Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Gesine Oltmanns als Nachfolgerin für Herrn Werner Schulz als ordentliches Mitglied sowie Frau Heidi Schinowski als Nachfolgerin für die bisherige persönliche Stellvertreterin Gesine Oltmanns für die restliche Amtszeit gewählt werden. Ich sehe auch hier keinen Widerspruch. Dann sind Sie damit einverstanden. Dann sind Frau Oltmanns und Frau Schinowski gewählt. Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 5a bis 5c sowie Zusatzpunkt 16. Zweite und dritte Beratung des von den Abgeordneten Dr. Lars Castellucci, Ansgar Heveling, Dr. Kirsten Kapat-Gonther und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung sowie zweite und dritte Beratung der im Ausschuss zusammengeführten Gesetzentwürfe der Abgeordneten Katrin Helling-Plahr, Dr. Petra Sitte, Helge Lind und weiterer Abgeordneter zur Regelung der Suizidhilfe und der Abgeordneten Renate Künast, Dr. Nina Scheer, Katja Keul und weiteren Abgeordneten zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und zur Änderung weiterer Gesetze in der Ausschussfassung mit dem neuen Titel Gesetz zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und zur Regelung der Hilfe zur Selbsttötung sowie zur Änderung weiterer Gesetze sowie die Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Kirsten Kapat-Gonther, Martina Stamm-Fiebig, Renate Künast, Ansgar Heveling, Dr. Lars Castellucci, Katrin Helling-Plahr und weiterer Abgeordneter mit dem Titel Suizidprävention stärken. Ich möchte bereits jetzt auf folgende Dinge hinweisen. Für die Aussprache wurde eine Debattenzeit von 90 Minuten vereinbart. Die Redezeit wird in 18 Fünf-Minuten-Blöcken aufgeteilt, wobei die beiden Gruppen jeweils acht und die Fraktion der AfD zwei Fünf-Minuten-Blöcke erhalten soll. Es soll keine Kurzintervention und keine Zwischenfragen geben. Alle Abgeordneten, deren Redewünsche nicht berücksichtigt werden können, haben die Möglichkeit, ihre Redebeiträge zu Protokoll zu geben. Im Hinblick auf die Abstimmungsreihenfolge hat man sich auf folgendes Verfahren verständigt. Zunächst wird über den Gesetzentwurf Dr. Lars Castellucci und andere abgestimmt, anschließend gegebenenfalls über den im Ausschuss zusammengeführten Gesetzentwurf der Abgeordneten Katrin Helling-Plahr, Renate Künast und andere, sowie schließlich über den Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten Kappert-Gonther und anderen. Bei Annahme des Gesetzentwurfs Dr. Lars Castellucci und andere entfällt die Abstimmung über den Gesetzentwurf der Abgeordneten Katrin Helling-Plahr, Renate Künast und andere. Ich sehe dazu keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne nun die Aussprache. Das Wort hat zuerst die Abgeordnete Katrin Helling-Plahr für die Gruppe Helling-Plahr, Herr Künast und andere. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich habe noch nie so voller Demut hier gestanden wie heute. Ich habe auch noch nie eine Rede gehalten, die so wichtig ist für so unfassbar viele Menschen. Ich habe als Fachanwältin für Medizinrecht so viele Schicksale miterlebt und vielleicht auch zu oft mitgelitten. Diese Menschen, jeder Einzelne ist es, der für meine Gruppe im Mittelpunkt steht. Aus 2017 stammt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das vielen schwerstkranken Menschen Hoffnung gegeben hat. Eine vom Hals abwärts gelähmte Dame, die künstlich beatmet werden musste und unter höchst schmerzhaften Krampfanfällen litt, hatte sich darum bemüht, in Deutschland legal ein Medikament zu bekommen, um ihrem Leben und ihrem Leiden ein Ende zu setzen. Sie starb in der Schweiz, ihr Ehemann prozessierte und gewann. Natürlich wandten sich in der Folgezeit immer und immer wieder schwerstkranke Menschen an das zuständige Bundesinstitut. Alle Anträge wurden abgelehnt. Die Menschen wurden einfach alleine gelassen, anonym abgestempelt, trotz eindeutiger höchstrichterlicher Rechtsprechung. Allein mit ihren Schmerzen, ihrer Angst und ihrem Wunsch gehen zu dürfen. Natürlich wandten sich viele in ihrer Not auch an ihre Angehörigen oder an Ärzte und medizinisches Personal. Sie flehten und bettelten, erlöst zu werden. Immer wieder auch bei meinem heutigen Mitarbeiter Max als der einst 14-jährigen Pflegepraktikant. Natürlich half meist niemand zu groß die Angst vor Strafe und Gefängnis. Sie wenden sich auch an uns hier. Es vergeht kein Tag, an dem hier nicht ein Betroffener sein Schicksal schildert und mich voller Hoffnung bittet, dass er irgendwann sterben kann, wie er es für sich als würdevoll empfindet. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 war wegweisend. Paragraf 217 Strafgesetzbuch ist Geschichte. Jeder Mensch hat ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und auch ein Recht darauf, hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jeder selbstbestimmte Mensch darf sein Lebensende so gestalten, wie er es für sich als würdig empfindet. Einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz kann und darf es nicht geben. Aber es zeigt auch Handlungsbedarf auf. Wie stellen wir sicher, dass jemand tatsächlich selbstbestimmt handelt? Wie schaffen wir ein Auffangnetz, ohne zu bevormunden? Und gehört zu einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben nicht ehrlicherweise auch die Möglichkeit, transparent ein entsprechendes Medikament erhalten zu können? Meine Gruppe hat um Antworten gerungen, nun 1.226 Tage lang. Und ich bin so vielen Menschen, von Union bis Linksfraktion, dankbar für die gemeinsame Arbeit. Das Ergebnis steht heute zur Abstimmung. Es lässt niemanden allein. Es sieht ein flächendeckendes, hochwertiges und umfassendes Beratungsangebot vor. Stellen, an die sich Menschen mit Suizidgedanken wenden können, an denen sie nicht bevormundet werden, ihnen aber gerade auch Hilfe zum Weiterleben vermittelt wird. Wo sie an die Hand genommen werden und der Weg in medizinische Versorgung, vielleicht die Palliativmedizin oder auch zu sozialen Unterstützungsangeboten geebnet wird, ganz individuell zugeschnitten. Stellen, an denen jede selbstbestimmte Entscheidung respektiert wird. Erwachsene, die selbstbestimmt sterben möchten, können sich an einen Arzt ihres Vertrauens wenden und dort die Verschreibung eines Medikaments erbitten. Selbstverständlich ist niemand zur Hilfeleistung verpflichtet. Ist der Arzt grundsätzlich bereit, obliegt es ihm, sich ein umfassendes Bild davon zu machen, ob der Betroffene aus autonom gebildetem freien Willen heraus handelt. Durch die vorherige obligatorische Beratung in einer Beratungsstelle gewährleisten wir ebenso Sicherheit wie durch das ärztliche Vier-Augen-Prinzip in bereits existenziellen Leidenssituationen. Wichtig ist uns vor allem, dass wir die Menschen nicht schon wieder alleine lassen, alleine mit ihrem Schmerz, ihrer Angst und ihrem Wunsch gehen zu dürfen. Deshalb brauchen wir eine rechtssichere Lösung, bei der niemand bezweifelt, dass sie vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben wird. Deshalb dürfen wir nicht schon wieder mit dem Strafrecht drohen. Deshalb brauchen wir Strukturen, die für jeden Menschen sofort zugänglich sind, ohne monatelange Wartezeiten auf Facharztterminen. Nur über tatsächlichen Zugang können wir im Übrigen auch Menschen helfen, die aus der Bahn geraten sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte schenken Sie unserem Gesetzentwurf Ihre Stimme. Es gibt so unfassbar viele Menschen dort draußen, die sich die Sicherheit wünschen, selbstbestimmt gehen zu dürfen, wenn für sie der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vielen Dank. Kathrin Helling-Plahr war das Mitglied der FDP-Fraktion. Mit ihrem Namen verbunden ist einer der beiden Gesetzentwürfe, die hier heute Vormittag debattiert und diskutiert werden. Der von Kathrin Helling-Plahr und anderen steht unter dem Motto oder unter dem Titel, wenn man so will, Suizidhilfe ermöglichen unter Bedingungen. Sehr viel restriktiver sieht das der andere Antrag. Dazu jetzt Lars Castellucci. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute abschließend über zwei Gesetzentwürfe zum begleiteten Suizid. Drei Jahre ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nun her. Aber die Menschen wissen nicht, wie sie einen Zugang zu diesem assistierten Suizid haben können. Gleichzeitig sind Menschen möglichen Missbrauch auch schutzlos ausgeliefert. Das kann so nicht bleiben. Deswegen haben wir Regelungsbedarf. Die Menschen brauchen Rechtssicherheit, Klarheit, Schutz, und das müssen wir heute leisten. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass es zur Selbstbestimmung jedes Menschen gehört, auch über sein Ende entscheiden zu können. Das müssen wir achten. Gleichzeitig hat uns das Gericht mitgegeben, dass wir nicht einfach diese Selbstbestimmung voraussetzen können, sondern es hat gesagt, dass wir als Gesetzgeber, das sind die Worte des Gerichtes, dafür Sorge zu tragen haben, dass es sich bei dem Entschluss, assistierten Suizid zu begehen, wirklich um eine freie Entscheidung handelt. Mit unserem Gesetzentwurf eröffnen wir erstmals Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, ein todbringendes Mittel für einen assistierten Suizid zu verschreiben. Und wir definieren ein Schutzkonzept, das diesen freien Willen der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wer organisiert, regelmäßig Suizidhilfe anbietet und sich nicht an das Schutzkonzept hält, der kennt nach unserem Entwurf die Konsequenzen. Er macht sich strafbar. Denn ein Schutzkonzept, das keine Konsequenzen hat, wenn man es verletzt, ist kein Schutzkonzept. Zudem hat unsere Gruppe von Anbeginn einen Antrag zur Suizidprävention vorgelegt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das Wichtigste. Niemand in diesem Land soll sich überflüssig fühlen. Niemand in diesem Land soll sich gedrängt fühlen in einen assistierten Suizid hinein, weil andere Hilfe nicht erreichbar ist. Bin ich im Alter oder in Krankheit gut versorgt? Kann ich mir das alles noch leisten? Das sind doch Fragen, die hinter Suizidgedanken stecken. Und auf diese Fragen müssen wir sozial- und gesundheitspolitische Antworten geben. Bessere sozial- und gesundheitspolitische Antworten. Und nicht einfach einen Wegweiser zum assistierten Suizid aufstellen. Ich bin froh, dass es gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag zu dieser Suizidprävention vorzulegen. Und ich werbe schon heute dafür, dass wir einen Weg finden, diesen auch gut zu begleiten, hier im Parlament so breit, wie wir ihn einbringen, beispielsweise in einem fraktionsübergreifenden Parlamentskreis. Wir sollen also dafür Sorge tragen, dass der Entschluss, begleitend Suizid zu begehen, tatsächlich auf freiem Willen beruht. Und was heißt das und wie geht das? Nun, das Gericht hat uns viele Hinweise dazu gegeben. Ich will einen nennen. Der freie Wille soll dauerhaft sein. Er soll fest gefasst sein. Aber Suizidgedanken schwanken eben meist. Selbst bei denen, die Suizid begehen und noch am Leben sind, weil er verfehlt ist, dieser Suizidversuch, sagen hinterher 80, 90 Prozent, sie sind froh, dass sie es überlebt haben. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, was nicht geht, ist einmal zu einer Beratungsstelle gehen, dort einen Beratungsschein bekommen, dann sofort das Rezept ausgestellt zu bekommen. So kann man die Dauerhaftigkeit von Suizidwünschen nicht feststellen. Das verletzt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes. Der Zugang zum assistierten Suizid muss ermöglicht werden, ohne daraus ein Modell zu machen. Menschen müssen vor Einflüsterungen oder in akuten persönlichen Krisen geschützt werden. Und die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Das Geld, das jetzt für Suizidberatungsstellen vorgesehen ist, lassen Sie uns das in die Suizidprävention investieren. Es ist unsere Aufgabe, wir streiten heute über Paragrafen. Aber die Wirklichkeit werden wir mit diesen Paragrafen kaum erfassen können. Aber ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um die Einsamen, um die Zurückgelassenen. Um die, die denken, sie fallen nur noch anderen zur Last. Um die, die sich fragen, ist mein Leben noch etwas wert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Fragen müssen Menschen mit sich selbst ausmachen. Aber wir als Gesellschaft sollten ihnen zurufen, ja, dein Leben ist etwas wert. Jedes Leben in diesem Land ist wertvoll. Und deshalb lassen Sie uns den begleiteten Suizid ermöglichen, aber nicht fördern. Ich bitte um Zustimmung. Lars Castellucci hat mit dem letzten Satz noch einmal deutlich gemacht, worum es ihm geht. Er ermöglichen, aber kein Geschäftsmodell daraus machen. Nächster Redner ist Thomas Seitz aus der AfD-Fraktion. Abgeordnete der AfD-Fraktion waren an Beratungen der beiden Gesetzentwürfe nicht beteiligt. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Weil es um ethische und nicht politische Fragen geht, wurden die vorgelegten Gesetzentwürfe im Ausschuss weder debattiert noch darüber abgestimmt. Aber dann sind es doch wieder politische Fragen. Denn Sie von den Altparteien haben meine Fraktion von allen Gesprächen und Gruppen ausgeschlossen. An keinem der Gesetzentwürfe waren AfD-Abgeordnete beteiligt. Und da sich die unterschiedlichen Auffassungen zur Suizidhilfe auch in der AfD-Fraktion widerspiegeln, konnten wir keine eigenen Entwürfe vorlegen, weil keine der Positionen die notwendige Anzahl unterstützender Abgeordneter erreicht. Zur Lösung der Frage, ob und wie Suizidhilfe gesetzlich zu regeln ist, hat die Ausgrenzung der AfD aber offensichtlich nicht beigetragen, wenn man die Kritik der Ärztekammern in den letzten Tagen betrachtet. Die Kritik betrifft vor allem den Vorwurf unzureichender Suizidprävention. Aber mehrere Landesärztekammern kritisieren auch eine übereilte Regelung. Und Hessen mahnte gar dringend eine seriöse Folgenabschätzung an. Und der Ärztepräsident Klaus Reinhardt wörtlich, wenn Kühnass-Helling Pla sich im Bundestag durchsetzen, wird die Bundesärztekammer der Ärzteschaft raten, sich nicht zu beteiligen. Die Bundesärztekammer droht also offen mit einem Boykott. Deutlicher kann man das Ziel einer gesellschaftlichen Befriedung wohl nicht verfehlen, wenn die wichtigste beteiligte Berufsgruppe sich derart äußert. Und wie sieht es konkret aus mit den Gesetzentwürfen? Beim Gesetzentwurf der Gruppe Castellucci wird deutlich, dass die Verfasser die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Einzelne selbst entscheiden darf, was sein Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit seiner Existenz ausmacht, nicht wirklich akzeptieren. Denn nach der Entscheidung müssen Staat und Gesellschaft die Entscheidung des Individuums als Akt autonomer Selbstbestimmung respektieren. Und wenn der Gesetzgeber regulierend eingreift, muss er einen zumutbaren Weg zu einem selbstbestimmten Freitod eröffnen. Das kann ich dem Gesetzentwurf nicht entnehmen. Vielmehr wird die kassierte Strafvorschrift des Paragrafen 217 StGB wiederbelebt. Mit dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist es aber kaum vereinbar, geschäftsmäßige Suizidhilfe generell unter Strafe zu stellen und nur unter bestimmten Voraussetzungen die Rechtswidrigkeit entfallen zu lassen. Denn ein selbstbestimmtes Sterben in Würde erfordert die Mitwirkung und Unterstützung qualifizierter Berufsträger, deren Tätigkeit praktisch immer auf Wiederholung ausgerichtet und damit zwangsläufig geschäftsmäßig ist. Für die juristischen Laien der Hinweis, dass es hier nur um die Frage einer auf Wiederholung angelegten Tätigkeit geht, nicht um die Frage, ob damit Einnahmen erzielt werden. Letzteres wird durch das Merkmal gewerbsmäßig beschrieben, nicht geschäftsmäßig. Eine solche Strafandrohung untergräbt zumindest faktisch den von der Verfassung geschützten Weg zu einem freibestimmten Tod und ist deshalb mit erheblicher Wahrscheinlichkeit erneut verfassungswidrig. Allein dieser greifbare Verdacht ist Grund genug, diesen Gesetzentwurf abzulehnen. Der zusammengeführte Gesetzentwurf der Gruppen Helling-Plahr und Künast verfolgt ein freiheitliches Konzept, das ich als Sprecher der relativ größten Gruppe innerhalb meiner Fraktion befürworte. Das Manko besteht allerdings in einem ungenügenden Schutzkonzept. Der Entwurf für ein Suizidhilfegesetz stellt auf eine Beratungslösung ab, bei der ärztliche Expertise eingeholt werden kann, aber nicht muss. Damit ist im Missbrauch Tür und Tor geöffnet und wird das Leben psychisch Kranker gefährdet. Denn ob ein Suizidwunsch frei von Willensmängeln und Beeinflussung ist, kann nur von praxiserfahrenen Ärzten, vielfach nur von Fachärzten aus dem Bereich Psychiatrie, Psychotherapie oder Neurologie beurteilt werden. Eine Regelung, die diesen Schutz nicht sicherstellen kann, wird den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ebenfalls nicht gerecht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gewährleistung des Lebensschutzes bei der Beratungslösung zusätzlich wesentlich von der Ausgestaltung durch die Länder und vor allem dem Umfang der zur Verfügung gestellten Geldmittel abhängt. Ich kann deshalb keinem der beiden Gesetzentwürfe zustimmen. Besser der Gesetzgeber beschließt heute keine Regulierung der Suizidhilfe als eine schlechte. Und wenn offensichtlich ein großer Teil der Ärzteschaft die Vorschläge derart vehement kritisiert, bedarf es weiterer Diskussionen, die sich auch intensiver damit befassen muss, welche juristischen Regelungen überhaupt praktisch umsetzbar sind. Eine ärztliche Begutachtung zu fordern, ist nur dann sinnvoll, wenn es auch Ärzte gibt, die die Begutachtung leisten können. Und zum Abschluss noch ein paar Worte zum Antrag auf Drucksache 19 7630. Die Forderungen zur Suizidprävention kann man nur unterstützen, auch wenn die AfD-Abgeordneten hier genauso ausgeschlossen wurden. Aber auch hier gilt, dass ein Antrag, der erst am Vorabend der Debatte veröffentlicht wird, dem Thema nicht gerecht wird. Vielen Dank. Drei Jahre lang ist beraten und diskutiert worden über die Reform der Sterbehilfe. Heute Abstimmung über zwei Gruppenanträge hier aus dem Parlament. Ursprünglich waren es mal drei. Und einer von diesen dreien, der dann zusammengelegt worden ist mit dem Antrag von der Gruppe Helling-Plahr war federführend begleitet worden von Renate Künast. Und die ist jetzt am Pult. Warum eine Neuregelung? Das fragen wir uns, denke ich, alle. Und ich habe das Gefühl, wir haben seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, auch Jahre vorher schon, aber auch seit dem letzten Sommer, doch fast alle damit gerungen. Wir haben viele Orte und Zeitpunkte gehabt, wo wir diskutieren könnten. Und wir haben damit gerungen, was dürfen wir eigentlich entscheiden oder was müssen wir entscheiden? Für mich ist der allerwichtigste Punkt, es braucht eine Neuregelung. Warum? Weil Sterbehilfe stattfindet. Sie findet statt nach der Entscheidung, aber wir haben keinen zumutbaren Weg geregelt, meine Damen und Herren. Ein Weg, der tatsächlich nicht so hohe Hürden hat, dass er nicht genommen wird. Und deshalb muss ich sagen, habe ich, ich will auf Herrn Castellucci Bezug nehmen, ein anderes Verständnis, haben wir als Gruppe ein anderes Verständnis. Wissen Sie, der frei verantwortliche Suizid und das Recht, Drittel dabei um Hilfe zu bitten, ist Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, ist Ausübung eines Grundrechts. Und ich weiß, dass uns das schwerfällt, weil wenn man für sich selber, für seine Angehörigen eine andere Vorstellung hat, trotzdem zu sagen, diese letzte Entscheidung trifft jede und jeder für sich selbst. Und Sie treffen sie übrigens auch unabhängig davon, ob wir hier heute eine Scheidung treffen oder nicht. Sie treffen sie auch im Zweifelsfalle so, dass Sie sagen, wenn die Beratung zu kompliziert ist, gehe ich gar nicht erst hin, meine Damen und Herren. Und dann hätten wir unseren Job heute nicht gut gemacht, wenn das dabei rauskommt. Wir haben uns entschieden, nicht den Strafrechtsweg zu gehen. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil wenn es das Grundrecht ist, selber über das Ende des Lebens zu entscheiden und sich dabei einer Hilfe zu bedienen, können wir nicht ins Strafgesetzbuch eine Regelung aufnehmen, die sagt, die Hilfe zu einem selbstbestimmten, frei verantwortlichen Suizid ist grundsätzlich strafbar, meine Damen und Herren. Und ich finde, und deshalb heißt es Hilfe und nicht Beihilfe, weil Beihilfe ist nämlich strafbar. Das ist was anderes. Und ich sage mal, dann noch, das muss ich auch sagen, mit einer so schlechten juristischen Formulierung. Das hat Ihnen ja auch ein Sachverständiger gesagt. Sie haben eine Konstruktion an der Stelle, meine Damen und Herren, wo erst mal der Tatbestand erfüllt ist und dann muss man gucken, ob Rechtfertigungsgründe einsetzen. Und das ist so widersinnig juristisch geregelt, meine Damen und Herren, wenn die suizidwillige Person es sich später anders überlegt oder nach einer Frist die Tat begeht, dann ist der Tatbestand erfüllt und die Personen, die geholfen haben, alle, die geholfen haben, kriegen dann ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, weil der Staatsanwalt muss. So, ich finde aus zwei Gründen. Erstens können Sie nicht strafbar machen, was ein Grundrecht ist. Und zweitens haben Sie diese Regelung noch so geschrieben, dass Sie damit zwingend die Justiz beschäftigen. Damit helfen Sie den Betroffenen nicht. Weder den Ärztinnen und Ärzten oder denen, die tatsächlich diese Überlegung haben. Vor Jahren haben wir hier viel über Druck geredet, dass nämlich Menschen frei sein sollen, nicht unter Druck gesetzt. Es geht ja nicht nur um die Frage einer psychischen Erkrankung, einer affektiven Störung. Es geht auch um die Frage, ob andere Sie unter Druck setzen, meine Damen und Herren. Aber hier haben Sie jetzt eine Konstruktion gemacht, wo die Angst ist, jemanden, den ich frage, in die Strafbarkeit und ein Ermittlungsverfahren zu kriegen. Da haben Sie mit Zitronen gehandelt. Das löst das Problem nicht, das Sie vorgeben, zu lösen. Und dann haben wir in der Diskussion ja viele, und zu Recht sagen wir ja, das Leben ist wertvoll. Wir haben es in unser Gesetz reingeschrieben, dass jedes Leben wertvoll ist und dass das auch Beratungsgrundlage ist, meine Damen und Herren. Aber der Staat hat nicht nur eine Aufgabe, Leben zu schützen, das hat auch eine Grenze, weil es eben das Grundrecht ist, selber gehen zu können, meine Damen und Herren. Selbstschädigung ist nicht strafbar. Deshalb muss man auch bei jeder Behandlung unterschreiben, dass man behandelt werden darf. Deshalb darf ein Mensch auch sagen, selbst wenn die Ärztinnen und Ärzte sagen, du hättest noch Chancen. Nein, ich will es nicht. Und dann sind die Geräte abzuschalten. Dann darf nicht behandelt werden, weil das so eine Strafbarkeit wäre, meine Damen und Herren. Und das ist genau der Bereich, den wir hinkriegen müssen, zwischen selbstbestimmt und frei verantwortlich und gleichzeitig einer Schutzvorschrift, meine Damen und Herren. Wir haben gesagt, und für uns sage ich ganz klar, wir sagen ja nicht, dass der Suizid ein Normalfall ist. Wir haben die Aufgabe, Leben zu schützen. Aber wir haben als Abgeordnete auch die Aufgabe, uns zu trennen von der Frage, was würden wir selber tun, was würden wir unseren Angehörigen wünschen und was darf der Betreffende entscheiden. Und das ist ja kein Normalfall, wenn ich zwei Termine wahrnehmen muss. Den einen Beratungstermin, meine Damen und Herren, wo ich mit Verlaub, in meinem ersten Beruf bin ich Sozialarbeiterin mit dem Schwerpunkt Psychiatrie-Strafvollzug. Ich hatte viel mit Suizid, viel mit Menschen mit psychischen Belastungen und Erkrankungen zu tun. Sorry. Aber auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Psychologen, Psychologen, die in solchen Bereichen arbeiten, können feststellen, ob jemand eine Störung hat, meine Damen und Herren, nicht frei verantwortlich ist. Ich bitte Sie an dieser Stelle um eines. Sagen Sie nein dazu, wieder einen gefährlichen Weg zu gehen, der uns nach Karlsruhe bringen kann, meine Damen und Herren. Schaffen Sie mit uns eine Regelung, die die Menschen am Ende tatsächlich nutzen wollen. Wir müssen eine breite Tür für Beratung haben, weil das Selbstbestimmung ermöglicht, aber auch Lebensschutz, meine Damen und Herren. Nur das ist der Weg, bei dem wir niemanden allein lassen. Renate Künast in der Debatte über die Reform der Sterbehilfe. Zwei Gesetzentwürfe liegen hier vor. Das Interessante bei dem Vorgang heute ist, dass man gar nicht richtig sagen kann, ob überhaupt einer der beiden Gesetzentwürfe hier eine Mehrheit bekommt. Deswegen werden die namentlichen Abstimmungen heute ganz besonders spannend sein, beziehungsweise deren Ergebnisverkündung dann. Ansgar Heveling ist am Pult. 2015, am 2. Juli, dem letzten Sitzungsdonnerstag vor der Sommerpause, hatte der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit entschieden, die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid als eigenständigen Straftatbestand zu nominieren. Heute, am letzten Sitzungsdonnerstag vor der Sommerpause 2023, stehen wir als Deutscher Bundestag wieder vor der Entscheidung, ob und wie wir dem assistierten Suizid Grenzen setzen. Ich bin mir bewusst, es ist für jeden und jede von uns keine leichte Entscheidung, insbesondere, weil wir unser Votum vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 treffen müssen, mit dem sich die Karlsruher Richter grundlegend und sehr weitgehend zum Umgang mit dem assistierten Suizid geäußert haben. Mit seinem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht eine Art Grundrecht auf Suizid und der Hilfe dazu konstituiert. Diese sehr weitgehende Entscheidung bereitet vielen, und ich nehme mich da nicht aus, Kopfzerbrechen. Und die Frage ist nicht fernliegend. Macht es angesichts dieses weitgehenden Urteils überhaupt Sinn, eine gesetzliche Regelung zur Frage des assistierten Suizids vorzunehmen? Ich habe für mich diese Frage zu Beginn dieser Wahlperiode ganz eindeutig mit Ja beantwortet. Denn beim assistierten Suizid geht es nicht nur um eine Frage an den Einzelnen, an sein höchstpersönliches Recht. Assistierter Suizid macht auch etwas mit anderen, mit Angehörigen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Einrichtungen, von Pflegeeinrichtungen, Ärztinnen und Ärzten und ja, auch mit der Gesellschaft insgesamt. Deshalb ist für mich klar geworden, wir brauchen wieder eine gesetzliche Regelung. So weitgehend das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist, so klar spricht es gleichzeitig davon, dass es für das dort postulierte Grundrecht auch Schranken geben kann. Denn das Recht auf selbstbestimmtes Sterben wirkt nicht absolut. Es tritt vielmehr in Kollision zur Pflicht des Staates, die Autonomie suizidwilliger und darüber hinaus auch das höchstrangige Rechtsgutleben zu schützen. Der hohe verfassungsrechtliche Rang der Rechtsgüter Autonomie und Leben, die § 217 Strafgesetzbuch schützen will, vermag den Einsatz des Strafrechts grundsätzlich zu legitimieren. So das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020. Karlsruhe zeigt damit auf, dass der Gesetzgeber Grenzen definieren darf. Und das sollte der Gesetzgeber dann auch tun. Und das ist die Motivation meiner Gruppe Castellucci-Heveling, für eine neue gesetzliche und strafrechtliche Regelung einzutreten. Und dass auch in Deutschland eine strafrechtliche Lösung möglich und naheliegend ist, zeigt die gerade zitierte Passage des Urteils. Mit dem neuen § 217 Strafgesetzbuch bewirken wir den Schutz der Selbstbestimmung. Denn Schutz der Selbstbestimmung heißt Schutz von gefährdeten Gruppen. Schutz von denen, deren Selbstbestimmung gefährdet ist. Psychisch Kranke, Menschen, die unter äußerem Druck stehen, Behinderte Menschen, Menschen in existenziellen Ausnahmesituationen. Ich finde, diesen Menschen ist die Gesellschaft ihren Schutz schuldig. Und diesen Schutz kann man eben nur mithilfe des Strafrechts effektiv gewährleisten. Denn das Strafrecht setzt Grenzen. Und wo sie überschritten werden, ist mit Konsequenzen zu rechnen. Und das ist auch richtig so. Und das ist auch anders als bei dem Gesetzentwurf Henning Plag-Künast. Er sieht keine Konsequenzen beim Missbrauch vor. Und im Übrigen sehen selbst die europäischen Länder das so, in denen die Grenzen für die Suizidbeihilfe weit gefasst sind. Selbst dort werden noch die Grenzen durch Strafrecht gesetzt. Das beste Beispiel ist die Schweiz, wo sich in Artikel 115 des Strafgesetzbuches eine entsprechende Regelung findet. Und ebenso ist es in den Niederlanden. Zu unserem Paragrafen 217 des Strafgesetzbuches gehört deshalb ein ausgewogenes Schutzkonzept, bei dem der autonom gebildete Wille respektiert wird, aber die Feststellung der Selbstbestimmtheit zentraler Schutzaspekt ist, um vor sozialem und wirtschaftlicher Pression zu bewahren. Deshalb geht es nach wie vor auch nur um die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid. Die ethische Grundlage unserer Rechtsordnung würde erodieren, wenn wir es zulassen, dass das wertvolle Rechtsgut, das es gibt, das Leben der Logik des Marktes ausgeliefert wird. Es ist kein Ausdruck von Freiheitlichkeit, eine Gesellschaft, Sterbehilfeorganisationen mit einer laissez-faire Politik zu begegnen. Das Leben ist kein handelbares Gut und darf es auch nicht werden. Daher geht meine herzliche Bitte an Sie alle, wenn Sie die Selbstbestimmung und das Rechtsgutleben zugleich schützen wollen, wenn Sie wollen, dass bei einem solch wertvollen Rechtsgut, der Respekt vor der Freiheit und dem Leben zählt, dann stimmen Sie für unseren Gesetzentwurf, Castellucci, Heveling und andere. Sagen Sie Ja und nicht Nein. Unser Gesetzentwurf steht dabei fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes, denn dieses Grundgesetz ist eine Verfassung des Lebens und nicht des Sterbens. Nächste Rednerin für die AfD-Fraktion, Beatrix von Storch. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbstzüttung für nichtig erklärt. Damit ist die Büchse der Pandora geöffnet. Den Suizid zu einem Akt persönlicher Autonomie zu erklären, führt uns nach meiner festen Überzeugung auf einen entsetzlichen, tödlichen Pfad. Die Niederlande sind diesen Weg vor uns gegangen. Das Ergebnis ist verheerend. 2021 7.666 Tote durch assistierten Suizid und dort überwiegend durch Tötung auf Verlangen. Das sind 4,5 Prozent aller Sterbefälle, dort 10 Prozent mehr als im letzten Jahr, zehnmal mehr als Verkehrstote. Hochgerechnet auf Deutschland wären das 34.000, dreimal mehr als zurzeit. Als das Suizidhilfegesetz in den Niederlanden beschlossen wurde, ging es um extreme Fälle, in denen Menschen schwerst krank waren, ohne Überlebensperspektive. Jetzt geht es nicht mehr nur um unheilbar Kranke. Es geht immer mehr auch um körperlich gesunde Menschen, die noch ein langes Leben vor sich hätten, die eigentlich Hilfe brauchen und suchen. Die Kingston-Universität hat eine Studie gemacht in den Niederlanden. Dort werden Menschen mit geistiger Behinderung und Autismus legal getötet. Die Studie hat 39 solcher Fälle aus 2012 bis 2021 aufgedeckt, bei einer Stichprobe von 900 aus 60.000 Fällen. Wenn man das auf die Gesamtzahl hochrechnet oder auf Deutschland hochrechnet, dann wären das in Deutschland 11.500 Menschen, geistig Behinderte und Autisten, getötet. Ein besonders trauriges Beispiel aus der Studie ist ein junger Mann in seinen 20er-Jahren, der den Grund für seinen Sterbewunsch benennt, soziale Isolation. Er wollte sterben, weil er einsam war. Der Kreis potenziell Betroffener wird damit fast grenzenlos. In Umfragen des sozioökonomischen Panels geben 42 Prozent der Deutschen an, dass sie sich einsam fühlen. Der niederländische Psychiater Dr. Bram Sitzow erklärt die Motivation der Menschen, Assistenz beim Suizid zu suchen. Ich zitiere, Sie glauben, dass dies das Ende Ihrer Probleme und das Ende der Probleme Ihrer Familien sein wird. Das heißt, Sie nehmen sich das Leben, weil Sie Ihrer Familie nicht zur Last fallen wollen. Das ist schrecklich. Die vorliegenden Gesetzentwürfe betonen, dass der Suizid aus freien Stücken erfolgen soll, als autonome Entscheidung. Sie sehen also alle die Gefahr, dass Menschen sich unter sozialem Druck das Leben nehmen. Ich glaube nicht, dass Sie das verhindern werden, keiner der Entwürfe. Gegen sozialen Druck hilft keine doppelte Beratungspflicht und kein Vermerk auf einem Beratungsschein. Gerade in Krisenzeiten wächst der Druck auf Alte und Kranke, nicht nur auf die, aber auf die besonders. Niemandem zur Last zu fallen. Wir werden sehr viel mehr Alte und Kranke haben ohne Familien und sehr viel mehr Krise. Der Bundeskanzler hat von mehr Respekt gesprochen. Die Realität sieht anders aus. Eine häufige Überschrift im Frühjahr war Wohnungsnot in Deutschland, Rentner leben zu großzügig. Die Uni Regensburg hat vorgeschlagen, durch die Erhöhung der Mietpreise die Rentner in kleinere Wohnungen zu zwingen. In Berlin setzt das Berliner Kirchenstift 110 Senioren vor die Tür. Dazu kommt die gesamte Infrastruktur von Betreuung, Beratung und Pflege, von alten, kranken und hilfsbedürftigen und körperlich und geistig kranken Menschen befindet sich in einer existenziellen Krise. Pflegeheime gehen in großer Zahl insolvent. In Hessen schlossen 25 in diesem Jahr. 60 Prozent der Krankenhäuser sind in einer wirtschaftlichen Schieflage. Viele werden schließen, die ortsnahe Versorgung von alten und kranken Menschen ist schon schlecht und wird noch viel schlechter. Die Not wird wachsen. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz für Menschen in einer psychischen Notlage beträgt fünf Monate. Was wird die Folge sein, wenn es angesichts der Krise in der Pflege und der Gesundheitsvorsorge einfacher sein wird, eine wohnortnahe, ergebnisoffene Suizidberatung zu bekommen als einen Pflege- oder Therapieplatz. Noch bevor wir die Suizidprävention stärken, wollen sie für ergebnisoffene Suizidberatung sorgen. Das sind nicht meine Werte. Wir sollen unser Leben in Freiheit und Verantwortung vor Gott leben. Anfang und Ende des Lebens liegen alleine in Gottes Hand. Daran glaube ich. Vielen Dank. Der Deutsche Bundestag diskutiert darüber, unter welchen Bedingungen Hilfe beim oder zum Suizid möglich sein soll, ob Beratungen verpflichtend sein sollen oder nicht, ob eine nicht eingehaltene Beratungsfrist unter Freiheitsstrafe gestellt werden soll. Oder, wie Helge Lindh jetzt argumentieren wird, da der Gruppe Helling, Plarr und Künast oder diese Gruppe unterstützt und deren Gesetzentwurf das Ganze deutlich liberaler gehandhabt werden soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir können und dürfen nicht den Menschen vor seiner Freiheit schützen. Und wir können und dürfen nicht den Menschen vor der Ausübung seiner Freiheit schützen. Und wir können und dürfen nicht, so schwer uns das fallen mag, den Menschen vor sich selbst schützen. Die Mehrheit der Bevölkerung unseres Landes unterstützt in der so brisanten Frage, so berührenden, so existenziellen Frage des Suizids und des assistierten Suizids den Akzent auf Selbstbestimmung. Ganz eindeutig. Wir brauchen ja, wir brauchen einen Schutzraum, einen Schutzraum für die Freiheit der Entscheidung, einen Schutzraum, der sowohl die Wahrung des Lebens umfasst, aber eben auch die Wahrung, ganz konsequente Wahrung und Verteidigung der Autonomie und Selbstbestimmung des Einzelnen. Einen Schutzraum für die Identität, Individualität und Integrität der einzelnen Personen und einen Schutzraum jenseits von Kriminalisierung, jenseits von Pathologisierung und jenseits von Stigmatisierung. Und in diesem Schutzraum der Entscheidung, der auch ein Raum der Beratung ist, da hat neues Strafrecht, hat neue Strafbarkeit nichts zu suchen. Und in diesem Raum hat der Staat sich zurückzunehmen. Beide Gesetzentwürfe und nahezu alle hier in dem Raum sind sich doch einig darin, jedenfalls die demokratischen Kräfte, dass wir eine Regelung brauchen für einen assistierten Suizid, der diesen rechtssicher und klar ermöglicht. Im Rahmen der Debatte darüber sprechen wir viel über Einflussnahmen Dritter, über innere und äußere Zwänge, über psychische Störungen, über Wertungen, unsere Einstellungen, unsere Weltanschauungen und unsere moralischen Vorstellungen. Aber es gibt eine große Leerstelle in dieser Debatte viel zu häufig. Und die Leerstelle ist die Lage und die Position derer, um die es geht, die betroffen sind. In all den Debatten sind sie irgendwie an den Rand geraten. Das kann aber nicht sein. Was ist die Perspektive, was ist der Blickwinkel derer, die mit dieser Entscheidung ringen und die willig sind oder überlegen, Suizid zu begehen? Wir reden sehr viel darüber, was wir über Sterben und Tod denken. Was denken aber Sie, diejenigen, um die es geht, darüber? Wir haben ja viele auch floskelartige Formulierungen, die uns umwabern. So eine, dass das Sterben zum Leben gehört. Aber was heißt das denn? Das heißt, wenn wir von selbstbestimmten, autonomen, aber auch gesellschaftlich geborgenem Sterben reden, dann reden wir auch über selbstbestimmtes, autonomes, freies, gesellschaftlich geborgenes Leben. Wir sind dagegen und ich bin entschieden dagegen, das als Gegensatz aufzubauen, einen Gegensatz zu konstruieren. Nein, das ist nicht so. Und deshalb steht auch unsere Gruppe und unser Gesetzentwurf ganz eindeutig zu einer Bejahung des Lebens, zu einem Ja zum Leben. Und zwar welchen Lebens? Es geht doch nicht einfach nur um das abstrakte Leben an sich, sondern es geht um Ihr Leben und sein Leben, um das Leben konkreter Personen. Wir betonen doch auch immer in vielen Debatten, und weil es dann so wenig passiert, ist es zur Floskel geworden, dass wir nicht übereinander, sondern miteinander reden sollten. Dann tun wir das doch. Reden wir doch mit denen, die es betrifft. So in der Anhörung hier im Ausschuss im Bundestag Maximilian Schulz, ein Mit-30er aus München. Seit der Kindheit schwer chronisch erkrankt, zudem noch infolge eines medizinischen Unfalls seit einigen Jahren massiv eingeschränkt. Er befürwortet als jemand, der das Leben bejaht, der das Leben liebt, der an seinem Leben hängt, ausdrücklich unseren freiheitlichen Entwurf. Und warum tut er das? Weil er diesen als einen mentalen Befreiungsschlag empfindet. Weil er darin die Möglichkeit sieht, jetzt freier leben zu können. Weil er eines Tages die Möglichkeit haben wird, mit nicht zu hohen Hürden, selbstbestimmt, frei nach seiner Entscheidung, wenn er es denn will, wenn er es empfindet, gut beraten und nicht alleingelassen aus dem Leben zu gehen. Das ist für ihn Gewinn von Lebensqualität und Lebenszeitverlängerung. Das hat er in dieser Anhörung hier vor allem sehr deutlich gemacht. Und das war eine Lehrstunde in Demut und Menschlichkeit. Und er sagte auch in diesem Beitrag, aber auch etwa im Spiegel, dass er nicht sagen kann, ob er die Möglichkeit ergreift. Und dass er in der Vergangenheit schon vor dem Moment stand, aber sich entschieden hat, weiterzuleben. Dass er aber auf den Moment des Todes, ob er kommt oder ob er sich selbst dazu entscheiden wird und dann Hilfe in Anspruch nimmt, dass er das tun will, in dem Wissen, alles dem Leben abgerungen zu haben, was möglich war. Kommen Sie bitte zum Schluss. Wir haben ihm, denke ich, beizustehen, zu unterstützen, ihn nicht allein zu lassen, ihm diese Möglichkeiten des Lebens zu geben, aber auch des selbstbestimmten Sterbens. Aber darüber, was möglich war, entscheidet niemand sonst, außer ihm selbst. Nur er selbst. Nächste Rednerin Dr. Kirsten Kappert-Gonther für die Gruppe Dr. Castellucci und andere. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hier und heute treffen wir alle eine sehr weitreichende Entscheidung. Diese wird nicht nur individuell bedeutsam sein, sondern vor allem darüber entscheiden, wie wir künftig als Gesellschaft mit Menschen in Krisen- und Grenzsituationen umgehen. Ich spreche für die Gruppe Castellucci und Hebeling. Als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie habe ich viele suizidale Menschen begleitet. Ich frage mich, wer von Ihnen würde heute nicht mehr leben? Wäre der assistierte Suizid als vermeintliche einfache Lösung leichter zu erreichen gewesen als Hilfe in Krisen und fürsorgliche Versorgung am Ende des Lebens? Und darum habe ich ein großes Unbehagen bezüglich einer staatlich finanzierten Suizidberatungsinfrastruktur, wie sie von der anderen Gruppe vorgeschlagen wurde. Der Ausbau der Suizidprävention ist elementar. Und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag zur Prävention mit beiden Gruppen vorzulegen. Und ich hoffe sehr, dass dieser Antrag zur Stärkung der Prävention die Zustimmung von Ihnen allen hier in diesem Hause bekommt. Das wäre ein sehr starkes Zeichen. Lassen Sie mich nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf drei zentrale Punkte zu unserem Gesetzentwurf eingehen. Braucht es überhaupt ein Gesetz? Ja. Denn aktuell finden in Deutschland Suizidassistenzen statt, ohne klare Regeln, immer häufiger auch in Pflegeheimen. Für Menschen, die ein soziales Netz haben und gut situiert sind, bräuchte es vielleicht kein Gesetz. Aber für vulnerable Menschen, die einsam, arm und in existenziellen Krisen sind, Menschen, die keine adäquate Pflege finden oder psychisch krank sind, braucht es ein Schutzkonzept. Einen sicheren Schutz vor Drucksituationen, um ihre Autonomie zu sichern. Das ist auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Und sehr viele Menschen haben in ihrem Leben suizidale Phasen. Suizidalität entsteht immer im Kontext der Lebenssituationen. Auch Liebeskummer kann zu Suizidgedanken führen. Eine einmalige Beratung und nur drei Wochen Wartefrist reichen hier nicht aus. Es braucht ein Schutzkonzept, das sicherstellt, dass ein Suizidwunsch frei verantwortlich und von Dauer ist. Die Sicherung der Selbstbestimmung ist die zentrale Aufgabe der gesetzlichen Regelung. Und passen denn nun Selbstbestimmung und Strafrecht zusammen? Wir sagen ganz klar, kein suizidaler Mensch macht sich strafbar. Kein Mensch, der Hilfe zum Sterben in Anspruch nimmt, macht sich strafbar. Strafbar aber macht sich. Wer andere zum Suizid drängt, strafbar machen sich Anbieter geschäftsmäßiger Sterbehilfe, die das Schutzkonzept nicht einhalten und so die Selbstbestimmung gefährden. Und manche fragen sich, ob eine fachliche psychiatrische und psychotherapeutische Einschätzung nicht etwa paternalistisch sei. Gespräche mit Psychiaterinnen und Psychotherapeutinnen eröffnen einen Gesprächsraum, der Betroffenen ermöglicht, tabufrei über ihre Gefühle zu sprechen, Motive zu erkennen und sich über Alternativen zu informieren. Das sichert die Selbstbestimmung. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat die Bundesärztekammer deutlich kritisiert, dass in dem Gesetzentwurf der anderen Gruppe nichts zur Qualifikation der Beratung festgelegt ist. Suizidale Gefühle sind komplex, sie sind ambivalent und meistens volatil. Fachärztin und Psychotherapeutin verfügen über die Qualifikation, solche Gespräche zu führen. Und wie soll denn ein Stempel vom Amt, den ein Sachbearbeiter einer Behörde ausstellt, wie es von der anderen Gruppe in bestimmten Situationen vorgesehen ist, der Tragweite einer solchen Entscheidung gerecht werden? Als Gesellschaft, als Staat dürfen wir nicht das Signal senden, irgendein Mensch wäre überflüssig oder ihr Tod sei keine große Sache. Unser Signal ist, wir respektieren jede Person mit Suizidgedanken. Wir ermöglichen den Zugang zum assistierten Suizid, wie uns vom Verfassungsgericht aufgetragen. Aber wir fördern ihn nicht. Wir als Gesellschaft, wir als Vertreterinnen und Vertreter des Staates geben niemanden vorschnell auf. Und darum bitte ich Sie, sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie für den Gesetzentwurf Castellucci-Heveling. Ich danke Ihnen. Sagt Kirsten Kappert-Gonther. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie gewesen, vor ihrem Einzug in den Bundestag und in der Hinsicht vom Fach. Nina Scheer ist die nächste Rednerin. Sie unterstützt den Gesetzentwurf der Gruppe Helling, Pla und Künast. Liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben als Gesellschaft eine Herausforderung, Dinge zusammenzubringen, und zwar sowohl einen Schutzauftrag, der in Bezug auf das Leben besteht, als auch das, was das Leben alles ausmacht, zu respektieren. Und dazu gehört eben auch, und das hat das Verfassungsgericht klargestellt, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und mit diesem Recht ist auch mit erfasst, sich von Dritten Hilfe dazu zu holen. Das gehört mit zu diesem verfassungsgerichtlich bestätigten Recht, Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben. Und damit gehört es auch zum Leben, zu unserer Gesellschaft und zu dem, wie wir diese Dinge zusammenbringen müssen. Und deswegen möchte ich hier noch mal auf ein paar Dinge eingehen, die auch fälschlich dargestellt wurden, von denen die meinen, über die Stigmatisierung dieses Bereichs des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben, über die Stigmatisierung den Eindruck zu erwecken, man könnte mit Ausblenden, mit Stigmatisierung dieses Bereiches Leben retten. Ich erkläre eindeutig, dass dies nicht der Fall ist, dass das eine Irreführung ist, dass das uns nicht weiterbringt und dass das die Menschen auch fernhalten wird von Hilfesuchenden, von Hilfesuchen, von dem Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Denn häufig sind es ja Menschen, die aus einer Verzweiflung heraus in Gedanken kommen und daraus ein Suizidwunsch erwächst. Wie sollen wir diesen Menschen begegnen? Wir haben einen Schutzauftrag. Wir müssen ihnen natürlich irgendwie einen Anknüpfungspunkt bieten, einen gesellschaftlichen Anknüpfungspunkt, den sie bis dahin verloren haben. Deswegen müssen wir einen niedrigschwelligen Anknüpfungspunkt schaffen, ein Beratungsstellennetz, wie wir dies vorsehen in unserem Antrag. Das muss natürlich unentgeltlich sein. Und es darf natürlich nicht kommerzialisiert betrieben werden, wie das unterstellt wird von der anderen Gruppe, von Vertretern der anderen Gruppe. Das Beratungsnetzwerk muss so niedrigschwellig sein, dass tatsächlich jeder sich angesprochen fühlt. Übrigens auch unter 18-Jährigen sich angesprochen fühlen, auch wenn selbstverständlich, und das eint beide Gesetzentwürfe, der Anwendungsbereich der Gesetzentwürfe nur Volljährige erfasst. Das ist ganz wichtig, noch mal hier festzuhalten. Aber es muss sich jeder angesprochen fühlen, denn nur so können wir auch gewährleisten, dass Leben gerettet wird. Alles andere, denke ich, führt uns hier nicht weiter und verfälscht auch die Sachlage. Ich möchte zurückkommen noch mal auf die Frage, wie wir dann aber umgehen mit diesem freien, selbstbestimmten, mit diesem freien und autonom gefassten und dauerhaften Willen, den das Verfassungsgericht als Bedingung aufstellt oder als Kriterien aufgestellt hat, für die Definition, für das Erfassen, für das gesellschaftliche Feststellen eines freien Willens. Das ist eben genau diese Frage. Wie stellen wir das fest? Wenn wir uns auf den Weg eines Strafrechts begeben, wenn wir im Grundsatz erklären, die Herangehensweise im Umgang mit dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist unter Strafrecht gestellt, die Hilfeleistung dazu ist unter Strafrecht gestellt. Wenn das der Grundsatz ist, dann halte ich es für sehr naheliegend, dass die Menschen, die sich mit den Gedanken umgeben oder die auch schon sehr weit ausgereibt, weil sie in einer existenziellen Leidenssituation stecken, etwa aufgrund von Vorerkrankungen, sich nicht an die Gesellschaft wenden, sondern dass sie in der Stigmatisierung verhaftet, alleingelassen, einen bestimmt nicht würdevollen Weg wählen, weil sie alleingelassen sind. Und genau an der Stelle setzt unser Schutzauftrag ein, dass wir sagen müssen, hier haben wir einen Schutzauftrag, diesen Menschen auch wirklich zu verhelfen, ihrem Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch wirklich Geltung verleihen zu dürfen, diese Hilfe auch wirklich zu erlangen. Wenn aber das Strafrecht eine Stigmatisierungswirkung entfaltet, und das wird es tun, dann werden nicht die Ärzte verfügbar sein, dann werden nicht die Beratungsstellen, die niedrigschwellig von uns angelegt sind, verfügbar sein. Und wenn diese nicht da sind, dann kann auch nicht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verwirklicht werden, dann kann auch nicht demjenigen gesellschaftlich begegnet werden, der möglicherweise doch nicht einen festen Willen hatte, sondern der doch wieder zurück zum Leben finden möchte. Auch der wird da nicht erfasst. Insofern ist es ein Trugschluss zu glauben, dass mit der Wiederverfestigung eines Strafrechtstatbestandes Leben geschützt wird. Insofern bitte ich, diesen Antrag abzunehmen, weil nur so können wir das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch wirklich erfassen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Stefan Pilsinger für die Gruppe Dr. Castellucci und andere. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wie wichtig es ist, den tatsächlichen autonomen Willen einer vermeintlich suizidwilligen Person festzustellen, bevor er das todbringende Medikament verschrieben wird, veranschaulicht das Beispiel des US-Amerikaners Kevin Hines. Den jungen Mann, der an einer bipolaren Störung und schweren Depressionen leidet, hatte plötzlich ein starkes Gefühl ergriffen, jetzt sterben zu wollen. Er sprang von der Golden Gate Bridge in San Francisco und überlebte im Gegensatz zu 99 Prozent der anderen gesprungenen Personen. Er erzählt selbst, dass er noch im freien Fall tief bereut habe, gesprungen zu sein. Drei Jahre lang war Kevin Hines nach seinem Suizidversuch in Krankenhäusern und einer geschlossenen Psychiatrie. Dort heilten nicht nur die gebrochenen Wirbeln und Beckenknochen. Er fand auch einen Weg, sich mit Medikamenten und einem regelmäßigen Tagesablauf zu stabilisieren. Er hat sich mit seiner Krankheit intensiv auseinandergesetzt und setzt sich selbst zum Ziel, anderen Menschen mit ähnlichen Problemen und Symptomen zu helfen. Seither engagiert sich Kevin Hines im Bereich der Suizidprävention. Wäre Kevin Hines von einem Sterbehilfeverein das schnelle Ende in harmonischer Atmosphäre mit einer schmerzfreien Pille angeboten worden, hätten er dies vielleicht in dieser Ausnahmesituation angenommen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, Menschen, die sich selbst in ihr Leben nehmen wollen, entscheiden sich meist nicht frei. Sie sind in einer Ausnahmesituation. Mindestens 90 Prozent der Menschen, die an einem Suizid versterben, haben nach Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe eine psychiatrische Erkrankung. 80 bis 90 Prozent der Menschen, die kurzfristig für sich beschließen, Suizid zu begehen, werten das im Nachhinein als Fehlentscheidung und vollziehen den Suizid dann doch nicht. Wenn man an den assistierten Suizid denkt, dann denkt man meistens an alte, leidende Personen, die am Ende ihres Lebens keine Schmerzen mehr leiden wollen. Aber um das geht es heute ja nicht. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das beschlossen hat, dass jeder Mensch den Zugang haben muss, einen assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen, ist es möglich, dass auch junge Menschen, die jung und gesund sind, einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen können. Das entspricht ehrlich gesagt nicht meinem Weltbild. Aber wir haben das Verfassungsurteil nun mal zu akzeptieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir heute eine Lösung finden für den derzeitigen aktuell ungeregelten Zustand. Ich arbeite neben meinem Mandat noch als Hausarzt und betreue in dieser Funktion auch noch Altenheime. Und wenn ich dort mit dem Pflegepersonal in Kontakt komme, dann sprechen mich viele relativ fassungslos darauf an, dass Sterbehilfevereine in diesen Einrichtungen tätig sind und Menschen dort auch durchaus ansprechen mit der Frage, ja, wollen sie ihren Angehörigen nicht mehr weiter zur Last fallen? Diese Menschen, die sie haben, wollten nie jemanden zur Last fallen. Dass solche Menschen einem solchen Druck ausgesetzt sind und dass es keine Regularien gibt, diese Sterbehilfevereine auf diese Menschen, sagen wir, loszulassen und es keine Regelung gibt, diese Menschen vor diesem Druck zu schützen, das ist untragbar. Deswegen brauchen wir eine Lösung. Ich unterstütze den Antrag von Castellucci Heveling, weil es den Suizid zwar assistiert möglich macht, ihn aber nicht fördert. Wir brauchen ein klares Schutzkonzept. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es klare Wartezeiten gibt, wie in dem eben genannten Beispiel ausgeführt, ist der Suizidwunsch oft ein sehr volatiler Gedanke. Das kann ich auch aus meiner ärztlichen Tätigkeit berichten. Und deswegen ist es richtig, dass vom ersten Beratungsgespräch ab bis zum Ende und dem assistierten Suizid auch eine gewisse Zeit besteht, um auch die Dauerhaftigkeit des Suizidwunsches zu überprüfen. Deswegen ist es richtig, dass es Wartezeiten gibt. Deswegen ist es richtig, auch gewisse Hürden einzuziehen, um den assistierten Suizid in Anspruch zu machen. Und ich halte es auch für wichtig, dass man psychiatrische Gespräche einzieht und auch notwendig macht. Es ist notwendig, psychisch kranke Menschen auch vor dem Druck zu schützen. Es ist notwendig, diesen Menschen auch zu helfen. Es kann doch nicht sein, dass diesen Menschen, die vielfältig unerkampt unter uns leben, Corona hat es doch gezeigt, immer mehr Menschen leiden an psychiatrischen Erkrankungen. Diesen Menschen, dem muss doch geholfen werden. Und in einer Zeit, wo man teilweise drei Monate braucht, um einen Psychotherapieplatz zu bekommen, da kann es doch nicht sein, dass der assistierte Suizid schneller möglich ist als ein Therapieplatz. Deswegen brauchen wir diese psychiatrischen. Der Antrag der anderen Gruppe ist in meinen Augen viel zu freizügig. Er bietet kein Schutzkonzept. Und deswegen ist er abzulehnen. Ich denke, wir müssen heute eine Regelung finden, um die Rahmenbedingungen klarzuziehen. Wir müssen das Leben schützen, den assistierten Suizid möglich machen und ein klares Schutzkonzept bieten, um Missbrauch zu verhindern. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Stefan Pilsinger wirbt für den Antrag der sogenannten Gruppe Castellucci. Und er hat es angesprochen in seinem Redebeitrag, auch Arzt und nach wie vor auch in seiner Zeit als MdB in Teilzeit zumindest in einer Hausarztpraxis tätig. Petra Sitte ist die Nächste Rednerin für die Gruppe Helling-Plar und Künast. Vor bald acht Jahren wurde hier im Haus ein Gesetz verabschiedet, welches geschäftsmäßige Suizidhilfe unter Strafe stellte. Vor 2015 gab es in 150-jähriger Verfassungsgeschichte Deutschlands nie eine Regelung dazu. Und doch, es gab die Grauzone, die durch Sterbehilfe-Helfer und durch Sterbehilfe-Vereine mehr oder weniger gut oder schlecht gefüllt wurde. Bei Sterbehilfe-Vereinen muss man Mitglied werden. Und für die eigentliche Sterbehilfe dieser Vereine ist eine erhebliche vierstellige Summe zu zahlen. 2015 nun machte ein deutscher Sterbehilfe-Verein nicht nur geschäftsmäßig, also auf Wiederholung angelegt, sondern scheinbar auch gewerbsmäßig, also wiederholend und mit Gewinnerzielungsabsicht sein Angebot. Daraufhin meinte also eine Mehrheit des Bundestages, Suizidhilfe praktisch komplett verbieten zu müssen. Das damals verabschiedete Gesetz erklärte das Bundesverfassungsgericht 2020 für verfassungswidrig, weil es, ich zitiere, Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung faktisch entleerte. Das Gesetz wurde für nichtig erklärt. Zwischen 2015 und 2020 suchten hunderte Menschen Hilfe im Ausland. Dazu mussten sie sowohl körperlich in der Lage dazu sein, aber eben auch finanziell so ausgestattet sein, dass sie das konnten. Wie viele Menschen letztlich von Sterbehilfe abgeschnitten waren, das wissen wir überhaupt nicht. Aber wir ahnen, dass es viele gibt, die vollkommen unnötig leiden mussten. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2020 ist Suizidhilfe nun wieder ungeregelt. Eine Regelung, so das Bundesverfassungsgericht, muss sich an der Vorstellung vom Menschen als einem geistig sittlichen Wesen ausrichten, das darauf angelegt ist, sich in Freiheit selbst zu bestimmen. Und im Bundestag liegt nun ein Gesetzentwurf, der wörtlich den Paragrafen zur Strafbarkeit der Sterbehilfe enthält, den das Bundesverfassungsgericht abgewiesen hat. Außerdem erklärt er Menschen, die einen Sterbewunsch äußern und Sterbehilfe wünschen, als erstes zu Fällen für Psychiatrie und Psychotherapie. Meine Damen und Herren, Sie haben doch alle mit solchen Betroffenen gesprochen. Sie wissen doch, was das bedeutet. Dadurch werden sich viele unverstanden und vor den Kopf gestoßen fühlen. Solche Regelungen, auch mit den Ausnahmen, werden erneut vor Gericht verhandelt werden. Und es bedeutet wieder jahrelange Unsicherheit plus der Gefahr, dass wir wieder in eine regelungsfreie Zeit fallen. Regelungen, die bereits für verfassungswidrig erklärt wurden, sollten wir daher heute nicht beschließen. Das Strafrecht ist schlicht keine Antwort an Menschen, die ihr verfassungsrechtlich geschütztes Persönlichkeitsrecht auch ausüben möchten. Eine umfassend angelegte und lebensweltlich orientierte Beratung wird Hürden abbauen. Sie ist ergebnisoffen und damit suizidpräventiv zugleich. Auch wir haben ein Konzept, ein Schutzkonzept. Es stimmt schlicht nicht, dass dem anderen Antrag kein Schutzkonzept mit der Beratung zugrunde liegt. Die Lebenssituation, Unterstützungs- und Betreuungsangebote, Hilfsangebote, Handlungsalternativen zur Selbsttötung sollten besprochen werden. Aber es sollen eben auch schließlich Fragen über die Folgen einer Selbsttötung besprochen werden und fehlgeschlagene Suizidversuche für das persönliche und für das familiäre Umfeld. Sollte sich dann während der Beratung eben auch zeigen, dass man psychiatrische und psychotherapeutische Hilfe braucht, dann ist diese aus dieser Beratung heraus selbstverständlich zu vermitteln. Wir wollen Suizidwünsche eben nicht fördern. Das ist eine unhaltbare Unterstellung, die sich aus dem Gesetzestext nicht ableiten lässt. Aber wir wollen Suizidhilfe eben auch nicht kriminalisieren. Und schließlich ist mir Folgendes wichtig, und das ist neu. Dieses Beratungsangebot, was wir unterbreiten, ist für jeden zugänglich. Es ist Niedrigstelles. Es steht jedem unentgeltlich offen. Und ich gehe davon aus, und meine Gruppe geht davon aus, dass wir genau deswegen jeder Form des Geschäftes mit der Suizidhilfe den Boden unterziehen. Deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Nächste Rednerin ist Katrin Vogler, Gruppe Dr. Castellucci und andere. Verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir entscheiden hier heute über die Neuregelung der Suizidhilfe. Und da unterstütze ich den Gesetzentwurf der Gruppe Castellucci-Heveling. Und auch wenn wir heute über die Parteigrenzen hinweg argumentieren und abstimmen werden, ist unsere Entscheidung doch eine politische. Es geht nämlich nicht in erster Linie darum, welche Regelungen jede und jeder von uns am besten mit dem eigenen Gewissen und der eigenen Weltanschauung vereinbaren kann, sondern eben auch um die Frage, in welchem Land wir leben wollen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Dabei ist es für mich zentral, wie die Politik mit Menschen umgeht, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Mir fehlt in der ganzen Debatte häufig ein realistischer Blick auf unsere Gesellschaft. Manchmal wird versucht, ein Bild von Selbstbestimmung zu zeichnen, das vollkommen losgelöst erscheint, von gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen, von persönlichen und gesellschaftlichen Krisen und von dem Umfeld, in dem wir alle leben. Dieses Welt- und Menschenbild ist meiner Ansicht nach nicht besonders realistisch. Es ist geprägt durch die Brille von wohl situierten Menschen mit hoher Bildung und entsprechendem Selbstbewusstsein. Wir leben doch in einer Zeit, in der die Menschen mit einer Abfolge von Krisen zu tun haben, die sie ganz oft an den Rand ihrer Kräfte oder sogar darüber hinausbringen. Die Corona-Pandemie, die mit der Klimakrise verbundenen Naturkatastrophen, der Krieg und Existenzängste durch Inflation und finanzielle Not setzen viele Menschen unter Druck. Der wirkt sich auch auf die Seele aus. Depressionen, Angststörungen und andere psychische Erkrankungen nehmen zu. Auch unsere Hilfesysteme sind unter Druck. Mangel an Pflege- und Betreuungskräften, zu wenig Beratungsstellen, lange Wartezeiten bei Schuldenberatungen, Fachärztinnen, Psychotherapeutinnen, fehlende Frauenhäuser und Gewaltschutzeinrichtungen und Jobcenter, die allzu oft den Druck noch erhöhen, anstatt die Menschen, die als Erwerbslose zu ihnen kommen, zu stärken. Das ist doch die Situation. Und sehr, sehr viele Menschen denken in solchen Situationen daran, sich das Leben zu nehmen. Wohl jede Person, die Menschen in Not berät, wird damit konfrontiert, dass ihre Ratsuchenden sagen, ich kann das nicht mehr, ich will so nicht mehr leben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen, die aus wohlüberlegter, freier und dauerhafter Entscheidung ihr Leben beenden wollen und dazu Hilfe suchen. Ihnen dies unter würdevollen Bedingungen zu ermöglichen, das halte ich natürlich für richtig. Und genau das leistet auch der Gesetzentwurf Castellucci. Es steht uns, liebe Kolleginnen und Kollegen als Gesetzgeber, nicht zu, die Motive sterbewilliger zu bewerten. Aber wir haben doch die Verantwortung, sicherzustellen, dass die Selbsttötung nicht leichter gemacht wird, als der Zugang zu unseren Hilfesystemen. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand durch äußere oder innere Faktoren zum Suizid getrieben wird, ohne dass ein umfassendes und passendes Hilfeangebot gemacht wird. Und wir müssen sicherstellen, dass die Person, die sich das Leben nehmen möchte, das wirklich aus freien Stücken tut. Und wenn Sie noch unentschieden sind, nehmen Sie sich bitte diese Mail zu Herzen, die ich im April bekommen habe. Mir schrieb ein Freund, liebe Katrin, am vergangenen Mittwoch hat sich meine langjährige Lebensgefährtin für mich völlig überraschend das Leben genommen. Es war ein Freitod, assistiert von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, DGHS. Meine Lebensgefährtin litt seit vielen Jahren unter unklaren Krankheitssymptomen, Fieber, Schwitzen, Atemnot, Kopfschmerzen etc. Hatte sich immer mehr aus dem Leben zurückgezogen und ging überhaupt nicht mehr vor die Tür. Für mich als Laien deutete einiges auf eine depressive Störung hin. Letzten November stellte sie bei der DGHS den Antrag auf Suizidbegleitung. Anfang Februar kam ein Rechtsanwalt, der ihren Wunsch protokollierte und bestätigte, dass sie bei vollem Bewusstsein und alles wohl überlegt sei. Gleiches bestätigte auch die Ärztin, die sie Mitte Februar aufsuchte. Was mich fassungslos macht, ist neben tiefer Trauer über den Tod einer nahen Angehörigen, dass die begleitende Ärztin eine Radiologin nicht einmal in Erwägung gezogen hat, geschweige denn eine depressive Grundhaltung nicht einmal in Erwägung gezogen hat in ihrer Stellungnahme, geschweige denn ein psychiatrisches Gutachten einforderte. Offensichtlich wurde hier die noch bestehende Gesetzeslücke ausgenutzt. Vielleicht ist sogar einer zutiefst labilen Frau der Freitod nahegelegt worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie diese Erfahrung meines Freundes genauso bewegt, wie sie mich bewegt hat, dann lassen Sie uns heute diese Gesetzeslücke schließen. Bitte stimmen Sie für den Gesetzentwurf der Gruppe Castellucci. Katrin Vogler aus der Linksfraktion mit einer eindrücklichen Anmerkung und persönlichen Erfahrung zu diesem Themenkomplex. Und sie spricht sich auch aus für den Gesetzentwurf der Gruppe Castellucci. Davor hat Petra Sitte hier gesprochen, ebenfalls Linksfraktion, aber sich für den Gesetzentwurf der Gruppe Helling Pla ausgesprochen. Sie sehen, die Auffassungen gehen auch innerhalb der Fraktionen hier teilweise sehr weit auseinander. Der nächste Redner, jetzt schon am Pult, ist Lukas Benner. Dass wir heute den Versuch unternehmen, zu einer klaren gesetzlichen Regelung zu kommen. Diese Klarheit schulden wir Sie Suizidwilligen. Wir schulden Sie Angehörigen, Ärztinnen und Ärzten, aber wir schulden Sie auch der Gesellschaft. Denn machen wir uns nichts vor, Suizidhilfe findet statt. Aber nicht mit verlässlichen Regelungen und normierten Schutzkonzepten. Nicht so, dass die, die Sie brauchen, Sie auch erreichen. Sondern im Graubereich, unter riesigem Druck, behaftet mit gesellschaftlichem Stigma und als Tabuthema. So, dass Menschen alleine gelassen werden. Und das, obwohl es ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben gibt, was das Verfassungsgericht in aller Deutlichkeit gesagt hat. Und ich bin der Überzeugung, wir kommen hier als Gesetzgeber dem Grundrechtsschutz nicht ausreichend nach. Und deswegen brauchen wir ein neues, ein eigenes Suizidhilfegesetz. Um der Ausübung des Grundrechts auf selbstbestimmtes Sterben nachzukommen. Aber auch, und erst recht, um die Freiverantwortlichkeit der Entscheidungen sicherzustellen. Und ebenso dringlich ist es doch, dass wir deutlich mehr unternehmen, um Suiziden im Allgemeinen vorzubeugen. Und deswegen wollen wir doch auch die Bundesregierung mit einem gemeinsamen Antrag beider Gruppen dazu auffordern, Suizidprävention in einem entsprechenden Gesetzentwurf auszuarbeiten. Meine Damen und Herren, wie sollen wir uns als Individuum, als Gesellschaft, als Staat zum Sterbewunsch des Einzelnen verhalten? Der zentrale Satz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hierzu lautet, Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Das heißt, es steht uns nicht zu, als Gesetzgeber, als Verbände und Kirchen, als Staat und als Gesellschaft, es steht uns nicht zu, über die Motive des Suizidwunsches zu urteilen. Wir müssen den Sterbewunsch, sofern er von einem freien Willen getragen ist, respektieren und den Menschen bei dieser schweren Entscheidung die nötige Unterstützung zukommen lassen. Suizidhilfe ist ein zutiefst emotionales Thema. Einzelfälle sind häufig tragisch. Es gibt viel persönliche Betroffenheit. Ich finde aber, wir müssen uns an dieser Stelle auf unsere Aufgabe als Gesetzgeber besinnen. Als solcher dürfen wir nicht anhand von Einzelschicksalen Gesetze für unser Zusammenleben machen, sondern wir müssen dies im Lichte von Rechtsprechung und gesellschaftlicher Realität tun. Und dem wollen wir mit unserem Gesetzentwurf für ein Suizidhilfegesetz Rechnung tragen. Es ist geprägt von einem doppelten Schutzgedanken, dem Schutz des Grundrechts auf selbstbestimmtes Sterben einerseits, aber dem Schutz vor nicht frei verantwortlichen Suiziden andererseits. Der Entwurf sieht eine Zweiteilung vor. Eine Zweiteilung zwischen Beratung und Verschreibung. Das passiert an unterschiedlichen Orten mit zeitlichen Abständen. Zuerst zur Beratung. Diese soll in unabhängigen Beratungsstellen stattfinden und allen Menschen unentgeltlich offen stehen. Und ganz wichtig dabei ist, die Beratung soll gerade präventiv wirken. Es gibt keine Pfadabhängigkeit. Sie ist nicht der direkte Weg in den Suizid, sondern sie schafft einen Ort, an dem Menschen über den eigenen Tod sprechen können. Einen Ort, an dem sie Hilfe vermittelt bekommen und ein Ort, wo Austausch stattfindet. Ergebnisoffen, nicht bevormundend und vom Grundwert jedes Menschenleben ausgehend. Der zweite Teil des Entwurfs ist die Verschreibung, die nur für Menschen über 18 Jahre zu erreichen ist. Die Verschreibung ist der Ort, wo die Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit stattfindet. Dies leisten Ärztinnen und Ärzte. Denn insbesondere das langjährige Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und Patienten ist der sichere Raum, um über solche Entscheidungen zu sprechen und eine solche Entscheidung zu treffen. Aber niemand in diesem Land soll dazu verpflichtet werden, Suizidhilfe leisten zu müssen. Wir wollen nicht nur die Autonomie der Sterbewilligen schützen, sondern auch die der Ärztinnen und Ärzte. Es steht jedem frei, es zu verweigern. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass wir die Anliegen von Suizidwilligen nicht trivialisieren oder moralisch herabsetzen dürfen. Wir sollten sie stattdessen ernst nehmen. Sie von nicht frei verantwortlichen Entscheidungen bewahren und ihnen dabei die bestmögliche Unterstützung zukommen lassen. Und vor allen Dingen sollten wir unserer Aufgabe gerecht werden und Grundrechte schützen. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Lukas Benner mit einem Plädoyer für den Gesetzentwurf der Gruppe Helling, Plahr und Künast, die man überschreiben könnte in sehr starker Verkürzung ermöglichen, unter Bedingungen also einen assistierten Suizid. Anders ist es bei dem Gesetzentwurf der Gruppe Castellucci. Für den spricht jetzt Lina Seitzel aus der SPD-Fraktion. Den könnte man auch wieder sehr verkürzt als Verbot mit Ausnahmen überschreiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen, jeder Mensch hat das Recht, zu entscheiden, selbst aus dem Leben zu scheiden und dafür auch Hilfe zu erhalten. Und der Staat muss dafür Sorge tragen, dass dieses Recht ausgeübt werden kann. Deshalb muss Suizidhilfe im Rahmen unserer Gesetze möglich sein. Und deshalb darf geschäftsmäßige Suizidbeihilfe auch generell nicht möglich sein. Das hat das Bundesverfassungsgericht uns so klar als Aufgabe gegeben. Das Gericht hat aber nicht nur das Recht auf selbstbestimmtes Sterben betont. Es hat uns, dem Gesetzgeber, auch die Aufgabe gegeben, genau zu prüfen, dass dieser Wunsch frei getroffen wird. Aus einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben darf keine, zumindest gefühlte, Pflicht zum Sterben werden. Wenn ältere Menschen aus dem Leben scheiden möchten, weil sie Angst haben, ihren Angehörigen zur Last zu fallen, wenn Menschen Suizid begehen möchten, weil sie vor einer großen Schuldenlast stehen, dann muss der Staat zumindest einen Ausweg bieten aus einer als ausweglos empfundenen Situation, der eben nicht Suizid heißt. Und deshalb kann Suizidassistenz nur dann möglich sein, wenn klar geprüft ist, dass die Entscheidung für Suizid frei, gebildet und autonom getroffen wurde. Deshalb unterstütze ich den Antrag von Castellucci und anderen, weil er diese Schutzpflicht, die der Staat hat, klar benennt und auch sicherstellt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zwei fachkundige Personen mit psychiatrischen und psychotherapeutischem Hintergrund unabhängig voneinander die autonome und dauerhafte Entscheidung feststellen, denn ein Suizid ist unumkehrbar. Deshalb sieht der Gesetzentwurf auch vor, in der Regel eine Zeit von drei Monaten zwischen den beiden Begutachtungen, wobei Ausnahmen von dieser Regel zum Beispiel bei weit fortgeschrittenen, lebensverkürzenden Krankheiten durchaus vorgesehen sind. Und wenn dieses Schutzkonzept möglich und eingehalten ist, dann ist Suizidbeihilfe auch die geschäftsmäßige möglich. Damit ermöglicht der Vorschlag, Menschen, die autonom entscheiden, aus dem Leben scheiden zu wollen, dafür Unterstützung zu erhalten, und gleichzeitig sichert er den besonderen Schutzauftrag des Staates. Und das möchte ich hier auch sagen, eine Regelung im Strafrecht schließt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja übrigens explizit nicht aus. Er sagt dazu, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, der hohe Rang, den die Verfassung der Autonomie und dem Leben beimisst, ist grundsätzlich geeignet, deren effektiven präventiven Schutz auch mit Mitteln des Strafrechts zu rechtfertigen. Der Gesetzentwurf, den Lars Castellucci und andere hier vorlegen, er verhindert nicht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Im Gegenteil, es stärkt dieses Recht, weil es auf etablierte Strukturen zurückgreift, weil er eine autonome Entscheidung voraussetzt und weil er aber auch Grenzen setzt und damit Missbrauch vorbeugt. Mindestens ebenso wichtig ist es aber, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen sich nicht dazu getrieben fühlen, aus dem Leben zu scheiden. Wir brauchen dringend eine bedarfsgerechte psychotherapeutische, psychiatrische, psychosoziale und palliativmedizinische Betreuung. Und ich möchte mich ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die auch diesen Antrag zur Suizidprävention erarbeitet haben. Und schließlich ist es unsere vordringlichste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein würdiges Leben haben, egal ob im Alter oder mit einer Krankheit. Das ist eine Daueraufgabe, die wir auch in Zeiten Leererkassen nie aus dem Blick verlieren dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, stimmen Sie den Gesetzentwurf von Castellucci und anderen zu, damit der Staat nichts Suizid einfacher möglich macht, als der Zugang zu Hilfs- und Betreuungsangeboten, die Menschen in Notlagen dringend brauchen. Vielen Dank. Nächste Rednerin Martina Stamm-Fiebig für die Gruppe Helling, Plag, Künast und andere. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir sehr ausgiebig über das Thema Suizidhilfe diskutiert. Bei den Debatten hier im Haus, in der Anhörung, aber auch bei Veranstaltungen im Wahlkreis und im Gespräch mit den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern wurde mir dabei eine Sache ganz besonders bewusst. Die Menschen wollen endlich Klarheit darüber, welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie irgendwann einmal, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr weiterleben wollen. Derzeit gibt es diese Klarheit nicht. Und nach Umfragen wollen über 70 Prozent, dass wir diese Klarheit schaffen. All den Bürgerinnen und Bürgern, die in den vergangenen Monaten in meiner Sprechstunde waren und die Petitionen zu diesem Thema eingereicht haben, all diesen Menschen kann ich heute keine klare Antwort auf ihre Fragen geben. Denn nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und der Aufhebung des § 217 Strafgesetzbuch befinden wir uns in einer rechtlichen Grauzone. Zwei Beispiele. Der Nichtanwendungserlass beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte verhindert, dass Sterbewillige an das tödliche Medikament gelangen. Gleichzeitig steht in Berlin ein Arzt vor Gericht, weil er für eine Frau eine Infusion mit einer Überdosis Narkosemittel bereitstellte. Eine Verurteilung wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft ist nicht ausgeschlossen. Diese Zustände sind unhaltbar. Dem Menschen muss die Ausübung ihres Willens möglich sein, ohne dass sich eine Behörde querstellt. Und genauso muss es einem Suizidhelfer möglich sein, dass er oder sie Hilfe leistet, ohne mit einem Wein im Gefängnis zu stehen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir klare Vorgaben dazu machen, wie Suizidhilfe in Deutschland zu leisten ist. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass Menschen, die diesen Weg gehen wollen, ein gutes Beratungsangebot finden. Und nur wenn wir diese beiden Voraussetzungen schaffen können, können wir vermeiden, dass dubiose Angebote zur Suizidhilfe entstehen. Wir brauchen also unbedingt ein Gesetz. Und dabei müssen wir die richtige Balance zwischen Freiheitsrechten des Einzelnen und dem Schutz vor Fremdeinwirkung finden. Einerseits geht es also darum, den niederschwelligen Zugang zur Suizidhilfe sicherzustellen. Andererseits müssen wir Vorsorge dafür treffen, dass die Freiverantwortlichkeit und die Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches zu jeder Zeit sichergestellt ist. Nur der Gesetzentwurf der Gruppe Künast-Helling-Plan vereint diese beiden Anforderungen. Der Entwurf sichert das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ab und gibt einen klaren Prozess auf zur Inanspruchnahme von Suizidhilfe. Gleichzeitig sieht der Entwurf den Aufbau einer umfassenden Beratungsstruktur vor und enthält Maßnahmen zum Schutz des Einzelnen. Und diese Struktur ist der Garant dafür, dass eine autonome und freie Entscheidung sichergestellt wird, ohne dass der Zugang zur Suizidassistenz über die Maßen eingeschränkt wird. Und genau in diesem Punkt liegt der Hauptunterschied zum Entwurf der Gruppe Castellucci. Die Hürden in diesem Entwurf sind zu hoch. Und ich erinnere an die öffentliche Anhörung im November. Vier von fünf juristischen Sachverständigen haben erhebliche Zweifel am Schutzkonzept des Gesetzentwurfs der Gruppe Castellucci geäußert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir heute am Ende ohne Regelung dastehen und dass der angenommene Entwurf sofort wieder vom Bundesverfassungsgericht gekippt wird. Um das zu verhindern, bitte ich Sie eindringlich um Ihre Unterstützung für den Entwurf der Gruppe Künast-Helling-Plan. Und zum Abschluss möchte ich mich noch dafür bedanken, dass wir in dieser kontroversen Diskussion nach diesen beiden Gesetzentwürfen einen Antrag zur Suizidprävention hoffentlich in großer Mehrheit beschließen. Und dort möchte ich mich auch nochmal explizit für die gute Zusammenarbeit bedanken. Denn unabhängig davon, wie die Abstimmung zur Suizidhilfe heute ausgeht, ist es unverzichtbar, dass wir die Suizidprävention in Deutschland stärken. Denn noch immer nehmen sich in diesem Land auch sehr viele junge Menschen das Leben. Und das müssen wir verhindern. Die im Antrag aufgelisteten Maßnahmen sind wichtige Bausteine, um die Situation entscheidend zu verbessern. Vielen Dank. Martina Stamm-Fiebig hat nochmal darauf hingewiesen, dass es nachdem die Entscheidung gefallen ist zwischen den beiden Gesetzentwürfen, die hier vorliegen, auch noch ein von beiden Gruppen gemeinsam vorgelegter Entschließungsantrag abgestimmt wird. Der dürfte dann doch eine erkennbare Mehrheit hier auf jeden Fall im Parlament bekommen. Elisabeth Winkelmeier-Becker ist am Pult für die Gruppe Castellucci und andere. Im Wahlkreis Menschen auf die heutige Debatte angesprochen haben, dann kam oft die Antwort, wenn jemand am Ende seines Lebens schwere Erkrankungen hat, Schmerzen hat und den Sterbeprozess abkürzen will, dann haben wir dafür Verständnis, wenn er das mit ärztlichem Beistand machen will. Das sehen sicher viele so. Und das ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht sicherlich auch geregelt haben will. Und deshalb sehen beide Anträge das vor. Beide Anträge zur Suizidassistenz sehen dafür ein zügiges Verfahren ohne künstliche, überflüssige Hürden vor, wenn klar ist aufgrund der Umstände, dass wir eine freiwillige und endgültige Entscheidung des Menschen haben. Die Antwort zeigt aber noch etwas Wichtiges. Viele gehen davon aus, dass es auch nur um diese Situation geht. Wir reden aber heute um Krisen in jeder Lebensphase, um die gescheiterte Beziehung oder Karriere, die Insolvenz, die bleibende Behinderung, Trauer, Einsamkeit, Angst, die Suizidgedanken auslösen können. Und obwohl es fast immer auch in solchen Situationen doch Lösungen gibt, die das Leben wieder lebenswert machen können, der neue Freund, der neue Partner, die Entschuldung, die Therapie, der Neuanfang, lassen wir die Menschen dort manchmal allein. Und das dürfen wir nicht tun. Es gibt ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmtes Sterben auch, ja. Aber es gibt auch ein Grundrecht auf Schutz des Lebens und unsere Verantwortung, diesen Schutz zu gewährleisten bei dem höchsten Rechtsgut, das es gibt, von dem wir heute sprechen. Und auch den hat das Bundesverfassungsgericht postuliert. Wir haben schon gehört, dass es empirisch belegt ist, dass der Wunsch nach einem Suizid volatil ist. Wahrscheinlich haben viele Menschen ihn im Laufe ihres Lebens. Und die Menschen, die ihren Suizidversuch überlebt haben, berichten ja häufig, dass sie darin im Nachhinein einen Fehler sehen. Und deshalb darf doch beim Wunsch nach Suizid nicht die vorschnelle Antwort der Gesellschaft sein, okay, wir helfen dir bei dem sanften und leichten Tod. Sondern die Antwort muss doch lauten, wir helfen dir raus aus der Krise, so gut es geht, damit du wieder Lebensmut gewinnst. Auch andere Situationen machen verletzlich. Die ältere Frau mit dem teuren Heimplatz, der junge Mensch im Rollstuhl, der auf Hilfe angewiesen ist. Sie dürfen nicht darüber nachdenken müssen. Und sie sollten noch nicht mal zwingend damit konfrontiert sein, ob sie Kosten verursachen, ob sie jemandem zur Last fallen und der Suizid nicht eine naheliegende Lösung wären. Niemand darf sich in dieser Situation dafür rechtfertigen müssen, wenn er sein Leben ausschöpfen will. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute oft gehört, dass es um Selbstbestimmung und um Würde geht. Es darf aber nicht die Botschaft unserer Debatte heute sein, dass nur der seine Selbstbestimmung und Würde wahrt, der sich zum Suizid entscheidet. Selbstbestimmung wahrt auch der oder die, die eine Krankheit annimmt, die sich auf Hilfsbedürftigkeit einlässt. Auch wer in allem auf Hilfe angewiesen ist, wahrt seine Würde. Und darf sich auf die Hilfe unserer Gesellschaft verlassen. Nicht nur ein paar Wochen, nicht nur ein paar Monate, sondern solange das Leben dauert. Hier entscheidet sich auch, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und mit welcher Haltung wir Menschen in dieser Situation entgegentreten wollen. Eine humane Gesellschaft darf hier nicht vorschnell auf Hilfe zum Suizid verweisen. Deshalb brauchen wir den wirksamen Schutz des freien Willens mit zwei ärztlichen, therapeutischen Terminen. Und zwar von Fachleuten, die auch für Hilfe die Fachleute sind, die auch für Heilung die Fachleute sind. Mit einer Wartezeit von drei Monaten, das ist die Zeit, in der man eben nach anderen Lösungen suchen kann. Und dazwischen eben die zielgenaue Beratung, die die Hilfe in den Mittelpunkt stellt. Dazu die effektive Absicherung, auch mit der strafrechtlichen Sanktion. Diesen Schutz sieht der Entwurf Castellucci-Heveling vor. Und deshalb bitte ich Sie und Euch ganz herzlich, diesen Entwurf zu unterstützen. Vielen Dank. Elisabeth Winkelmeier-Becker war das die drittletzte Rednerin in dieser Debatte, in der es um die zwei Gesetzentwürfe zur Reform der Sterbehilfe geht. Und dass das eine offene und freie Debatte ist, sieht man auch an den beiden letzten Rednern, beide aus der FDP-Fraktion, aber eben für unterschiedliche Gesetzentwürfe. Plädieren Sie hier zunächst Otto Fricke. Wir reden in Deutschland zu wenig über den Tod. Das ist ein Satz, den man immer wieder sagen muss und der leider unserer Gesellschaft, manchmal, glaube ich, auch aufgrund unserer Geschichte, viel zu sehr inne wohnt. Und ich will ausdrücklich mich bei allen Gruppen bedanken, dass sie sich des Themas Tod mit diesem Gesetzentwurf angenommen haben. Denn wir müssen über den Tod reden, weil er im Endeffekt Teil unseres Lebens ist. Und das sollten wir nie vergessen bei einer solchen Debatte. Denn wer über das Leben redet, muss auch über das Sterben reden, muss darüber auch offen reden. Und ich sage das an die jungen Zuschauer, die hier sind, ich sage das an die älteren Zuschauer, die hier sind, aber auch alle, die uns zuhören oder zu sehen. Eine der wichtigsten Aufgaben einer Gesellschaft ist es doch, über solche Dinge zu reden. Das ist die erste Aufgabe, die wir als Mitmenschen haben, damit verstanden wird, wie der Einzelne, der Sorgen, der Probleme hat, zu seinem Leben, aber auch zu seinem Sterben steht. Und ich würde allen Gruppen hier ausdrücklich zubilligen, dass sie sagen, natürlich wollen sie das Leben schützen, aber sie wollen eben auch die freie Entscheidung des Einzelnen in der einen oder anderen Weise schützen. Darum geht es heute, darum geht es in dieser Gesellschaft bei diesem Thema. Als Anwalt kann ich immer noch nur sagen, es ist für mich immer noch das, wo ich merke, warum reden Leute über so etwas? Man redet über alles inzwischen. Ich meine, wir sehen das ja in den elektronischen Medien, fast jedes Thema, nichts ist bei euch. Aber sobald es auf dieses Thema Tod kommt, Erbschaft, Organspende, Verfügung in Richtung Tod, auf einmal zucken wir zusammen, weil wir nicht darüber reden. Dafür sind diese Debatten gut. Und da kann man dann auch sagen, und da kann man auch dem Bundesverfassungsgericht mal wieder dankbar sein, dass die Gewaltenteilung funktioniert, weil es uns ja dazu bringt, über dieses Thema zu reden. Und deswegen sage ich auch an der Stelle, wir müssen gucken, dass wir das Verfassungsgericht ernst nehmen, als Gesetzgeber unsere Meinung aber dazu bringen, um zu sehen, dass wir nicht wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Meine Damen und Herren, aber es geht um etwas ganz Entscheidendes, und da unterscheiden sich dann doch die beiden Entwürfe. Welchen Staat wollen wir bei diesem Thema? Wollen wir bei diesen höchstpersönlichen Fragen, Leben, Sterben, Tod, einen Staat, der uns Freiheit lässt? Oder wollen wir einen Staat, der diese Freiheit erst einmal grundsätzlich einschränkt, der grundsätzlich die Möglichkeit hat, dass ein Verdacht ausgeübt werden kann und dann erst erlaubt, dass der Wille entsprechend auch betätigt werden kann im Bereich des Sterbens? Das ist der essentielle Unterschied. Wir müssen uns fragen, wie gehe ich in diese Problematik hinein, egal wie der Zugang ist, egal welche Fälle es sind. Und da sage ich dann, hat das Verfassungsgericht gesagt, es gibt dieses Recht. Das Verfassungsgericht hat das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Abwehrrecht gegen den Staat in dem Urteil ausdrücklich so definiert, da ist das Recht. Und nicht, es ist erst einmal nicht da, es muss dir erlaubt werden, es ist eine mögliche Straftat in diesem Zusammenhang, die passiert. Nein, es ist erst einmal dein Recht, und der Staat muss ganz genau begründen, wann und wo er dort einschreitet. Und das unterscheidet die beiden Gesetzentwürfe ganz essentiell. Meine Damen und Herren, dann sagt das Verfassungsgericht auch noch, sehr schön, diese Entscheidung des Einzelnen, ja, man muss prüfen, wie sie zustande kommt, aber diese Entscheidung ist Akt autonomer Selbstbestimmung. Und wenn ich das sage, kommt dazu der Satz, und der ist so schön, und dieser Akt ist von Staat und Gesellschaft, also auch von allen Bürgerinnen und Bürgern, dann auch zu respektieren. Und das genau ist der Gesetzentwurf, Künast, Herr Link, Pla, in Reinform, und wird auch so genau übernommen. Meine Damen und Herren, Wir wollen verhindern, dass irgendjemand in unserer Gesellschaft rechtfertigen muss, wenn er nach einem längeren Verfahren mit möglichst viel Prävention, deswegen übrigens auch der Entschließungsantrag von allen, in einer gut organisierten Form, das so hinkriegt. Der Kollege Benner von den Grünen hat noch mal sehr, sehr genau dargestellt, wie das Verfahren auch in unserem Antrag läuft. Dabei will ich gar nicht sagen, dass das in dem anderen nicht läuft. Ich würde auch nie dem anderen Antrag in irgendeiner Weise unterstellen, dass man da auf jeden Fall einfach nur sagt, das darfst du nicht selber entscheiden. Aber das Wichtige ist dabei, ein geordnetes Verfahren, in dem derjenige, der sich sagt, ich trete dem Suizid näher, eine Möglichkeit hat, wirklich sich gut beraten zu lassen, eine gewisse Überlegungszeit bekommt, eine Gestuftheit hat. Aber es kommt noch etwas dazu, und das will ich hier doch noch mal zum Schluss sagen. Strafrecht wird weiterhin existieren, auch bei unserem Gesetzentwurf. Es wird Nötigungen geben, es wird Betrugsfragen geben, es wird ganz viele Dinge geben, die bleiben auch an der Stelle. Aber den Kern mit dem Verdacht zu versehen, da kann ich nur eines sagen, selbst wenn dann nachher herauskommt, das, was der Arzt gemacht hat, in unserer Möglichkeit übrigens der Hausarzt, in Ihrer ist der Hausarzt raus an der Stelle, dem man Vertrauen entgebringt, selbst das, der Verdacht nachher sich als falsch heraussteht, sorgt doch schon dafür, dass alle, die dort mitwirken, unter einem Verdacht stehen. Und das wollen wir nicht. Das Strafrecht ist hier nicht die richtige Lösung. Herzlichen Dank. Letzter Redner Benjamin Strasser für die Gruppe Dr. Castellucci und andere. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Umstand, dass wir heute über Regeln diskutieren, nicht nur über das eigene Sterben, sondern über das Sterben von anderen, ist eine Zumutung für viele Kolleginnen und Kollegen hier im Raum. Das bin ich mir bewusst. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute nicht mehr über das Ob des assistierten Suizids. Diese Frage hat das Bundesverfassungsgericht mit Ja beantwortet. Wir diskutieren nach drei Jahren darüber, ob wir einen unregulierten Zustand wollen oder ob wir Regeln für den assistierten Suizid schaffen und Rechtssicherheit für Betroffene. Und deswegen kann es heute nicht angehen, dass man nach drei Jahren der Debatte einfach Nein zu allen Vorschlägen sagt, ohne einen eigenen Vorschlag vorzulegen. Das wird der Lage, in der sich diese betroffenen Menschen und ihre Angehörigen befinden, nicht gerecht. Wir müssen heute entscheiden. Es wurde heute oft der Urteilstenor des Bundesverfassungsgerichts zitiert. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben für alle Menschen definiert. Aber es hat auch eine Schutzpflicht des Staates für diese Selbstbestimmung vorgeschrieben. Und umso bemerkenswerter und verwunderlicher ist die Debatte der letzten Monate und die Selbstzuschreibung der beiden auf dem Tisch liegenden Vorschläge. Die Liberalen auf der einen Seite gegen die Konservativen auf der anderen. Die, die bevormunden, gegen die, die respektieren. Die, die Recht haben, gegen die, die Unrecht haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte ist mir so zu unterkomplex. Es geht heute nicht um die Frage, ob richtig oder falsch, sondern es geht um eine einzige, aber entscheidende Frage. Wie sichern wir die Selbstbestimmung von allen Menschen in allen Lebenslagen? Das Bundesverfassungsgericht sieht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben eben nicht nur für schwerstkranke Menschen am Ende des Lebens vor, sondern auch für gesunde Menschen. Aber auch für Menschen mit Behinderung, Menschen, die armutsbetroffen sind, Menschen, die Suchterkrankungen haben, Menschen, die psychiatrische Erkrankungen haben, kurzum Menschen, die in ihrem Alltag auf die Unterstützung und Hilfe von anderen angewiesen sind. Was ist eigentlich mit deren Selbstbestimmung? Wie sichern wir dort tatsächlich eine freie Entscheidung, dass man nicht das Gefühl hat, man ist überflüssig in einer Gesellschaft oder ein Kostenfaktor? Und deswegen ist ein Schutz- und Beratungskonzept so entscheidend. Ein Schutz- und Beratungskonzept, das eben nicht nur auf dem Papier im Bundesgesetzblatt steht, sondern das in der Realität mit Leben erfüllt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Benner hat in der Debatte zu Recht darauf hingewiesen, es ist nicht ratsam, heute über Einzelfälle zu diskutieren. Ja. Aber wir müssen uns schon auch die gesellschaftliche Realität anschauen. Und dass Drucksituationen bei Menschen entstehen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ist keine irrationale Angst, sondern das ist schlicht und einfach ein Fakt, wenn man in die Länder schaut, die den assistierten Suizid schon länger anbieten. In Kanada, berichtet die Nachrichtenagentur AP, im August 2022 wurden Menschen mit Behinderungen und Pflegebedürftige mehrfach in den assistierten Suizid getrieben, um die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Einem Patienten mit einer fortschreitenden Gehirnerkrankung, der mit einem Arzt über seine Langzeitpflege sprechen wollte, hielt der Ethikdoktor eine Klinik vor, jeder Tag im Krankenhaus koste über 1.500 Dollar. Langzeitpflege sei nicht sein Job. Zitat, Mein Job ist es zu sehen, ob Sie ein Interesse an Sterbehilfe haben. Zitatende. So der Ethikdirektor des Krankenhauses. Und deswegen sieht auch das Bundesverfassungsgericht eine Gefahr für die Selbstbestimmung des Einzelnen und hat die Tür zum Strafrecht nicht zugemacht. Deswegen gibt es Länder wie die Schweiz, die schon länger den assistierten Suizid anbieten, die auf das Strafrecht setzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Keiner würde sagen, die Schweiz hat ein restriktives Sterbehilferecht. Und deswegen habe ich mich als Liberaler dazu entschieden, den Gesetzentwurf der Gruppe um Lars Castellucci zu unterstützen. Nicht, weil es mir darum geht, Menschen zu bevormunden oder mein Willen eines guten Lebens oder eines guten Sterbens anderen aufzuoktroyieren. Wer wären wir denn, das zu tun? Aber die Frage ist doch relevant, was passiert, wenn Schutz- und Beratungskonzepte nicht eingehalten haben. Und ein Rechtsstaat, der schweigend und achselzuckend daneben steht, den kann und darf es nicht geben. Da muss es Konsequenzen geben. Ich könnte jetzt noch was zum Kollegen Otto Fricke sagen, der ja dann wiederum interessanterweise auf das Strafrecht verweist. Wenn ich nicht will, dass das Damoklesschwert des Strafrechts immer über Menschen schwebt, die Hilfe leisten, Entschuldigung, dann muss ich die Regelung klar im Strafrecht treffen, dass jeder weiß, was erlaubt ist und was eben nicht erlaubt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist nicht die Zeit und die Stunde, Nein zu sagen vor dieser schwierigen Entscheidung. Und ich bitte Sie, stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu und finden Sie eine gute Regel, dass Selbstbestimmung für alle Menschen in allen Lebenslagen tatsächlich in der Praxis gilt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache und bitte ein wenig um Aufmerksamkeit für das Abstimmungsprozedere. Wir kommen zu den Abstimmungen und zu diesen Abstimmungen liegen mir mehrere Erklärungen nach unserer Geschäftsordnung, Paragraf 31, vor, sowie mehrere Reden, die zu Protokoll gegeben worden sind. Alle Abstimmungen über die Gesetzentwürfe und zum Schluss über den Antrag erfolgen namentlich mit den üblichen Stimmkarten. Nach jeder Abstimmung wird während der Auszählung der Stimmen die Sitzung bis zur Verkündung des Ergebnisses jeweils kurz unterbrochen. Wir kommen nun zur ersten namentlichen Abstimmung. Hier geht es um die zweite Beratung des von den Abgeordneten Dr. Lars Castellucci, Ansgar Heveling, Dr. Kirsten Kappert-Gonther und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurf zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung. Der Rechtsausschuss hat in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-7624 unter Buchstabe a empfohlen, über den Gesetzentwurf auf Drucksache 19-904 in der Ausschussfassung einen Beschluss im Plenum herbeizuführen, selbst aber keine inhaltliche Empfehlung abgegeben. Ich bitte nun die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Das ist erfolgt. Ich bitte Sie, nach der Abstimmung, die ich jetzt eröffnen werde, die erste namentliche Abstimmung, danach wieder in den Saal zu kommen. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet. Und damit beginnt ein Verfahren, dessen Länge wir im Moment noch gar nicht richtig absehen können. Das hängt nämlich massiv davon ab, wann welcher Antrag hier, beziehungsweise welcher Gesetzentwurf eine Mehrheit bekommt von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die, wie Sie sehen, sich bereits in der Westlobby der Plenarsaalebene im Deutschen Bundestag eingefunden haben. Es wird ja nach wie vor in der Lobby abgestimmt bei namentlichen Abstimmungen und nicht, wie es früher üblich war, vor Corona-Zeiten im Plenarsaal. Deswegen müssen alle Abgeordneten erst mal den Plenarsaal für diese Abstimmung verlassen. Sie hätten ihn sowieso verlassen müssen, um ihre Stimmkarten, die hier in den entsprechenden Kästen einsortiert sind, mit Ja, Nein oder Enthaltung herauszunehmen. Dann aber, wie gesagt, die Abstimmungsurnen auch hier auf der Ebene der Westlobby. Da werden jetzt die Stimmkarten eingeworfen. Und dann wird erst mal ausgezählt. Und solange wird diese Sitzung unterbrochen sein, haben wir gelernt von der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Denn es ist vor dieser Debatte und vor diesen Abstimmungen sehr, sehr unklar gewesen, ob einer der beiden Gesetzentwürfe eine Mehrheit bekommt. Es reicht eine einfache, also die Mehrheit der abgegebenen Stimmen hier heute im Deutschen Bundestag. Es muss also keine absolute Mehrheit sein. Insofern besteht durchaus eine Chance, dass auch schon der erste Gesetzentwurf, der zur Abstimmung steht, nämlich der der Gruppe Castellucci, die sich dafür einsetzt, dass der assistierte Suizid weiter verboten bleibt, aber es unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen möglich sind. Also, dass der hier gleich schon im ersten Gespräch eine Mehrheit bekommt. Das ist möglich, vor allem, wenn man beobachtet hat, welchen Applaus es gegeben hat während der Debatte dann auch aus den Reihen der Unionsfraktionen. Also insofern kann sein, dass das Ganze doch relativ schnell vorbei ist. Kann aber auch sein, dass sich das Ganze ein bisschen länger hinzieht. Wir werden das natürlich intensivst im Auge behalten. Aber es hat ja heute große Aufregung gegeben, beziehungsweise gestern auch schon große Aufregung gegeben um einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, nämlich, dass die Abstimmung, die für morgen geplante abschließende Abstimmung zum Gebäudeenergiegesetz nicht stattfinden soll. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es bräuchte wohl doch eine etwas längere Beratungszeit. Und da diese längere Beratungszeit möglicherweise in Gefahr geraten könnte, hat man halt diese Eilentscheidung gefällt und beschlossen, dass die Entscheidung, die abstimmende Abstimmung, abschließende Abstimmung, so rum ist es natürlich richtig, morgen erst mal nicht stattfinden soll. Wann sie nun stattfinden wird, ist im Moment noch nicht klar. Das wird im Laufe des Vormittags beraten von den Spitzen der Koalitionsfraktionen. Aber es gibt eine erste Reaktion, nämlich von dem Abgeordneten, der diesen Eilantrag gestellt hat beim Bundesverfassungsgericht, Thomas Hallmann aus der Unionsfraktion. Und er hat sich heute Morgen geäußert und wir zeigen Ihnen einen ersten längeren Ausschnitt aus seiner Reaktion auf die Entscheidung von gestern in Karlsruhe. Und dann sind wir wieder zurück und begleiten und betreuen und analysieren diese Debatte weiter und auch das, wie es hier möglicherweise weitergehen kann. Zunächst aber Thomas Hallmann von heute Morgen. Vielleicht hat der eine oder andere erwartet, dass ich jetzt hier mit Triumphgeheul antrete. Das will ich aber absichtlich nicht tun. Mir geht es auch ehrlich gesagt nicht um eine Genugtuung der Ampel gegenüber oder eine mediale Genugtuung. Denn wenn man ehrlich ist, leiden die Verfahren des Deutschen Bundestages seit Längerem, auch schon in der letzten Legislaturperiode, an mangelnder Sorgfalt, was insbesondere durch überhöhtes Tempo ausgelöst wird. Es ist jetzt in den letzten Monaten deutlich schlimmer geworden. Da hatten wir oder auch hatte ich auch anfangs durchaus Verständnis dafür, weil wir durch den Ukraine-Krieg ja in außerordentlichen Situationen geworfen waren, die auch ein schnelles Handeln des Parlaments erforderlich machen. In diesem Zeitdruck sind wir nicht mehr. Und dennoch sind die Verfahren in diesem konkreten Verfahren, des Heizungsverfahrens, aber auch schon in den Verfahren davor in der Regel so gewesen, dass wir am Dienstagabend oft auch erst um 23 Uhr noch 300 Seiten bekommen haben, die wir dann abschließend am Mittwoch morgen um 9 Uhr behandelt haben. Was heißt denn das jetzt eigentlich für das konkrete Verfahren? Erstens, zum Inhalt des Heizungsgesetzes hat das Bundesverfassungsgericht natürlich gar nichts gesagt. Das habe ich auch gar nicht beantragt und das konnte ich auch gar nicht beantragen, sondern es ging ausschließlich um die Frage, wie weit geht das Recht des Parlaments. Zweitens, wenn die Ampelmehrheit jetzt nicht in ein ordentliches Verfahren einsteigt, das die Wiederaufnahme der Ausschussberatungen auch vorsieht, dann laufen sie Gefahr, dass das Gesetz formell verfassungswidrig ist. Was heißt das? Ein Gesetz muss materiell verfassungsmäßig sein, sprich, es darf die Grundrechte nicht verletzen und so, das wissen Sie alles. Es muss aber auch ordnungsgemäß zustande gekommen sein. Und deswegen kann man die Ampel nur auffordern, jetzt das Verfahren so zu machen, dass das Recht nicht mehr, dass das Gesetz keine formelle Verfassungswidrigkeit in sich trägt. Insofern habe ich der Ampel aus meiner Sicht einen Gefallen getan, weil stellen Sie sich mal vor, ich hätte den Organstreit nicht angefangen, dann hätten Sie das ja jetzt verabschiedet und dann wäre das Gesetz formell verfassungsmäßig mindestens mal angreifbar, um es ganz vorsichtig zu sagen. Aber wenn Sie das gelesen haben gestern Abend, dann haben die schwerste Bedenken. Und das heißt, eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz hätte Erfolg gehabt. Und dieser Erfolg hätte dann dazu geführt, dass das Gesetz irgendwann in einigen Monaten oder gar Jahren aufgehoben worden wäre. Und das wäre für den Klimaschutz aus meiner Sicht die allerschlechteste Lösung gewesen, weil die Unsicherheit ja erst recht groß geworden wäre. Das klingt ein bisschen paradox, aber ich hoffe, ich habe den Punkt klargemacht. Deswegen ist das Mindeste, dass der Ausschuss sich jetzt noch mal gründlich mit den Bedenken und Einzelfragen der Expertenanhörung kümmert. Das war ja einmal das ganze Thema Förderung, das mit dem Gesetz verbunden ist. Zweitens die Vernetzung mit der kommunalen Wärmeplanung. Und drittens gab es noch eine ganze Menge Einzelfragen, zum Beispiel, was ist eigentlich ein Quartier und warum ist das Quartier in diesem Gesetz anders definiert als in anderen Gesetzen? All diese ja gar nicht politisch groß streitigen, aber handwerklich sehr bedeutenden Fragen müssen ordentlich erledigt werden. Und dann würde ich noch gerne etwas Drittes sagen. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Verfahren des Deutschen Bundestages leiden seit Längerem an Übereilung, an Hetze und aus diesem Grund an mangelndem Sorgfalt. Das Bundesverfassungsgericht hat angekündigt in der Entscheidung gestern, dass es sich auch sehr gründlich mit dieser Frage auseinandersetzen will, was sind eigentlich die verfassungsrechtlichen Mindeststandards, die geboten sind. Ich meine aber als Mitglied des Verfassungsorgans Bundestag, dass wir als Abgeordnete parteiübergreifend uns jetzt zusammensetzen müssen und nicht auf Karlsruhe warten, die dann irgendetwas festlegen, sondern wir sollten uns die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ansehen und überlegen, was sind denn in welchen Szenarien, also es ist besonders eilig und es ist nicht so besonders eilig, welche Mindestverfahren eigentlich notwendig sind, denn das könnten wir eigentlich alleine entscheiden. Und wir haben jetzt einen Weckruf aus Karlsruhe bekommen und dieser Weckruf aus Karlsruhe, den sollten wir jetzt nutzen und hören, um dafür zu sorgen, dass wir zu einer besseren Gesetzgebungspraxis in Deutschland kommen. Das würde die Demokratie stärken, es würde den Parlamentarismus stärken, es würde den Deutschen Bundestag stärken und ich finde, genau das wäre mehr als angezeigt. Thomas Hallmann heute Morgen in der Bundespressekonferenz zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, die Abstimmung über das Gebäudeenergiegesetz für morgen von der Tagesordnung zu streichen beziehungsweise dem Bundestag zu sagen, dass er das von der Tagesordnung streichen muss. Mehr von Thomas Hallmann werden Sie wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Stunden auf jeden Fall nochmal bei uns bekommen, dann auch einen etwas längeren Ausschnitt, weil wir vermuten, dass die eine und andere Abstimmung hier auch nochmal Zeit brauchen wird und dann nutzen wir die Gelegenheit, das da auch nochmal reinzuspielen. Inzwischen beobachten wir aber, dass, beziehungsweise die Abstimmung und die Auszählung auch des zum ersten Gesetzentwurf, der hier zur Debatte steht und bei mir ist Petra Sitte aus der Linksfraktion, die sich darüber, über ihre Position reden wir gleich, vielleicht erstmal über diese Debatte. Wie haben Sie die empfunden heute Morgen? Ich habe schon mehrere Debatten zur Sterbehilfe erlebt und ich habe immer wieder festgestellt, dass diese Debatten im Bundestag weitestgehend ruhig, sehr nachdenklich verlaufen, aber bisweilen eben stelle ich mir vor, was macht das mit Menschen, die da draußen zuhören, die am Fernseher sitzen und eventuell sich damit tragen und in der Bevölkerung gibt es ja eine relativ klare Haltung dazu und deshalb weiß ich nicht, inwieweit die Leute sich in unserer Debatte tatsächlich aufgehoben fühlen. Was denken Sie, fehlt den Menschen? Was wird hier nicht besprochen? Mancher Beitrag ist einfach nicht lebensweltlich. Also für mich ist zum Beispiel immer so eine Zäsur, wenn argumentiert wird, dass der freie Wille nicht wirklich frei ist, sondern unter Druck gebildet wurde aufgrund des Umstandes, dass das Pflegesystem, dass das Gesundheitssystem die Erwartungen und den Hilfebedürfnissen der Leute nicht gerecht wird. Aber das wiederum, das politisch verursacht wurde, kann doch nicht dafür herhalten, dass wir ein Grundrecht, das das Bundesverfassungsgericht im Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, abgeleitet hat, eingeschränkt wird. Ich fasse nochmal zusammen. Sie denken, wenn die Bedingungen besser wären im Gesundheits- und Pflegebereich, würden viele Menschen gar nicht auf die Idee oder mit dem Gedankenspielen einen assistierten Suizid, das ja überhaupt für sie in Frage käme? Das zumindest müsste man aus so einem Argument ableiten, wenn gesagt wird, die Situation der Betroffenen ist so schlecht, dass sie aus dieser schlechten Versorgung, aus der Einsamkeit heraus zu diesem Schluss kommen. Und deshalb müsse mehr beraten werden. Im Übrigen in dem anderen Gesetzentwurf ist der erste Berater der Psychiater oder die Psychotherapeutin. Und natürlich würde das bedeuten, dass Leute sich im Alter besser aufgehoben fühlen oder in Krankheit besser aufgehoben fühlen. Aber kam das Leben daher und ist anders. Und wenn von einem Schutzkonzept im Kontext mit Sterbehilfe geredet wird, dann muss auch der Staat ein Schutzkonzept haben, um in diesen Bereichen Leuten eben besser zu helfen. Da sind wir in der Bringschuld schon seit zwei Jahrzehnten. Gleichwohl sind Sie der Meinung, dass es möglich sein soll? Schon immer. Ja, es muss möglich sein. Es ist ein Selbstbestimmungsrecht am Ende des Lebens. Das Bundesverfassungsgericht leitet das eben aus dem Artikel 1, die Würde des Menschen, ist unantastbar ab. Und in der Tat, es gehört zu den Grundrechten, die mir niemand nehmen kann, die ich von Geburt an habe. Und deshalb ist jede Einschränkung eines solchen Grundrechtes wie in dem Castellucci-Gesetzentwurf höchst problematisch. Und ich gehe davon aus, dass das wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen würde. Gegenargument zu dem Gesetzentwurf, den Sie unterstützen, nämlich, die nennt sich nach Katrin Helling-Plahr, die da federführend war, noch einige andere Abgeordnete. Dem wird vorgehalten, dass er möglicherweise assistierten Suizid normalisiere und es vielleicht den Menschen zu leicht mache, irgendwie zu dieser Lösung für sich zu greifen. Was erwidern Sie da? Das gibt der Gesetzentwurf in seinem Text nicht her. Wir haben ein mehrstufiges Verfahren. Wir haben einen niedrigschwelligen Beratungseinstieg. In einem Gespräch wird also eruiert, was die Lebenssituation ist und wie man helfen kann, welche Folgen sich daraus ableiten, ob der Wille frei ist und so weiter. Aber das bedeutet ja nicht, dass dieses Konzept nicht am Ende tatsächlich auch Hilfestellungen gibt, bis hin zu ärztlicher Hilfestellung. Bevor man überhaupt zu einem Medikament kommt, ist diese Beratung ja vorgeschaltet. Und da kann sich jeder beraten lassen, ob mit dem Suizidwunsch oder ohne, ob als Angehörige oder als Freund. Und deshalb glaube ich nicht, dass es zutrifft nach unserem Gesetzentwurf. Es wird auch immer gesagt, es sei ein Förderkonzept. Nein, eben genau nicht, weil wir eben auch dieses Schutzkonzept verfolgen, nur außerhalb des Strafrechts. Und genau das ist ja der Punkt, nämlich, dass der andere Gesetzentwurf sagt, irgendwie schalten das Strafrecht dazwischen, um von vornherein klarzumachen, dass unter bestimmten Bedingungen ist es dann auch für die helfende Person oder die unterstützende oder assistierende Person dann wirklich ernsthafte Konsequenzen hat, nämlich auch tatsächlich eine Freiheitsstrafe. Ja, das ist für mich insofern problematisch. Da übernehme ich eine Argumentation der Juristen. Ich bin ja keine Juristin. Wenn die Haupttat straffrei ist, also der Suizid oder eben der versuchte Suizid, wie kann dann die Beihilfe unter Strafe gestellt werden? Petra Sette, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, Ihre Position nochmal dargestellt haben und uns auch nochmal einen Einblick gegeben haben. Zusätzlich, obwohl wir ja die Debatte intensiv verfolgt haben, wo die Unterschiede liegen zwischen den Gesetzentwürfen. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Was denken Sie? Ach ja, wir haben eine minimale Chance und wir haben sie versucht zu nutzen. Wir haben ein Angebot gemacht. Man wird sehen, ob der Paternalismus gewinnt. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn man dem Applaus irgendwie, der beispielsweise auch aus den Reihen der Unionsfraktion gekommen ist, zu dem Gesetzentwurf der Gruppe Castellucci, könnte man mutmaßen, dass es tatsächlich für diesen Gesetzentwurf ausgeht. Ja, dann werden wir uns vom Bundesverfassungsgericht wiedersehen. Frau Sitte, das Verfassungsgericht spielt in diesen Tagen in vielen verschiedenen Themen eine große Rolle. Vielen Dank nochmal, dass Sie hier waren. Danke. Und wir, meine Damen und Herren, zeigen Ihnen noch ein paar Ausschnitte aus dieser Debatte. Zum Beispiel den Redebeitrag der schon mehrfach angeklungenen und genannten Katrin Helling-Plahr und die ja weitere Unterstützer hat bei diesem Gesetzentwurf. Und danach reden wir hier am Set wieder weiter. Ich habe noch nie so voller Demut hier gestanden wie heute. Und ich habe auch noch nie eine Rede gehalten, die so wichtig ist für so unfassbar viele Menschen. Ich habe als Fachanwältin für Medizinrecht so viele Schicksale miterlebt und vielleicht auch zu oft mit gelitten. Diese Menschen, jeder Einzelne ist es, der für meine Gruppe im Mittelpunkt steht. Aus 2017 stammt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das vielen schwerstkranken Menschen Hoffnung gegeben hat. Eine vom Hals abwärts gelähmte Dame, die künstlich beatmet werden musste und unter höchst schmerzhaften Krampfanfällen litt, hatte sich darum bemüht, in Deutschland legal ein Medikament zu bekommen, um ihrem Leben und ihrem Leiden ein Ende zu setzen. Sie starb in der Schweiz, ihr Ehemann prozessierte und gewandt. Natürlich wandten sich in der Folgezeit immer und immer wieder schwerstkranke Menschen an das zuständige Bundesinstitut. Alle Anträge wurden abgelehnt, die Menschen wurden einfach alleine gelassen, anonym abgestempelt, trotz eindeutiger höchstrichterlicher Rechtsprechung. Allein mit ihren Schmerzen, ihrer Angst und ihrem Wunsch gehen zu dürfen. Natürlich wandten sich viele in ihrer Not auch an ihre Angehörigen oder an Ärzte und medizinisches Personal. Sie flehten und bettelten, erlöst zu werden. Immer wieder auch bei meinem heutigen Mitarbeiter Max als der einst 14-jährigen Pflegepraktikant. Natürlich half meist niemand zu groß die Angst vor Strafe und Gefängnis. Sie wenden sich auch an uns hier. Es vergeht kein Tag, an dem hier nicht ein Betroffener sein Schicksal schildert und mich voller Hoffnung bittet, dass er irgendwann sterben kann, wie er es für sich als würdevoll empfindet. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 war wegweisend. Paragraf 217 Strafgesetzbuch ist Geschichte. Jeder Mensch hat ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und auch ein Recht darauf, hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jeder selbstbestimmte Mensch darf sein Lebensende so gestalten, wie er es für sich als würdig empfindet. Einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz kann und darf es nicht geben. Aber es zeigt auch Handlungsbedarf auf. Wie stellen wir sicher, dass jemand tatsächlich selbstbestimmt handelt? Wie schaffen wir ein Auffangnetz, ohne zu bevormunden? Und gehört zu einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben nicht ehrlicherweise auch die Möglichkeit, transparent ein entsprechendes Medikament erhalten zu können? Meine Gruppe hat um Antworten gerungen, nun 1226 Tage lang. Und ich bin so vielen Menschen, von Union bis Linksfraktion, dankbar für die gemeinsame Arbeit. Das Ergebnis steht heute zur Abstimmung. Es lässt niemanden allein. Es sieht ein flächendeckendes, hochwertiges und umfassendes Beratungsangebot vor. Stellen, an die sich Menschen mit Suizidgedanken wenden können, an denen sie nicht bevormundet werden, ihnen aber gerade auch Hilfe zum Weiterleben vermittelt wird, wo sie an die Hand genommen werden und der Weg in medizinische Versorgung, vielleicht die Palliativmedizin oder auch zu sozialen Unterstützungsangeboten geebnet wird, ganz individuell zugeschnitten. Stellen, an denen jede selbstbestimmte Entscheidung respektiert wird. Erwachsene, die selbstbestimmt sterben möchten, können sich an einen Arzt ihres Vertrauens wenden und dort die Verschreibung eines Medikaments erbitten. Selbstverständlich ist niemand zur Hilfeleistung verpflichtet. Ist der Arzt grundsätzlich bereit, obliegt es ihm, sich ein umfassendes Bild davon zu machen, ob der Betroffene aus Autonomie... Der Rechtsausschuss hat in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 7624 unter Buchstabe b empfohlen, die Gesetzentwürfe auf den Drucksachen 2332 und 2293 zusammenzuführen und im Plenum einen Beschluss über die vorgelegte Ausschussfassung herbeizuführen, selbst aber keine inhaltliche Empfehlung abgegeben. Die Abstimmung erfolgt wieder namentlich. Die Urnen sind besetzt, höre ich. Dann eröffne ich die namentliche Abstimmung über den zusammengeführten Gesetzentwurf der Abgeordneten Helling-Plahr, Künast und weitere Abgeordneten. So, meine Damen und Herren, da sind wir in der zweiten Abstimmung beziehungsweise in der Abstimmung zum zweiten Gesetzentwurf, denn der Gesetzentwurf der Gruppe Castellucci und andere hat keine Mehrheit gefunden hier im Deutschen Bundestag. Ich muss kurz auf die Zahlen nochmal schauen. Abgegebene Stimmen 690, das sind relativ viele. Mit Ja haben gestimmt 304. Das sind schon mal deutlich mehr, als es im Anfang oder im Laufe der vergangenen Tage Unterstützer gegeben hat. Mit Nein haben abgestimmt 363. Da haben wir uns also noch ein bisschen täuschen lassen von dem einen und anderen Applaus aus der Unionsfraktion zu dem Gesetzentwurf von Lars Castellucci und anderen. Und damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt. Und deswegen hat Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Marquas eben den zweiten Entwurf aufgerufen von Katrin Helling-Plahr und anderen. Der wird jetzt ebenfalls namentlich abgestimmt. Das wird wieder auch um die circa 15 bis 20 Minuten dauern. Und wir nutzen diese Gelegenheit, um nochmal auf das schon mal angesprochene und vorhin auch schon mal eingespielte andere Ereignisse dieses Tages, beziehungsweise des gestrigen Tages zu gucken. Wir haben Ihnen ja eben schon fünf Minuten von Thomas Heilmann gezeigt. Wir zeigen Ihnen jetzt eine längere Fassung seiner Pressekonferenz von heute Morgen in der Bundespressekonferenz zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, die Abstimmung zum Gebäudeenergiegesetz zunächst auszusetzen, damit die Beratungszeit sich für die Abgeordneten verlängert. Und wir sind dann zum Ergebnis der Abstimmung über den zweiten Gesetzentwurf zur Reform der Sterbehilfe wieder zurück hier im Bundestag auf der Plenarsaalebene. Aber zunächst nochmal Thomas Heilmann in einer längeren Version. Vielleicht hat der eine oder andere erwartet, dass ich jetzt hier mit Triumphgeheul antrete. Das will ich aber absichtlich nicht tun. Mir geht es auch ehrlich gesagt nicht um eine Genugtuung der Ampel gegenüber oder eine mediale Genugtuung. Denn wenn man ehrlich ist, leiden die Verfahren des Deutschen Bundestages seit längerem, auch schon in der letzten Legislaturperiode, an mangelnder Sorgfalt, was insbesondere durch überhöhtes Tempo ausgelöst wird. Es ist jetzt in den letzten Monaten deutlich schlimmer geworden. Da hatten wir oder auch hatte ich auch anfangs durchaus Verständnis dafür, weil wir durch den Ukraine-Krieg ja in außerordentlichen Situationen geworfen waren, die auch ein schnelles Handeln des Parlaments erforderlich machen. In diesem Zeitdruck sind wir nicht mehr. Und dennoch sind die Verfahren in diesem konkreten Verfahren, des Heizungsverfahrens, aber auch schon in den Verfahren davor in der Regel so gewesen, dass wir am Dienstagabend, oft auch erst um 23 Uhr, noch 300 Seiten bekommen haben, die wir dann abschließend am Mittwochmorgen um 9 Uhr behandelt haben. Das ist auch mal schon in der letzten Legislaturperiode während der Großen Koalition vorgekommen. Das habe ich damals auch schon, ich habe es extra mitgebracht, öffentlich in diesem Buch kritisiert, weil ich jetzt nicht so einseitig sein will und sage nur, die anderen sind doof und wir machen immer alles richtig. Das stimmt natürlich nicht. Aber mir ist es seit langem ein Anliegen, dass wir zu besseren Gesetzgebungsverfahren kommen. Das ist sozusagen die erste Bemerkung, die ich dazu gerne machen will. Das zweite ist, weil Sie es sicher interessiert, sonst würden Sie es fragen, was heißt denn das jetzt eigentlich für das konkrete Verfahren? Erstens, zum Inhalt des Heizungsgesetzes hat das Bundesverfassungsgericht natürlich gar nichts gesagt. Das habe ich auch gar nicht beantragt und das konnte ich auch gar nicht beantragen, sondern es ging ausschließlich um die Frage, wie weit geht das Recht des Parlaments? Zweitens, wenn die Ampelmehrheit jetzt nicht in ein ordentliches Verfahren einsteigt, dass die Wiederaufnahme der Ausschussberatungen auch vorsieht, dann laufen Sie Gefahr, dass das Gesetz formell verfassungswidrig ist. Was heißt das? Ein Gesetz muss materiell verfassungsmäßig sein, sprich, es darf die Grundrechte nicht verletzen und so, das wissen Sie alles. Es muss aber auch ordnungsgemäß zustande gekommen sein. Ich will ein extremes Beispiel sagen, nehmen wir mal an, der Bundesrat hätte nicht zugestimmt, dann ist ein Gesetz formell verfassungswidrig und gilt dann nicht. Und wenn jetzt das Verfassungsgericht auf meine Antrag hin Bedenken geäußert hat zur formellen Verfassungswidrigkeit, dann trägt das jetzt kommende Verfahren, das die Ampel bestimmen wird, das Risiko, dass, wenn Sie es nicht ordentlich machen, das Gesetz formell verfassungswidrig ist. Das könnte ich gar nicht feststellen im Organstreit. Das würde in einem Organstreit zwischen dem Bundestag und mir gar nicht festgestellt werden, weil der Organstreit geht nur um die Rechte des Abgeordneten, nicht um die Verfassungsgemäßheit eines Gesetzes. Aber eine Verfassungsbeschwerde zu diesem Gesetz kommt so sicher wie das Arme in der Kirche. Und deswegen kann man die Ampel nur auffordern, jetzt das Verfahren so zu machen, dass das Gesetz keine formelle Verfassungswidrigkeit in sich trägt. Insofern habe ich der Ampel aus meiner Sicht einen Gefallen getan. Weil, stellen Sie sich mal vor, ich hätte den Organstreit nicht angefangen, dann hätten Sie das ja jetzt verabschiedet und dann wäre das Gesetz formell verfassungsmäßig mindestens mal angreifbar, um es ganz vorsichtig zu sagen. Aber wenn Sie das gelesen haben gestern Abend, dann haben die schwerste Bedenken. Und das heißt, eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz hätte Erfolg gehabt. Und dieser Erfolg hätte dann dazu geführt, dass das Gesetz irgendwann in einigen Monaten oder gar Jahren aufgehoben worden wäre. Und das wäre für den Klimaschutz aus meiner Sicht die allerschlechteste Lösung gewesen, weil die Unsicherheit ja erst recht groß geworden wäre. Das klingt ein bisschen paradox, aber ich hoffe, ich habe den Punkt klargemacht. Deswegen ist das Mindeste, dass der Ausschuss sich jetzt noch mal gründlich mit den Bedenken und Einzelfragen der Expertenanhörung kümmert. Das war ja einmal das ganze Thema Förderung, das mit dem Gesetz verbunden ist. Zweitens die Vernetzung mit der kommunalen Wärmeplanung. Und drittens gab es noch eine ganze Menge Einzelfragen, zum Beispiel, was ist eigentlich ein Quartier und warum ist das Quartier in diesem Gesetz anders definiert als in anderen Gesetzen? All diese ja gar nicht politisch groß streitigen, aber handwerklich sehr bedeutenden Fragen müssen ordentlich erledigt werden. Und dann würde ich noch gerne etwas Drittes sagen. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Verfahren des Deutschen Bundestages leiden seit Längerem an Übereilung, an Hetze und aus diesem Grund an mangelndem Sorgfalt. Das Bundesverfassungsgericht hat angekündigt in der Entscheidung gestern, dass es sich auch sehr gründlich mit dieser Frage auseinandersetzen will, was sind eigentlich die verfassungsrechtlichen Mindeststandards, die geboten sind. Ich meine aber als Mitglied des Verfassungsorgans Bundestag, dass wir als Abgeordnete parteiübergreifend uns jetzt zusammensetzen müssen und nicht auf Karlsruhe warten, die dann irgendetwas festlegen, sondern wir sollten uns die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ansehen und überlegen, was sind denn in welchen Szenarien, also es ist besonders eilig und es ist nicht so besonders eilig, welche Mindestverfahren eigentlich notwendig sind, denn das könnten wir eigentlich alleine entscheiden. Und wir haben jetzt einen Weckruf aus Karlsruhe bekommen und dieser Weckruf aus Karlsruhe, den sollten wir jetzt nutzen und hören, um dafür zu sorgen, dass wir zu einer besseren Gesetzgebungspraxis in Deutschland kommen. Das würde die Demokratie stärken, es würde den Parlamentarismus stärken, es würde den Deutschen Bundestag stärken. Und ich finde, genau das wäre mehr als angezeigt. Herr Jörg Münchenberg von Deutschlandfunk. Herr Heimann, ich würde mal fragen, was Sie sagten, jetzt ein ordnungsgemäßes Verfahren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in der nächsten Woche das beschlossen werden würde vom Bundestag, das wäre Ihnen, das ist für Sie kein ordnungsgemäßes Verfahren. Und weil Sie auch die Anhörung erwähnt haben, also eigentlich war ja die Zustimmung unterm Strich zu dem Gesetz relativ positiv. Klar, es gab an verschiedenen Kleinigkeiten, Details, Kritik, aber eigentlich war diese Anhörung jetzt nicht so, dass man gesagt hat, das ganze Gesetz ist sehr fragwürdig. Zum Zweiten, ja, das stimmt. Es gab durchaus sehr positive Stellungnahmen, aber es geht ja nicht in der Bundestagsberatung und auch in der Ausschussberatung nicht nur um die abschließende Schulnote, sondern es geht auch um die Frage, ob wir ordentliche Gesetze im Detail machen und ob diese 180 Seiten für die Rechtspraxis schon richtig verständlich sind. Und ich glaube, auch Nicht-Juristen wissen, dass Gesetze der Praxis draußen oft Rätsel aufgeben, was wir denn damit wohl gemeint haben könnten. Und das sollten wir minimieren. Und darum geht es. Und diese Fragen sind auch von den, auch in der Expertenanhörung an verschiedenen Stellen aufgerufen worden. Und das macht jetzt nicht das ganze Gesetz furchtbar, aber es sind eben wichtige Details. Und wir sind eben nicht nur dafür da, insgesamt die Hand zu heben und abzustimmen, sondern wir sind eben auch dazu da, sich um diese Details zu kümmern. Dafür werden wir ehrlich gesagt bezahlt. Und dass wir das ordnungsgemäß machen. Und zu Ihrer zweiten Frage, ich glaube, es geht weniger um die Frage, wie viele Tage jetzt zwischen der Abstimmung sind, sondern ob der Bundestag, namentlich der Ausschuss für Klima und Energie, jetzt noch einmal in die einzelne Beratung über dieses Gesetz einsteigen, ja oder nein, das wäre nach meiner Auffassung die entscheidende Frage. Das könnte man jetzt auch alles nächste Woche machen. Dann kann man ja auch zwei Ausschusssitzungen nächste Woche machen. Wahrscheinlich werden zwei Wochen bequemer. Ich will nur darauf hinweisen, es geht nicht um mich, sondern es geht um die Frage, dass es der Mehrheit des Deutschen Bundestages gelingt, ein formell verfassungsgemäßes Gesetz auf den Weg zu bringen. Und ich würde an der Stelle der Ampel da keine Risiken eingehen. Warum eigentlich? Nachdem Carlsberg gerade gesagt hat, so geht es eigentlich nicht. Noch eine Frage, weil Sie ja diesen Allantrag gestellt haben. Warum eigentlich jetzt Sie? Und warum nicht mit der Fraktion? Also warum kam da nichts von der Fraktionsspitze? Also vielleicht können Sie da noch mal die Gemengenlage beschreiben. Also erstens bin ich, glaube ich, das darf ich sagen, prädestiniert derjenige, das zu machen, weil ich das Thema seit vielen Jahren behandle, das Thema Staatsmodernisierung behandle und im Ausschuss für Klima und Energie bin. Zweitens, ich habe sehr viel Unterstützung aus der Fraktion. Auch Friedrich Merz hat mir gestern gratuliert. Marc Helfrich ist der energiepolitische Sprecher bei uns in der CDU, sitzt da und hat die Dinge auch unterstützt, hat sich auch entsprechend schriftlich beim Bundesverfassungsgericht gemeldet. Auslöser für meine Entscheidung war eine Äußerung des Fraktionsvorsitzenden Dürr auf meine Frage an ihn im Plenum des Deutschen Bundestages am Donnerstag der letzten Sitzungswoche, bei dem ich ihn gefragt habe, wie er sich denn das jetzt vorstellt, dem Verfahren und wie er denn gedenkt, die Rechte des Bundestages zu wahren. Da hat er vier Minuten geantwortet und vier Minuten mir eine Belehrung gehalten, was Frau von der Leyen alles falsch machte. Das war eine Sache. A, verfehlt, aber darum geht es jetzt nicht. Und B, fand ich das keine Antwort. Und dann hat Frau Scheer mir gesagt, das sei ein ganz normales Verfahren. Es entspricht eben nicht der Norm des Grundgesetzes. Und es gab überhaupt kein Verständnis dafür, dass das nicht der Norm des Grundgesetzes entspricht und dass es auch nicht normal sein sollte, wie wir vorgehen. Und dann war Wochenende. Und mir war klar, wenn wir jetzt nicht ganz schnell nach Karlsruhe gehen, dann hat das einfach keinen Sinn, weil die das nicht schaffen. Und dann haben wir innerhalb von drei Tagen das selber geschrieben. Ehrlich gesagt, wirklich in einer Gewaltaktion mit zwei Mitarbeitern, die hier sitzen und mir. Und es wäre schon technisch gar nicht möglich gewesen, das mit der Fraktion abzustimmen oder so. Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir nach dem abgelehnten Untersuchungsausschuss, der da gestern abgelehnt wurde, dass die Klage der Fraktion im September eingereicht wird. Das heißt, da braucht die Fraktion zwei Monate dafür. Das ist so das normale Verfahren. Das hat gar keinen Sinn. Herr Alman, noch mal nachgefragt. Also inwiefern halten Sie jetzt eine Sondersitzung des Bundestages im Juli für sinnvoll oder hielten Sie es eher für sinnvoll, jetzt bis nach der Sommerpause zu warten? Und dann noch eine kurze Frage. Inwieweit haben sich AfD-Abgeordnete eigentlich Ihrem Eilantrag angeschlossen? Also zur ersten Frage. Das ist eine rein politische Frage. Rechtlich gibt es da keine Vorgaben. Ich habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man spätestens nach 14 Tagen eine Sondersitzung machen könnte. Das hat am Antrag geschrieben worden. Das hat das Verfassungsgericht auch so aufgenommen. Und darauf hingewiesen noch, dass die Bundesregierung eine Sondersitzung auch des Bundesrates verlangen kann nach Artikel 52 des Grundgesetzes. Es also gar keine Verfahrenshindernisse gibt, eine Sondersitzung zu machen. Es gibt jetzt eine Abwägung zwischen der Frage, macht man eine Sondersitzung und schafft dafür für den Rechtsverkehr auch Klarheit, wofür aus meiner Sicht manches spricht, aber nicht aus rechtlichen Gründen, sondern aus Klarheitsgründen. Aber das ist eindeutig die Entscheidung der Verfahrensmehrheit. Und wenn ich das richtig verstehe, sitzen die heute Morgen auch zusammen. Und ganz was Besonderes, was ja sonst nie vorkommt, sie scheinen sich zu streiten. Sorry, nochmal zum Thema AfD. Ach so, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ja, die AfD ist Trittbrett gefahren. Ich habe der Sache formell widersprochen. Das Verfassungsgericht ist eigentlich der Auffassung, dass das nach Artikel 65 des Verfassungsgerichtsgesetzes nicht möglich sei, der Sache zu widersprechen. Das ist jetzt ein schönes Thema für Dr. Arbeiten. Und ich eröffne die Sitzung wieder. Mir liegt das Protokoll vor der namentlichen Abstimmung über die zusammengeführten Gesetzentwürfe mit dem neuen Titel Gesetz zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und zur Regelung der Hilfe zur Selbsttötung sowie zur Änderung weiterer Gesetze. Abgegebene Stimmkarten sind hier 682. Mit Ja haben gestimmt 287. Mit Nein haben gestimmt 375. Enthaltungen gab es 20. Der Gesetzentwurf Helling-Plach-Künast ist damit in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung auch die weitere Beratung. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Karbert-Gonther, Stamm-Fiebig, Künast, Heveling, Dr. Castellucci, Helling-Plach- und weitere Abgeordneter mit dem Titel Suizidprävention stärken. Die Abstimmung erfolgt auch namentlich. Sind die Urnen entsprechend besetzt? Das sehe ich. Das ist der Fall. Und ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Antrag auf Drucksache 19 7630. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir also die dritte namentliche Abstimmung. Und in dieser dritten namentlichen Abstimmung geht es um einen Antrag, den beide Gruppen, deren Gesetzentwürfe hier zur Abstimmung gestanden haben, gemeinsam eingebracht haben. Und das hat folgenden Grund, dass jetzt über diesen Entschließungsantrag abgestimmt wird, dass auch der zweite Gesetzentwurf, der hier zur Diskussion stand, nämlich der um die Gruppe Helling-Plach, so wurde er ja immer genannt, ein etwas liberalerer Ansatz. Und der hieß, assistierter Suizid unter Bedingungen, wenn man das mal sehr verkürzt sagt, auch der ist abgelehnt worden, hat keine Mehrheit gefunden hier im Parlament. Sagt Ihnen die Zahlen gerne nochmal, die Yvonne Markwas vorhin vorgetragen hat, 682 Mitglieder des Deutschen Bundestages haben abgestimmt. Davon haben Ja gesagt zu diesem Gesetzentwurf, 287. Aber eben 375 haben auch Nein gesagt. Und 20 haben sich enthalten. Damit ist auch dieser Antrag bereits in der zweiten Beratung abgelehnt worden und wird dann für eine dritte Abstimmung auch nicht mehr zugelassen. Das heißt, die Regelungen zum assistierten Suizid in Deutschland, die bleiben erst mal so, wie sie bislang gewesen sind. Das heißt aber auch, dass die ab, weil die letzte Regelung ja reklamiert worden war, die es gegeben hat, dass die Abgeordneten sich in absehbarer Zeit noch einmal neue Gedanken machen müssen zu dem Vorgang. Oder aber die Gesetzeslage bleibt so, wie viele sagen, unbefriedigend und nicht eindeutig genug, bleibt so, wie sie ist. Und ja, das wird wahrscheinlich auch eine große Mehrheit hier im Parlament nicht ruhen lassen, weiter in diesem Feld zu arbeiten und vielleicht doch noch zu einer Lösung zu kommen, einer gemeinsamen, die das Ganze dann etwas sicherer macht als bisher. Wir haben jetzt eben eine völlig neue Situation, weil, wie gesagt, auch der Entschließungsantrag hier namentlich abgestimmt wird über, auch das wird jetzt ungefähr knapp zehn Minuten dauern, bis die Abgeordneten ihre Stimmkarten eingeworfen haben. Dann wird ungefähr zehn Minuten ausgezählt. Deswegen schauen wir noch mal auf einzelne Redebeiträge, die wir zu der Debatte gesehen haben. Danach geht es dann weiter mit dem Tagesordnungspunkt Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Steuerwettbewegte. Ein Antrag bzw. eine große Anfrage der Unionsfraktion an die Bundesregierung zugrunde. Aber wie gesagt, jetzt noch mal Abstimmungsphase und dann Auszählung zum Entschließungsantrag. Der dürfte allerdings eine Mehrheit bekommen, weil nämlich beide Gruppen hinter diesem gemeinsamen, hinter diesem Entschließungsantrag stehen. Wir schauen noch mal auf einzelne Reden aus dem heutigen Vormittag, aus dieser intensiv und sehr ruhig geführten Debatte zum Thema Reform der Sterbehilfe. Und wir beginnen mit Lars Castellucci, der den weitestreichenden Antrag hatte. Hören Sie seine Begründung hier noch einmal. Aber wie wir schon gehört haben, auch dieser Gesetzentwurf hat im Parlament keine einfache Mehrheit gefunden. Lars Castellucci. Wir beraten heute abschließend über zwei Gesetzentwürfe zum begleiteten Suizid. Drei Jahre ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nun her. Aber die Menschen wissen nicht, wie sie einen Zugang zu diesem assistierten Suizid haben können. Und gleichzeitig sind Menschen möglichen Missbrauch auch schutzlos ausgeliefert. Das kann so nicht bleiben. Deswegen haben wir Regelungsbedarf. Die Menschen brauchen Rechtssicherheit, Klarheit, Schutz. Und das müssen wir heute leisten. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass es zur Selbstbestimmung jedes Menschen gehört, auch über sein Ende entscheiden zu können. Das müssen wir achten. Gleichzeitig hat uns das Gericht mitgegeben, dass wir nicht einfach diese Selbstbestimmung voraussetzen können, sondern es hat gesagt, dass wir als Gesetzgeber, das sind die Worte des Gerichtes, dafür Sorge zu tragen haben, dass es sich bei dem Entschluss, assistierten Suizid zu begehen, wirklich um eine freie Entscheidung handelt. Mit unserem Gesetzentwurf eröffnen wir erstmals Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, ein zurückbringendes Mittel für einen assistierten Suizid zu verschreiben. Und wir definieren ein Schutzkonzept, das diesen freien Willen der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wer organisiert, regelmäßig Suizidhilfe anbietet und sich nicht an das Schutzkonzept hält, der kennt nach unserem Entwurf die Konsequenzen. Er macht sich strafbar. Denn ein Schutzkonzept, das keine Konsequenzen hat, wenn man es verletzt, ist kein Schutzkonzept. Zudem hat unsere Gruppe von Anbeginn einen Antrag zur Suizidprävention vorgelegt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das Wichtigste. Niemand in diesem Land soll sich überflüssig fühlen. Niemand in diesem Land soll sich gedrängt fühlen in einen assistierten Suizid hinein, weil andere Hilfe nicht erreichbar ist. Bin ich im Alter oder in Krankheit gut versorgt? Kann ich mir das alles noch leisten? Das sind doch Fragen, die hinter Suizidgedanken stecken. Und auf diese Fragen müssen wir sozial- und gesundheitspolitische Antworten geben. Bessere sozial- und gesundheitspolitische Antworten. Und nicht einfach einen Wegweiser zum assistierten Suizid aufstellen. Ich bin froh, dass es gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag zu dieser Suizidprävention vorzulegen. Und ich werbe schon heute dafür, dass wir einen Weg finden, diesen auch gut zu begleiten hier im Parlament, so breit wie wir ihn einbringen, beispielsweise in einem fraktionsübergreifenden Parlamentskreis. Wir sollen also dafür Sorge tragen, dass der Entschluss, begleitend Suizid zu begehen, tatsächlich auf freiem Willen beruht. Was heißt das und wie geht das? Nun, das Gericht hat uns viele Hinweise dazu gegeben. Ich will einen nennen. Der freie Wille soll dauerhaft sein. Er soll fest gefasst sein. Aber Suizidgedanken schwanken eben meist. Selbst bei denen, die Suizid begehen und noch am Leben sind, weil er verfehlt ist, dieser Suizidversuch, sagen hinterher 80, 90 Prozent, sie sind froh, dass sie es überlebt haben. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, was nicht geht, ist einmal zu einer Beratungsstelle gehen, dort einen Beratungsschein bekommen, dann sofort das Rezept ausgestellt zu bekommen. So kann man die Dauerhaftigkeit von Suizidwünschen nicht feststellen. Das verletzt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Der Zugang zum assistierten Suizid muss ermöglicht werden, ohne daraus ein Modell zu machen. Menschen müssen vor Einflüsterungen oder in akuten persönlichen Krisen geschützt werden, und die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Das Geld, das jetzt für Suizidberatungsstellen vorgesehen ist, lassen Sie uns das in die Suizidprävention investieren. Es ist unsere Aufgabe, wir streiten heute über Paragrafen. Aber die Wirklichkeit werden wir mit diesen Paragrafen kaum erfassen können. Aber ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um die Einsamen, um die Zurückgelassenen, um die, die denken, sie fallen nur noch anderen zur Last, um die, die sich fragen, ist mein Leben noch etwas wert? Liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Fragen müssen Menschen mit sich selbst ausmachen. Aber wir als Gesellschaft sollten Ihnen zu rufen, ja, dein Leben ist etwas wert. Jedes Leben in diesem Land ist wertvoll. Und deshalb lassen Sie uns den begleiteten Suizid ermöglichen, aber nicht fördern. Ich bitte um Zustimmung. Lars Castellucci war das nochmal aus seiner, seine Rede von heute Morgen. Und inzwischen wissen wir, dass dieser Gesetzentwurf keine Mehrheit gefunden hat im Bundestag. Aber auch der andere Gesetzentwurf hat keine Mehrheit empfunden. Und für den war unter anderem mit eingetreten Renate Künast, nachdem sie vorher noch einen eigenen hatte mit anderen Abgeordneten, den dann aber zusammengelegt hat mit dem zweiten Gesetzentwurf. Was ist Ihre Reaktion auf dieses Ergebnis? Schade. Schade. Warum? Weil vor drei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Suizid ist logischerweise nicht strafbar und die Hilfe dazu auch nicht. Seitdem findet Hilfe statt und zwar recht unreguliert. Es gibt Vereine, die in Deutschland tätig sind. Ich hätte lieber eine Regelung gesehen, die tatsächlich auch auf fachlich gutes Personal abzieht, das bestimmte Fristen hat. Das ist nicht durchgekommen. Aber ich bin mindestens, so wie ich jetzt sage, schade, bin ich aber auch froh, dass die Castellucci-Regelung nicht durchgekommen ist, weil die einen Straftatbestand vorgesehen hat und zwar ziemlich schlecht juristisch gemacht. Das wäre ein Riesenrisiko für alle, die Hilfe leisten. Da sich viele Leute nicht täglich mit diesem Thema beschäftigen, frage ich es auch nochmal Stellvertretenden. Was haben wir denn jetzt konkret für einen Sachstand? Und was ist der genaue Punkt, den Sie sagen, der im Moment nicht gut ist, der deshalb hätte anders geregelt werden müssen? In Ihrem Sinne natürlich nach Ihrem Gesetzentwurf. Also da der Suizid, ich mache selber die letzte Handlung bei mir, um selbstbestimmt zu sterben, nicht strafbar ist, sagt das Bundesverfassungsgericht, ist die Hilfe, wenn Sie mir zum Beispiel ein Mittel besorgen und hier hinstellen, aber ich die letzte Handlung selber mache, sind Sie auch nicht strafbar. Außer Sie würden es mir zwangsweise einflößen oder spritzen. Das ist der Stand jetzt. Das ist der Stand heute. Und es gibt deshalb Vereine, die so tätig sind. Für die gibt es aber keine detaillierten Regeln. Welches Fachpersonal müssen die haben? Welche Fristen müssen zwischen erster und zweiter Beratung sein zum Beispiel? Das war mein Versuch, das heute hinzukriegen. Weil wir können tatsächlich das Verfassungsgericht nicht zurückdrehen. Das ist das Recht der autonomen Selbstbestimmung. Es gibt keinen Lebenszwang. Wir müssen es nur schützen, auch vor Fehlentscheidungen. Und eigentlich hätte für meine Begriffe da eine Regel reingehört, über Fristen, über Umfang der Beratung und über Überprüfung, ob qualifiziertes Personal da ist. Und dieses Minimum ist auch heute verhindert worden. Ich habe dann immer unter die Überschrift gesetzt, ermöglichen unter Bedingungen Ihren Gesetzentwurf, also Assistenten-Suizid ermöglichen, aber doch trotzdem klare Ansagen machen, was nötig ist. Beispielsweise Beratung haut ungefähr hin, nehme ich an. Ja, haut ungefähr hin. Aber wir haben nicht vorgeschrieben, dass es Psychiater oder Psychotherapeuten sein müssen. Wir haben auch nicht mit einer Strafvorschrift angefangen. Eine Strafvorschrift müsste man auch immer gut sein. Ich finde, im Strafgesetzbuch steht schon genug. Die Tötung auf Verlangen ist strafbar, Nötigung ist strafbar, fahrlässige Körperverletzung. Und jetzt ist es so, wenn man das praktisch betrachtet, dass die Menschen in der Praxis auch Ärzte und Ärzte Hilfe machen dürfen. Aber sie müssen sich selber überlegen, wie ungefähr die Regel sein könnte. Ich würde jetzt als Arzt überlegen, ich versuche irgendwie die Regeln zwischen diesen beiden Anträgen, die nicht durchgekommen sind, zu erfüllen, mit Fristen sie zu dokumentieren. In der Schweiz macht man das auch mit Videos, wo wirklich gezeigt wird, dass man die letzte Handlung selbst macht. Dann kommt immer der Staatsanwalt durchaus. Und dann kann man aber erklären, dass der andere wirklich frei war. So ungefähr wird es jetzt jahrelang laufen, weil ich denke, diese Legislaturperiode wagt man es nicht noch mal. Das war ja meine nächste Frage in der Tat gewesen, anknüpfend an das, was Sie gesagt haben. Ich unterstelle mal, dass viele Abgeordnete hier im Deutschen Bundestag, sonst hätte es ja diese beiden Gesetzentwürfe nicht gegeben, mit der jetzigen, jetzt gültigen Regelung nicht einverstanden sind. Ja, viele sind nicht einverstanden. Manche hatten auch die letzten anderthalb Jahre oder drei Jahre sich viel zu wenig damit beschäftigt, waren unsicher. Vielleicht ist auch nicht immer alles verstanden worden. Manche sind von Anfang an festgelegt. Okay, das ist ja auch richtig so. Aber es ist trotzdem so, nach dieser Anstrengung, wir sind ja über ein Jahr, also drei Jahre seit Verfassungsgericht, diskutieren wir seit letztes Jahr Ostern sehr intensiv mit allen Vorschlägen da. Und da denke ich, jetzt werden wir uns anderen Aufgaben zuwidmen. Und wenn überhaupt, dann die nächste Legislaturperiode wieder. Aber dann wird die Frage sein, wenn es keine Fehlentwicklung gibt, keine Fehlentwicklung, keine großen Strafverfahren, wird es vielleicht auch nie eine Regelung geben. Vielleicht ein letztes Wort noch zum Verlauf der Debatte. Wie haben Sie die empfunden? Es war, was es ja nicht so oft gibt im Deutschen Bundestag, sehr ruhig und sehr aufmerksam und zugehört. Das finde ich schon bemerkenswert. Also man war sich schon der Tragweite dieser Entscheidung bewusst, muss man sagen. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Das ist ja auch das Problem. Wir sitzen hier, müssen abstrahieren von unseren eigenen persönlichen oder religiösen Vorstellungen, wenn man die hat, und müssen eine allgemein gültige Regel in diesem Kontext hier finden. Ist nicht einfach, tun sich alle schwer mit. Und gut, wir haben es versucht. Renate Künast, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind an dem für Sie etwas unerfreulichen Tag, weil es keine Mehrheit gegeben hat für den Gesetzentwurf, den Sie mit unterstützt haben. Ich habe mit einem Auge, meine Damen und Herren, gesehen, dass ein größerer Kreis sich gebildet hat, um Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Mark, was wir versuchen noch rauszukriegen, was da gerade diskutiert wird. Aber im Moment wird ja im Hintergrund auch noch ausgezählt. Können Sie sagen, was es ist? Ja, ich bin mir sicher, das ist ja hier eine neue Verhaltensweise. Die Sitzung ist unterbrochen und sie holt ein paar Leute zum Gespräch, weil ja die Auszählpause ist. Das gibt es neuerdings, mal kleine Gespräche in der Sitzungsunterbrechung. Aber nicht ernsthaft irgendwie, dass hier irgendwie möglicherweise was nochmal neu aufgesetzt werden muss, irgendwas nicht regelgerecht gewesen ist? Müssen Sie uns da Gedanken machen? Nee, das nicht. Das glaube ich nicht, weil gar keine Regelverletzung da war. Das wird kein Stressgespräch sein. Sieht auch nicht so aus. Wir sehen aber durchaus ernste Minen, wenn wir das Ganze mal so auszählen. Wir haben einige Distanz zu dem Monitor, den wir hier haben. Wir sind mal gespannt, wie das nachher weitergeht. Die Sitzung ist, wie gesagt, nach wie vor unterbrochen. Wir warten auf das Abstimmungsergebnis zum Entschließungsantrag. Der sollte eigentlich eine Mehrheit finden. Da sind wir uns einig an der Stelle, weil er ja doch von beiden Gruppen, die hier Gesetzentwurfe vorgelegt haben, getragen war. Insofern müsste das reichen bei den doch heute trotz alledem sehr zahlreich einwesenden Abgeordneten. Und wir haben Ihnen schon einige Beiträge aus der Debatte heute Morgen gezeigt. Wir zeigen Ihnen einen weiteren, nämlich den von Stefan Pilsinger. Und der hatte sich ausgesprochen für den Gesetzentwurf der Gruppe Castellucci und andere. Wie wichtig es ist, den tatsächlichen autonomen Willen einer vermeintlich suizidwilligen Person festzustellen, bevor er das todbringende Medikament verschrieben wird, veranschaulicht das Beispiel des US-Amerikaners Kevin Hines. Den jungen Mann, der an einer bipolaren Störung und schweren Depressionen leidet, hatte plötzlich ein starkes Gefühl ergriffen, jetzt sterben zu wollen. Er sprang von der Golden Gate Bridge in San Francisco und überlebte im Gegensatz zu 99 Prozent der anderen gesprungenen Personen. Er erzählt selbst, dass er noch im freien Fall die Urnen relativ schnell zugemacht wurde. Und aus diesem Grund haben wir uns jetzt ein Stück weit auch zumindest mehrheitlich dazu entschieden, die dritte Abstimmung zu dem Antrag, nur die dritte Abstimmung zu dem Antrag zu wiederholen, und zwar um 12 Uhr und die Urnen sind 20 Minuten dann geöffnet. Und bis dorthin unterbreche ich die Sitzung, bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, alles entsprechend vorzubereiten und um 12 Uhr werden wir die dritte namentliche Abstimmung zum Antrag Suizidprävention stärken erneut durchführen. So, jetzt sind wir schlauer, dank Yvonne Marquas, der Bundestagsvizepräsidentin. Es gab doch Unstimmigkeiten, also war nicht einfach nur ein Gespräch unter Abgeordneten und der Bundestagsvizepräsidentin, sondern offensichtlich ist reklamiert worden, dass die Abstimmungsurnen für den Entschließungsantrag, den wir ja schon wiederholt angesprochen haben, und in dem es um das Thema Prävention vor allem geht, also mehr Prävention, um assistierte Suizide zu verhindern und mehr Angebote zu machen, damit die Menschen auch andere Wege finden, um dann sich doch gegen einen assistierten Suizid zu entscheiden. Dieser Zeit der geöffneten Urnen war ganz offensichtlich einigen Abgeordneten zu kurz. Wir konnten das hier natürlich in dem Geknubbel und nicht beurteilen, ob da tatsächlich einige nicht in der Lage gewesen sind, ihre Stimmkarten hier einzuwerfen. Deswegen wird diese Abstimmung, wie Yvonne Marquas eben gesagt hat, jetzt noch einmal wiederholt. Das muss dann halt so sein, wenn das Ganze nicht regelrecht stattgefunden hat und die Abstimmungszeit zu kurz war. Es ist allerdings, muss man sagen, eine Abstimmung zu einem Entschließungsantrag, der jetzt nicht gerade die umstrittenste Vorlage des heutigen Vormittags gewesen ist, sondern da dürfte sich eine breite Mehrheit hier im Parlament finden, weil, wie gesagt, beide Gruppen, die Gesetzentwurfe vorgelegt haben, sich auch für diesen Entschließungsantrag entschieden hatten und ihn mit unterstützt haben im Vorfeld. Nun wird also, wie gesagt, gleich noch einmal neu abgestimmt. Das heißt, die Sitzung ist ein weiteres Mal unterbrochen hier im Deutschen Bundestag. Und es gibt uns die Gelegenheit, den Beitrag von Stefan Pilsinger, den wir eben schon mal angespielt haben, jetzt auch noch mal ganz zu zeigen. Und dann schauen wir mal, wie dann der Stand der Dinge ist und wie es hier im Deutschen Bundestag heute weitergeht. Aber zunächst Stefan Pilsinger mit einem Plädoyer für den Gesetzentwurf Castellucci und andere, der, wie wir wissen, keine Mehrheit gefunden hat im Deutschen Bundestag. Wie wichtig es ist, den tatsächlichen autonomen Willen einer vermeintlich suizidwilligen Person festzustellen, bevor er das todbringende Medikament verschrieben wird, veranschaulicht das Beispiel des US-Amerikaners Kevin Hines. Den jungen Mann, der an einer bipolaren Störung und schweren Depressionen leidet, hatte plötzlich ein starkes Gefühl ergriffen, jetzt sterben zu wollen. Er sprang von der Golden Gate Bridge in San Francisco und überlebte im Gegensatz zu 99 Prozent der anderen gesprungenen Personen. Er erzählt selbst, dass er noch im freien Fall tief bereut habe, gesprungen zu sein. Drei Jahre lang war Kevin Hines nach seinem Suizidversuch in Krankenhäusern und einer geschlossenen Psychiatrie. Dort heilten nicht nur die gebrochenen Wirbeln und Beckenknochen. Er fand auch einen Weg, sich mit Medikamenten und einem regelmäßigen Tagesablauf zu stabilisieren. Er hat sich mit seiner Krankheit intensiv auseinandergesetzt und setzt sich selbst zum Ziel, anderen Menschen mit ähnlichen Problemen und Symptomen zu helfen. Seither engagiert sich Kevin Hines im Bereich der Suizidprävention. Wäre Kevin Hines von einem Sterbehilfeverein das schnelle Ende in harmonischer Atmosphäre mit einer schmerzfreien Pille angeboten worden, hätten er dies vielleicht in dieser Ausnahmesituation angenommen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, Menschen, die sich selbst in ihr Leben nehmen wollen, entscheiden sich meist nicht frei. Sie sind in einer Ausnahmesituation. Mindestens 90 Prozent der Menschen, die an einem Suizid versterben, haben nach Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe eine psychiatrische Erkrankung. 80 bis 90 Prozent der Menschen, die kurzfristig für sich beschließen, Suizid zu begehen, werten das im Nachhinein als Fehlentscheidung und vollziehen den Suizid dann doch nicht. Wenn man an den assistierten Suizid denkt, dann denkt man meistens an alte, leidende Personen, die am Ende ihres Lebens keine Schmerzen mehr leiden wollen. Aber um das geht es heute ja nicht. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das beschlossen hat, dass jeder Mensch den Zugang haben muss, einen assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen, ist es möglich, dass auch junge Menschen, die jung und gesund sind, einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen können. Das entspricht ehrlich gesagt nicht meinem Weltbild. Aber wir haben das Verfassungsurteil nun mal zu akzeptieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute eine Lösung finden für den derzeitigen aktuell ungeregelten Zustand. Ich arbeite nebenher neben meinem Mandat noch als Hausarzt und betreue in dieser Funktion auch noch Altenheime. Und wenn ich dort mit dem Pflegepersonal in Kontakt komme, dann sprechen mich viele relativ fassungslos darauf an, dass Sterbehilfevereine in diesen Einrichtungen tätig sind und Menschen dort auch durchaus ansprechen mit der Frage, ja, wollen Sie Ihren Angehörigen nicht mehr weiter zur Last fallen? Diese Menschen, die haben, wollten nie jemanden zur Last fallen. Dass solche Menschen einem solchen Druck ausgesetzt sind und dass es keine Regularien gibt, diese Sterbehilfevereine auf diese Menschen, sagen wir, loszulassen, und es keine Regelung gibt, diese Menschen vor diesem Druck zu schützen, das ist untragbar. Deswegen brauchen wir eine Lösung. Ich unterstütze den Antrag von Castellucci Heveling, weil es den Suizid zwar assistiert möglich macht, ihn aber nicht fördert. Wir brauchen ein klares Schutzkonzept. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es klare Wartezeiten gibt. Wie in dem eben genannten Beispiel ausgeführt, ist der Suizidwunsch oft ein sehr volatiler Gedanke. Das kann ich auch aus meiner ärztlichen Tätigkeit berichten. Und deswegen ist es richtig, dass vom ersten Beratungsgespräch ab bis zum Ende und dem assistierten Suizid auch eine gewisse Zeit besteht, um auch die Dauerhaftigkeit des Suizidwunsches zu überprüfen. Deswegen ist es richtig, dass es Wartezeiten gibt. Deswegen ist es richtig, auch gewisse Hürden einzuziehen, um den assistierten Suizid in Anspruch zu machen. Und ich halte es auch für wichtig, dass man psychiatrische Gespräche einzieht und auch notwendig macht. Es ist notwendig, psychisch kranke Menschen auch vor dem Druck zu schützen. Es ist notwendig, diesen Menschen auch zu helfen. Es kann doch nicht sein, dass diesen Menschen, die vielfältig, unerkannt unter uns leben, Corona hat es doch gezeigt, immer mehr Menschen leiden an psychiatrischen Erkrankungen. Diesen Menschen, denen muss doch geholfen werden. Und in einer Zeit, wo man teilweise drei Monate braucht, um einen Psychotherapieplatz zu bekommen, da kann es doch nicht sein, dass der assistierte Suizid schneller möglich ist als ein Therapieplatz. Deswegen brauchen wir diese psychiatrischen. Der Antrag der anderen Gruppe ist in meinen Augen viel zu freizügig. Er bietet kein Schutzkonzept. Und deswegen ist er abzulehnen. Ich denke, wir müssen heute eine Regelung finden, um die Rahmenbedingungen klarzuziehen. Wir müssen das Leben schützen, den assistierten Suizid möglich machen und ein klares Schutzkonzept bieten, um Missbrauch zu verhindern. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Stefan Pilsinger aus der Unionsfraktion mit seinem Plädoyer für den Gesetzentwurf, den ich hier mal zusammengefasst habe mit der Beschreibung Verbot mit Ausnahmen, nämlich mit hinreichender Beratung, zweifacher Beratung mit einem Abstand zwischen den Beratungen und einigen anderen Hürden. Das war der Plan der Gruppe um Lars Castellucci und andere. Aber auch dieser Gesetzentwurf hat ja, wie wir wissen, inzwischen keine Mehrheit gefunden. Inzwischen hat auch der zweite Gesetzentwurf, der hier heute zur Diskussion stand, keine Mehrheit erhalten von den Abgeordneten, sogar noch eine etwas deutlichere Anzahl an Nein-Stimmen. Und im Moment passiert was, was hier relativ selten passiert, im Deutschen Bundestag. Eine namentliche Abstimmung wird wiederholt. Offenbar hatten da einige Abgeordnete die nötigen Informationen nicht. Denn der dritte Punkt in dieser Debatte zur Reform der Sterbehilfe war ein Entschließungsantrag, den beide Gruppen, die Gesetzentwürfe vorgelegt hatten, hier gemeinsam eingebracht haben. Und normalerweise werden Entschließungsanträge offen abgestimmt, jedenfalls in aller Regel. Dieser sollte ebenfalls in einer namentlichen Abstimmung stattfinden. Und das war offensichtlich einigen Abgeordneten nicht bewusst. Deswegen hatten sie nach der zweiten Abstimmung und dem Ergebnisverkündung spätestens hier den Plenarsaalbereich verlassen. Und dann wurde reklamiert von den parlamentarischen Geschäftsführern bei der Bundestagsvizepräsidentin, dass die Abstimmungsurnen nicht lang genug geöffnet gewesen sind. Und dann hat es sich ein Einsehen gegeben bei Bundestagsvizepräsidentin Markwas. Und sie hat dann beschlossen, diese Abstimmung wiederholen zu lassen. Diese Wiederholung wird um 12 Uhr beginnen. Wir werden die Abgeordneten in knapp zehn Minuten Zeit haben, sich zu diesem Entschließungsantrag, der die Prävention vor Suizid in den Vordergrund stellt. Diese Abstimmung zu diesem Antrag dann zehn Minuten. Haben Sie dann die Gelegenheit zum Abstimmen? Und dann wird wieder zehn Minuten ausgezählt. Also es gehen, wenn ich mal kurz auf die Uhr gucke, noch einige Minuten hier ins Land. Und wir zeigen Ihnen die andere Pressekonferenz dieses Tages, die große Bedeutung hat. Beziehungsweise wo es eine große Reaktion gibt auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gestern, nämlich die abschließende Abstimmung zum Gebäudeenergiegesetz morgen nicht hier auf die Tagesordnung zu nehmen. Im Moment wird in der Koalition noch verhandelt, ob und wann es eine Sondersitzung geben soll. Aber wir sehen zunächst noch einmal die Pressekonferenz von Thomas Heimann. Der hat das verursacht. Der ist nämlich mit einem Eilantrag zum Bundesverfassungsgericht. Und das hat ihm gestern Recht gegeben mit der Begründung, die Beratungszeit könnte zu kurz gewesen sein. Aber um die Rechte von Abgeordneten nicht zu gefährden, hat das Bundesverfassungsgericht gestern gesagt, gut, dann setzen wir diese für morgen geplante abschließende Abstimmung aus und geben die Gelegenheit, noch länger drüber nachzudenken. Das sei wichtiger, als dieses Gesetz jetzt noch in dieser Woche tatsächlich hier zu verabschieden. In der Hauptsache ist damit noch nicht abschließend entschieden, ob die Beratungszeit wirklich zu kurz war. Aber eben, weil das Risiko besteht, durchaus, dass Rechte von Abgeordneten hier beschädigt geworden sein könnten, hat sich das Bundesverfassungsgericht für diese Entscheidung und diesen Entschluss entschlossen. Wir sehen also noch einmal Thomas Heimann. Wieder etwas länger als eben, als wir etwas früher rausgehen müssen. Und so nähern wir uns peu a peu, glaube ich, der gesamten Pressekonferenz an. Also jetzt der dritte Anlauf. Vielleicht hat der eine oder andere erwartet, dass ich jetzt hier mit Triumphgeheul antrete. Das will ich aber absichtlich nicht tun. Mir geht es auch ehrlich gesagt nicht um eine Genugtuung der Ampel gegenüber oder eine mediale Genugtuung. Denn wenn man ehrlich ist, leiden die Verfahren des Deutschen Bundestages seit Längerem, auch schon in der letzten Legislaturperiode, an mangelnder Sorgfalt, was insbesondere durch überhöhtes Tempo ausgelöst wird. Es ist jetzt in den letzten Monaten deutlich schlimmer geworden. Da hatten wir oder auch hatte ich auch anfangs durchaus Verständnis dafür, weil wir durch den Ukraine-Krieg ja in außerordentlichen Situationen geworfen waren, die auch ein schnelles Handeln des Parlaments erforderlich machen. In diesem Zeitdruck sind wir nicht mehr. Und dennoch sind die Verfahren in diesem konkreten Verfahren, des Heizungsverfahrens, aber auch schon in den Verfahren davor in der Regel so gewesen, dass wir am Dienstagabend oft auch erst um 23 Uhr noch 300 Seiten bekommen haben, die wir dann abschließend am Mittwochmorgen um 9 Uhr behandelt haben. Das ist auch mal schon in der letzten Legislaturperiode während der Großen Koalition vorgekommen. Das habe ich damals auch schon, ich habe es extra mitgebracht, öffentlich in diesem Buch kritisiert, weil ich jetzt nicht so einseitig sein will und sage, nur die anderen sind doof und wir machen immer alles richtig. Das stimmt natürlich nicht. Aber mir ist es seit langem ein Anliegen, dass wir zu besseren Gesetzgebungsverfahren kommen. Das ist sozusagen die erste Bemerkung, die ich dazu gerne machen will. Das zweite ist, weil Sie es sicher interessiert, sonst würden Sie es fragen, was heißt denn das jetzt eigentlich für das konkrete Verfahren? Erstens, zum Inhalt des Heizungsgesetzes hat das Bundesverfassungsgericht natürlich gar nichts gesagt. Das habe ich auch gar nicht beantragt und das konnte ich auch gar nicht beantragen, sondern es ging ausschließlich um die Frage, wie weit geht das Recht des Parlaments. Zweitens, wenn die Ampelmehrheit jetzt nicht in ein ordentliches Verfahren einsteigt, das die Wiederaufnahme der Ausschussberatungen auch vorsieht, dann laufen Sie Gefahr, dass das Gesetz formell verfassungswidrig ist. Was heißt das? Ein Gesetz muss materiell verfassungsmäßig sein, sprich, es darf die Grundrechte nicht verletzen und so, das wissen Sie alles. Es muss aber auch ordnungsgemäß zustande gekommen sein. Ich will ein extremes Beispiel sagen. Nehmen wir mal an, der Bundesrat hätte nicht zugestimmt. Dann ist ein Gesetz formell verfassungswidrig und gilt dann nicht. Und wenn jetzt das Verfassungsgericht auf meine Antrag hin Bedenken geäußert hat zur formellen Verfassungswidrigkeit, dann trägt das jetzt kommende Verfahren, das die Ampel bestimmen wird, das Risiko, dass, wenn Sie es nicht ordentlich machen, das Gesetz formell verfassungswidrig ist. Das könnte ich gar nicht feststellen im Organstreit. Das würde in einem Organstreit zwischen dem Bundestag und mir gar nicht festgestellt werden, weil der Organstreit geht nur um die Rechte des Abgeordneten, nicht um die Verfassungsgemäßheit eines Gesetzes. Aber eine Verfassungsbeschwerde zu diesem Gesetz kommt so sicher wie das Arme in der Kirche. Und deswegen kann man die Ampel nur auffordern, jetzt das Verfahren so zu machen, dass das Gesetz keine formelle Verfassungswidrigkeit in sich trägt. Insofern habe ich der Ampel aus meiner Sicht einen Gefallen getan, weil, stellen Sie sich mal vor, ich hätte den Organstreit nicht angefangen, dann hätten Sie das ja jetzt verabschiedet und dann wäre das Gesetz formell verfassungsmäßig mindestens mal angreifbar, um es ganz vorsichtig zu sagen. Aber wenn Sie das gelesen haben gestern Abend, dann haben die schwerste Bedenken. Und das heißt, eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz hätte Erfolg gehabt und dieser Erfolg hätte dann dazu geführt, dass das Gesetz irgendwann in einigen Monaten oder gar Jahren aufgehoben worden wäre. Und das wäre für den Klimaschutz aus meiner Sicht die allerschlechteste Lösung gewesen, weil die Unsicherheit ja erst recht groß geworden wäre. Das klingt ein bisschen paradox, aber ich hoffe, ich habe den Punkt klargemacht. Deswegen ist das Mindeste, dass der Ausschuss sich jetzt noch mal gründlich mit den Bedenken und Einzelfragen der Expertenanhörung kümmert. Das war ja einmal das ganze Thema Förderung, das mit dem Gesetz verbunden ist. Zweitens die Vernetzung mit der kommunalen Wärmeplanung. Und drittens gab es noch eine ganze Menge Einzelfragen, zum Beispiel, was ist eigentlich ein Quartier und warum ist das Quartier in diesem Gesetz anders definiert als in anderen Gesetzen. All diese ja gar nicht politisch groß streitigen, aber handwerklich sehr bedeutenden Fragen müssen ordentlich erledigt werden. Und dann würde ich noch gerne etwas Drittes sagen. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Verfahren des Deutschen Bundestages leiden seit Längerem an Übereilung, an Hetze und aus diesem Grund an mangelndem Sorgfalt. Das Bundesverfassungsgericht hat angekündigt in der Entscheidung gestern, dass es sich auch sehr gründlich mit dieser Frage auseinandersetzen will, was sind eigentlich die verfassungsrechtlichen Mindeststandards, die geboten sind. Ich meine aber als Mitglied des Verfassungsorgans Bundestag, dass wir als Abgeordnete parteiübergreifend uns jetzt zusammensetzen müssen und nicht auf Karlsruhe warten, die dann irgendetwas festlegen, sondern wir sollten uns die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages ansehen und überlegen, was sind denn in welchen Szenarien, also es ist besonders eilig und es ist nicht so besonders eilig, welche Mindestverfahren eigentlich notwendig sind, denn das könnten wir eigentlich alleine entscheiden. Und wir haben jetzt einen Weckruf aus Karlsruhe bekommen und dieser Weckruf aus Karlsruhe, den sollten wir jetzt nutzen und hören, um dafür zu sorgen, dass wir zu einer besseren Gesetzgebungspraxis in Deutschland kommen. Das würde die Demokratie stärken, es würde den Parlamentarismus stärken, es würde den Deutschen Bundestag stärken. Und ich finde, genau das wäre mehr als angezeigt. So, da sind wir wieder auf der Plenarsaal-Ebene des Deutschen Bundestags in der Westlobby, wo es heute etwas unruhiger zugegangen ist als an anderen Tagen. Im Moment oder gleich wird Bundestagsvizepräsidentin Markwas eine Abstimmung, die schon einmal stattgefunden hat, noch einmal aufrufen, denn es haben sich eine ganze Zahl von Abgeordneten bei ihr beschwert, dass diese Abstimmungszeit für sie zu kurz gewesen sei. Das scheint unter anderem auch damit zu tun gehabt zu haben, dass die Abgeordneten gedacht haben, dass der dritte Antrag hier einfach per Hand aufheben nur abgestimmt wird. Aber hören wir ganz kurz rein, was Yvonne Markwas gerade sagt. Vor 12.20 Uhr noch einmal darüber informieren. Die Urnen sind besetzt und ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Antrag auf der Drucksache 7630. Da wir uns vereinbart haben mit der Tagesordnung. So, da hat Yvonne Markwas noch einmal den Abgeordneten auf den Weg gegeben, wie es jetzt weitergeht. Und jetzt auch noch einmal zur Erklärung geht es ein bisschen durcheinander, aber es passiert leider an solchen Tagen wie heute. Also jetzt hat sie noch einmal gesagt, was uns vorhin auch nicht ganz klar war. Es wird jetzt, wie gesagt, aufgerufen. Die Abstimmung ist geöffnet, aber es geht auch im Plenum weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Und den erläutert Ihnen jetzt Jeannette Clark. Und da erfahren Sie nun alles, was Sie wissen müssen zum weiteren Verlauf dieser Sitzung des Deutschen Bundestags. Ja, vielen Dank, Erhard Schärfer. Genau, der Bundestag geht jetzt sozusagen in seine Tagesordnung über, die heute an diesem doch langen Sitzungstag ja auch noch abgearbeitet werden muss. Und einige wichtige Entscheidungen sind ja auch dabei. Es geht jetzt im folgenden Tagesordnungspunkt, den Yvonne Markwas gerade aufgerufen hat, um die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Steuerwettbewerb. Diese Debatte findet auf Grundlage einer großen Anfrage der CDU-CSU-Fraktion statt. Und es gibt darauf auch eine Antwort der Bundesregierung. Die Große Anfrage der Union bezieht sich auf eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Aus dem Januar laut Experten nimmt Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit ab. Der Grund, zu viel Bürokratie, hohe Steuerlast, sinkende Innovationsbereitschaft. Und darüber wird jetzt debattiert. Die Union macht den Auftakt. Fritz Günstler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns jetzt mit der Großen Anfrage der CDU-CSU-Fraktion zum Thema Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Steuerwettbewerb. Wir haben diese Anfrage gestellt in einer Zeit, als einiges im Umbruch ist. Wir müssen beobachten, dass wir in einer technischen Rezession sind. Wir haben zwei Quartale mit sogenannten negativen Wachstum. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Wachstumserwartungen immer weiter zurückgeschraubt werden. Das liegt zum Teil und nicht unerheblich an den Krisen, die wir gemeinsam durchstehen müssen. Die Corona-Krise, der Krieg, die Energiekrise. Aber es ist schon interessant zu beobachten. Darum war es auch gut, dass die Union gestern dazu eine Aktuelle Stunde hier im Haus gemacht hat. Dass die Entwicklungen des Wachstumsraten sehr unterschiedlich in der Eurozone laufen. Im Durchschnitt werden wir in der Eurozone ein Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent haben und in Deutschland von lediglich 0,2 Prozent. Wenn man nur dieses Delta zum Durchschnitt nehme, obwohl wir ja vielleicht den Anspruch haben, auch in Europa vorne dabei zu sein, sind das 1,4 Prozent. Dem steht äquivalent gegenüber ein Verlust von Volkseinkommen von 55 Milliarden Euro, woraus ja auch wieder Mehreinnahmen für den Fiskus resultieren könnten durch die Steuereinnahmen im hohen zweistelligen Milliardenbetrag. Das Ganze bedeutet also, und ist leicht festzustellen, dass wir eine Sonderkrise in Deutschland haben. Und diese Sonderkrise hat einen Namen, und das ist die Ampelkoalition, meine Damen und Herren. Diese Schwäche der deutschen Wirtschaft ist hausgemacht. Diese Ampel macht Deutschland ärmer, weil sie nicht handelt, meine Damen und Herren. Gucken Sie sich die Zahlen an. Arbeitslosenzahlen steigen signifikant, obwohl wir im Sommer sind. Die Insolvenzen hatten wir im ersten Halbjahr um 8.400 Insolvenzen. Das ist ein Anstieg von 16 Prozent. Wir müssen feststellen, dass wir eine schleichende Deindustrialisierung in unserem Land haben. Wir haben in 2022 einen Kapitalabfluss von 135 Milliarden Euro gehabt und nur Auslandsinvestitionen von 10 Milliarden Euro. Das gab es noch nie. Wir sehen das Kapital. Die Unternehmen flüchten aus unserem Land, und das hat einen Grund. Und auch das ist, meine Damen und Herren, die Ampelregierung, die nicht handelt. Wir sehen Auftragsrückstände in der deutschen Wirtschaft. Der IFO-Geschäftslimaindex ist auf dem Tiefstand seit der Corona-Krise. Es muss also dringend gehandelt werden. Und wenn man sich dann ansieht, die Antwort der Bundesregierung, ich weiß immer gar nicht, ob das wirklich die Antwort der gesamten Bundesregierung ist, wenn ich sie so gelesen habe, dann ist schon erstaunlich, dass sie in der Analyse gar nicht so weit von uns weg sind. Wenn ich dort lese, dass Steuerpolitik ein bedeutender Standortfaktor ist, ist das, was die Union schon immer vertreten hat, aber nicht unbedingt auf der linken Seite dieses Hauses vertreten wurde. Und ich zitiere aus der Antwort, die im internationalen Vergleich hohe Unternehmenssteuerbelastung hat Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, Sie haben in der Analyse gar kein Problem. Da sind wir sogar deckungsgleich. Wir müssen aber leider feststellen, dass Sie nichts tun. Und es ist dringender Handlungsbedarf angesagt. Wir haben in Deutschland, das verweisen Sie auch in Ihrer großen Anfrage, mittlerweile eine Belastung bei Kapitalgesellschaften, der nahezu bei 35 Prozent liegt, wenn sie in einer Stadt mit hohen Gewerbesteuerhebesätzen liegen. Die Belastungen für die Unternehmen sind groß. Und wir liegen in der EU in einem Schnitt von 20 Prozent. Das heißt, das sind 10 bis 15 Prozent Unterschied, wo Sie Investitionen rechenbar machen müssen. Und das sind natürlich Nachteile, die wir haben. Von daher, Deutschland ist Höchsteuerland. Und das müssen wir ändern und sollten wir gemeinsam ändern und auf den Weg bringen, meine Damen und Herren. Und dafür gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die wir in diversen Anträgen eingebracht haben. Und ich auch vernommen habe vom Bundesfinanzminister Lindner in dem Wettbewerbsstärkungsgesetz, das ja ursprünglich mal kommen sollte, dass dort einige Dinge enthalten sind, auf die wir alle warten, sehnsüchtig warten, damit wir die Dinge in Angriff nehmen können, damit wir unseren Standort Deutschland attraktiver gestalten. Es geht um die Steuerbelastung von thesaurierten Gewinnen. Also Gewinne, die im Unternehmen bleiben, müssen niedriger besteuert werden, damit die Unternehmer die Liquidität haben, die wichtigen Investitionen bei der Transformation zu leisten. Wir brauchen eine Verbesserung der Optionsmodelle und auch der Thesaurierungsbegünstigungen. Das heißt, wir müssen zu einer rechtsformneutralen Besteuerung kommen. Wir müssen Personengesellschaften den Kapitalgesellschaften gleichstellen, weil derzeit ist es bei den Personengesellschaften so ist, dass sie den individuellen Tarifzahlen eine weitaus höhere Belastung. Auch da haben sie Ankündigungen gemacht, sogar in ihrem Koalitionsvertrag. Aber wir sehen da nichts. Ein weiterer entscheidender Punkt der erheblichen Erleichterung bringen wir in der Verbesserung der Verlustverrechnung. Das bringt Liquidität in die Unternehmen. Das geht um den Rücktrag, den sie schon auf zwei Jahre geschoben haben oder erhöht haben, was gut war. Da geht vielleicht noch mehr, aber auch in der Höhe ist er begrenzt. Wir müssen bei der Mindestbesteuerung nach vorne einiges machen, und wir müssen uns letztendlich mit den Abschreibungsbedingungen beschäftigen. Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass Sie in Ihrem Koalitionsvertrag eine Superabschreibung angekündigt haben, die noch 2022 kommen sollte. Wir sind jetzt Mitte 2023, und wir sehen von dieser Superabschreibung noch gar nichts. Ich habe auch vernommen in den Medien, Frau Beck nickt schon, dass sie das sehr scharf kritisiert hat, dass das Bundesfinanzministerium hier noch nicht weiter ist. Die Unternehmen warten darauf. Jetzt muss ich sehen, die Investitionsprämie, wie sie jetzt ja heißt, soll jetzt ja auch nicht mehr für die Investitionen in die digitale Wirtschaft, sondern nur noch für den Klimaschutz erfolgen. Von daher ist es egal, was Sie machen. Aber machen Sie endlich mal, weil wir wissen, woran wir sind. Von daher gibt es viel zu tun. Sie geben eigentlich in der Großen Anfrage die richtigen Antworten. Die Analyse ist schlecht. Leider handeln Sie nicht. Handeln Sie endlich. Herzlichen Dank. Sagt Fritz Günstler hier für die Unionsfraktion, hat er diese Debatte eröffnet. Also eine große Anfrage mit der Antwort der Bundesregierung. Und zu diesem Thema wird er debattiert über die Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt hören wir den nächsten Redner. Herr Pasar Mavi für die SPD. Wir beschäftigen uns in einer parlamentarischen Debatte mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und einer Studie, die von der Union entsprechend für ihre Deutung herangezogen wird. Das ist auch ihr gutes Recht als Opposition. Wenn man sich aber mal so umschaut, dann wird das Bild vielleicht etwas differenzierter. Je nach zitierter Studie zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit sind die Botschaften und Ergebnisse andere. Beim Standortvergleich des WEF sind wir international auf Platz sieben. Beim Standortindex des Instituts der deutschen Wirtschaft sind wir als Industriestandort sogar auf Platz vier. Und noch viel wichtiger, und das vielleicht als Gegenthese zu dem Eindruck eines dauerhaften Kapitalabflusses aus Deutschland mit dem Blick auf Hightech und Zukunft. Deutschland ist in einer brandneuen, groß angelegten Studie zum Thema erneuerbare Energien auf Platz zwei, direkt hinter den Vereinigten Staaten gelandet, als zweitattraktivster Markt weltweit für Investitionen in erneuerbare Energien. Wir sollten unseren Standort nicht schlechtreden, sondern schauen, was wir in dieser Legislatur hinbekommen. Und mit dem Blick auf milliardenschwere Investitionen in Halbleite und grüne Stahlfertigung geht da ordentlich was, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich zitiere nur die Studien. Ich weiß nicht, wo Ihre Realität ist. Eines ist vielen seriösen Analysen und Studien gemein und findet auch unsere Zustimmung. Globale Wettbewerbsfähigkeit darf nicht gleichgesetzt werden mit billigen Arbeitskräften, einem für Staaten ruinösen Steuerwettbewerb oder einem Mangel an gesetzlichen Regelungen, die zu mehr Rechtsunsicherheit und Missbrauch führen. Es geht vielmehr jenseits des Punktes, der Ihnen so wichtig ist, Steuertarif, Steuersatz, Steuersenkung, um so viel mehr die Qualität öffentlicher Güter, Bildung, Infrastruktur, Rechtsstaatlichkeit und Stabilität der Demokratie und Reformen zur Gestaltung des Wandels. Gestaltung des Wandels, also genau das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und CSU, was wir jetzt gegen Ihren Willen zum Beispiel bei der Fachkräfteeinwanderung als Ampel in diesem Bundestag durchgesetzt haben. Um alle diese Stärken, unsere Standorte zu erhalten, muss der Standort handlungsfähig bleiben, und wir müssen investieren, auch in finanziell angespannten Zeiten. Um jetzt noch mal zum Thema Steuerpolitik zurückzukommen, jetzt kommt der Kollege Günzler wieder, der gerade bestimmt abgestimmt hat, möchte ich ausnahmsweise nicht die Antwort der Bundesregierung zitieren, sondern den geschätzten Kollegen Günzler in einer ganz ähnlichen parlamentarischen Debatte hier im Bundestag vom 21. Februar 2019, wo es wieder mal um das Thema Wettbewerbsfähigkeit und wieder mal um das Thema ZEW-Studie ging. Zitat mit Erlaubnis der Präsidentin. Und ich glaube, wir brauchen nicht nur die Satzdiskussion und die Belastungsdiskussion, sondern müssen auch über die Modernisierung unseres Unternehmenssteuerrechts nachdenken. Sehr richtig, lieber Kollege. Wir denken als Ampel nicht nur darüber nach, sondern wir werden dieses Thema Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts auch konkret angehen. Wir freuen uns auf die Beratung des vom Bundesminister der Finanzen angekündigten steuerlichen Wachstumspakets. Genau die Themen, die Sie auch adressiert haben, Tesaurierungsbesteuerung, Überprüfung des Optionsmodells, steuerliche Forschungsförderung und vor allem die Umsetzung der Investitionsprämie, um über die Steuerpolitik Investitionen in den Klimaschutz zu stärken bis hin zur Umsetzung der globalen Mindeststeuer. Unsere Steuerpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss genau eins sein, zielgerichtet und zielgenau in der Lenkungswirkung. Wir wollen keine gigantischen Steuersenkungsprogramme à la Trump, die unter anderem am Ende in großen Mengen in Aktienrückkaufprogrammen der Konzerne gelandet sind und damit die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand zurückgefahren haben. Das wäre kein Fortschritt, was Sie wollen. Das wäre ein großer Rückschritt für unser Land. Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Vielen Dank. Sagt Passa Marwi für die SPD-Fraktion. Ja, was sind die Standortfaktoren, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu fördern? Darüber wird hier debattiert. Jetzt hören wir als Nächsten in dieser Aussprache für die AfD-Fraktion den Abgeordneten Klaus Stöber. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kollegen! Liebe Gäste auf der Tribüne! Ich möchte mich gleich mal ausdrücklich bei der CDU-CSU-Fraktion bedanken, dass Sie das Thema hier im Plenum eingebracht haben. Fakt ist doch, dass wir uns im Finanzausschuss und auch speziell hier im Plenum viel zu wenig mit dem Thema Steuern befassen. Da wahrscheinlich einige vergessen zu haben, dass ohne Steuern haben hier gar nichts bewegt werden könnte. Frau Baerbock könnte keine Millionen im Ausland verschenken. Die EU würde als wichtigste Beitragszahler ausfallen und die großzügigen Subventionen und angeblichen Geschenke, die Sie hier im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz verteilen wollen, die wären auch finanziell gar nicht möglich. Aber nur das Heizungsgesetz ist ja nun erst mal vom Bundesverfassungsgericht von der Tagesordnung runtergenommen worden. Ich denke mal, das war eine gute Entscheidung. Die Frage ist natürlich, empfinden die Bürger das jetzige Steuersystem als gerecht und schränken die hohe Steuerlast die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes ein. Spannend finde ich dann in diesem Zusammenhang einen Blick auf die Steuersätze im internationalen Vergleich. Bulgarien 10 Prozent, Ungarn 9 Prozent, Litauen 15 Prozent, Rumänien 16 Prozent, Tschechien und Polen 19 Prozent und Kriegen dann 22 Prozent. Wenn man dann im Vergleich mal schaut, wer sind denn die Hauptempfängerländer innerhalb der EU? Das sind genau dieselben Länder, die auf dieser Liste stehen. Das ist doch interessant, dass die Länder, die ihren Bürgern die wenigsten Steuern abverlangen, genau die Länder sind, die von der EU das meiste Geld bekommen. Das heißt, wir finanzieren im Prinzip die Steuerprogramme der europäischen Länder. Das, denke ich mal, ist nicht der Sinn der EU. Der Wunsch ist auch nicht, dass Deutschland als Hauptzahl mit rund 22 Milliarden Netto die vergleichsweise höchste Steuerbelastung hat. Da ist der Hinweis in dem Bericht auf die Mindeststoffe von 15 Prozent auch nicht hilfreich, denn wenn Sie die Steuersätze, die ich gerade vorgelesen habe, nachverzogen haben, die meisten liegen ja bereits innerhalb dieser Grenze oberhalb von 15 Prozent. Das entspricht ja genau diesem Körperschaftsteuersatz, den wir in Deutschland haben. Nur was Sie natürlich immer ignorieren, in Deutschland, und das ist ein Unikum in Europa, bezahlen wir neben der Körperschaftsteuer eben auch Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer bringt den Gesamtsteuersatz des Unternehmens natürlich deutlich in die Höhe. Wir liegen dann insgesamt bei rund 30 Prozent. Das ist der Höchstwert in Europa. Das trifft insbesondere die mittelständische und kleine Industrie, die Wirtschaft am härtesten. Während Frankreich im letzten Jahr seinen Unternehmenssteuersatz deutlich reduziert hat, sind wir in Deutschland weit davon entfernt. Die Gewerbesteuer ist ein Fremdkörper im internationalen Steuervergleich. Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen wollen, müssen wir diese reformieren oder sogar abschaffen. Ich weiß, die Gewerbesteuer ist für viele Kommunen die Haupteinahmequelle im Haushalt. Deswegen müssen wir natürlich adäquate Instrumente finden, zum Beispiel an der höheren Beteiligung der Kommunen an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer. Das würde auch den Kommunen wesentlich helfen, weil wir haben jetzt gerade bei Corona gesehen, dass gerade die Gewerbesteuer eine hohe Variabilität hat und natürlich die Kommunen dadurch in höhere Schwierigkeiten bekommen haben. Man könnte natürlich klar mal sagen, jedes Unternehmen kann ja selbst frei wählen, ob es eine GmbH-Kunde oder ein Einzelunternehmen. Richtig. Ja, aber bei Einzelunternehmen liegen Sie ja schon bei 63.000 Euro Einkommen am Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Ja, und das ist auch wieder Mittel im Europaspitzenwert. Wir brauchen also kein ständiges Rumstochern in irgendwelchen bestehenden Systemen. Wir brauchen eine einheitliche Unternehmenssteuer, unabhängig von der Rechtsform, welche insbesondere kleine und Mittelunternehmen entlastet. Wir brauchen eine deutliche Anhebung des Grundfreibetrages, eine deutliche Streckung des Tarifs, den der Spitzensteuersatz viel später einsetzt. Und wir brauchen vor allen Dingen eine Vereinfachung im Steuerrecht und die Abschaffung vieler Sonderratbestände. Da lade ich Sie gerne ein, gemeinsam eine wirkliche Unternehmenssteuerreform mit uns auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Und bevor ich die nächsten Redner aufrufe, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass noch die namentliche Abstimmung geöffnet ist. Und ich werde nach dem nächsten Redner die namentliche Abstimmung schließen. Darum bitte ich die Abgeordneten, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, dies jetzt zu tun. Vielen Dank. Das ist jene namentliche Abstimmung über einen fraktionsübergreifenden Antrag. Da geht es um die Suizidprävention. Diese Abstimmung läuft vom vorherigen Tagesordnungspunkt hier noch im Hintergrund. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Demokratie lebt von der Diskussion, der Partizipation, den Ideen und dem Austausch der vielen. Demokratie lebt auch und vielleicht ganz besonders von der Opposition, von einer guten, weil konstruktiven Opposition. Eine Opposition, die sich nicht nur als Kontrollinstanz der Regierung versteht, sondern gute Vorschläge macht und ein kohärentes Zukunftsbild für Wirtschaft und Gesellschaft entwirft. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union! Ich habe Sie bereits im April bei unserer Debatte zur Einbringung der Großen Anfrage gefragt, wie denn für Sie das wettbewerbs- und zukunftsfähige Geschäftsmodell unseres Landes aussieht. Nach wie vor hören wir von Ihnen dazu nichts. Lediglich einen Punkt betonen Sie überall und repetitiv. Endlich zielgerichtete Steuersenkungen auf den Weg bringen. Aber Wettbewerbsfähigkeit, gute Arbeit, klimaneutraler Wohlstand, all das ist nicht nur eine Frage von Steuersenkungen. Es ist auch eine Frage von der Ausgestaltung des Bildungssystems, der Verfügbarkeit von Kapital und Ressourcen, von Arbeitsmarktregulierung oder von guter Infrastruktur. Es ist ein Zusammendenken von Wirtschaft, Sozial- und Klimapolitik. Ich will mit zwei Mythen aufräumen, die Sie immer wieder erzählen. Fangen wir mal an mit dem viel zitierten Mythos des Hochsteuerlands Deutschland. Die Abkommenquote in Deutschland, also das Verhältnis der Steuern und Sozialabgaben zum BIP, liegt bei 39,5 Prozent im Jahr 2021. Mit dieser Quote, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat Deutschland eine niedrigere Quote als Norwegen, Niederlande, Finnland, Österreich, Italien, Belgien, Frankreich und Dänemark. Deutschland liegt im Mittelfeld des westeuropäischen Durchschnitts. Darüber hinaus sind in dieser Zahl, also der OECD-Statistik, die Sie zitieren, drei essentielle Aspekte nicht mit berücksichtigt. Erstens sind die indirekten Steuern, wie die Umsatzsteuer, nicht enthalten, die in Deutschland vergleichsweise niedrig sind. Zweitens werden vielfältige Möglichkeiten, die in Deutschland gelten, um Kosten von der Steuer abzusetzen, nicht berücksichtigt. Und drittens werden keine vermögensbezogenen Steuern, wie die Erbschaftssteuer oder die Steuer auf Kapitalerträge inkludiert, die in Deutschland sehr niedrig ausfallen. Wer also nur auf die Einkommensteuer und die Sozialbeiträge kalibriert, der hat schlecht recherchiert. Der zweite Mythos, Steuereinnahmen auf Rekordniveau. Dazu ein paar Zahlen. Von 1966 bis 2016 wurden in Deutschland in 43 von 51 betrachteten Jahren Steuerrekordeinnahmen verbucht. In Luxemburg und Belgien war dies in 50 von 51 Jahren der Fall, in Frankreich und Großbritannien in 49 von 51 Jahren. Steuerrekorde, wie Sie es nennen, sind schlicht ein Ausdruck einer normalen volkswirtschaftlichen Entwicklung. Wenn die Wirtschaft wächst, wenn die Preise steigen, wenn man in keiner Wirtschaftskrise, Rezession oder Deflation gegenübersteht, dann sind steigende, nominale Steuereinnahmen schlicht Ausdruck von Wirtschaftswachstum und Preisentwicklung. Betrachten wir die Steuereinnahmen relativ zum BIP, also die Steuerquote, dann kann ich nicht nachvollziehen, wo Sie Rekorde erkennen. Zurückgerechnet bis 1965 befinden wir uns im absoluten historischen Durchschnitt der Steuereinnahmen in Deutschland relativ zur Wirtschaftsleistung. Und ich erinnere Sie gern, was wir als Ampel im letzten Jahr umgesetzt haben. Wir haben Entlastungspakete in Milliardenhöhe für die Bürgerinnen und Bürger geschnürt wie niemals zuvor. Ich spare mir an dieser Stelle die Aufzählung der einzelnen Maßnahmen. Das Inflationsausgleichsgesetz entlastet rund 48 Millionen steuerpflichtige Bürgerinnen und Bürger, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner, selbstständige, selbsthaftende Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich hätte mir da auch eine stärkere Konzentration auf kleinere und mittlere Einkommen vorstellen können. Aber so ist das dann halt in einer Koalition. Mit der elften Novelle des GWB stärken wir den fairen Wettbewerb. Davon werden gerade kleinere und mittlere Unternehmen profitieren. Und selbst wenn keine Ludwig Erhard Büste mehr im Wirtschaftsministerium steht, so schaffen wir Vertrauen in die sozialökologische Marktwirtschaft, Vertrauen, das wir als demokratische Parteien dringend wieder stärken müssen. Das Gegenteil von zukunftsfähiger Politik ist die Beibehaltung von Fehlanreizen für klimaschädliches Verhalten und die Förderung fossiler Abhängigkeiten. In einer funktionierenden Marktwirtschaft müssen Preise auch die ökologische Wahrheit abbilden. Steuerliche Subventionen für Diesel, für Kerosin, für manche Dienstwagensegmente an manchen Stellen befördert unser Steuerrecht die Klimakrise. Hier kann gute Ordnungspolitik ansetzen. Eine aktuelle Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hat gerade Wege aufgezeigt, wie sich Klima- und Finanzpolitik sinnvoll verzahnen und Gegensätze auflösen lassen. Der Abbau umweltschädlicher Subventionen ist keine Steuererhöhung, sondern die Korrektur ordnungspolitisch schwalzischer Anreize. Aber wir haben viel zu tun im Steuerrecht. Wir haben viel zu tun bei der Modernisierung unserer Finanzverwaltung. Eine stärker digitalisierte Steuer- und Finanzverwaltung hätte zum Beispiel eine zielgenaue Auszahlung der Energiepauschalen aus dem letzten Jahr ermöglicht. Die Hilfen hätten so auch sehr viel schneller erfolgen können. Und auch deshalb brauchen wir die Verknüpfung von Steuer-ID und den Bankdaten der Bürgerinnen und Bürger. Auch für unsere Unternehmen sind eine moderne Verwaltung und ein agiler Standort relevant. Deswegen müssen wir an dieser Stelle besser und schneller werden. Herzlichen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, komme ich zurück zur namentlichen Abstimmung. Zum Zusatzpunkt 16. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, was seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die namentliche Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis werde ich Ihnen später bekannt geben. Wir kommen zum nächsten Redner. Ja, und was die Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Mack was jetzt noch mal gesagt hat, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie sich jetzt erst zuschalten, der Bundestag hat ja heute Morgen debattiert und auch abgestimmt über das Thema Sterbehilfe. Eine gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe in Deutschland, die ist vorerst gescheitert. Denn im Bundestag verfehlten zwei Gesetzentwürfe, die Bedingungen und Voraussetzungen jeweils formuliert hatten, jeweils eine Mehrheit. Abgestimmt wurde dann aber auch noch, und darum ging es jetzt noch bei dieser Abstimmung über einen fraktionsübergreifenden Antrag. Da geht es um die Suizidprävention, um bessere Hilfsangebote und Beratungsangebote. Der ist eigentlich gar nicht so strittig. Das musste aber noch mal wiederholt werden, weil die Urnen so früh geschlossen worden waren. Und da erwarten wir dann eben auch noch das Ergebnis. Wir hören aber jetzt weiter in die Debatte zur Wettbewerbsfähigkeit. Christian Görke spricht für die Linke. ... die Schuldenbremse gepaart mit einer unsozialen Steuerpolitik. Und liebe Kolleginnen, Kollegen, ein bisschen Beifahrt gab es ja eben hier aus der Ampel. Aber das kann ich Ihnen nicht ersparen. Auch Sie führen ja mit Ihrem gestern verabschiedeten Haushaltsentwurf da ja weitestgehend so weiter. Und Sie legen so ja noch eine Schippe drauf, indem Sie in einer Krisensituation anfangen zu sparen, statt zu investieren. Insofern sind Sie und Sie beide maßgeblich für diese schlechte Wirtschaftslage in Deutschland mitverantwortet. Und liebe Kolleginnen Kolleginnen und Kollegen der Union haben sich dann noch mal Ihren Fragekatalog an die Bundesregierung selbst noch mal angeschaut. Eine Frage lautet zum Beispiel, ich zitiere, würde eine Senkung der Steuer nach Einschätzung der Bundesregierung dazu beitragen, die Einkommensungleichheit in Deutschland zu verriegen? Und wenn ja, inwiefern? Ich bin ja bestimmt kein Verteidiger hier der duften Ampel. Aber mal ehrlich gesagt, was soll denn da die Bundesregierung Ihnen antworten? Das Wichtige fehlt bei der Frage, welche Steuer soll gesenkt werden, wie viel Prozent und ab welcher Grenze und so weiter. Und bei solchen lausigen Fragestellungen ist ja kein Wunder, dass der Bundesfinanzminister Ihnen nur Phrasen ja hinterrscht bei dieser Beantwortung der großen Anfrage. Und was Sie, meine Damen und Herren von der Union, mit hunderten Fraktionsmitarbeitern Oppositionszuschlag hier anbieten, Herr Kollege Brehm, Herr Glückgünster, das ist eigentlich unter Ihrem Niveau. Aber nur zum Inhalt. Ja, der internationale Steuerwettbewerb ist ein wichtiges Thema und die Steuerpolitik ist dabei zentral. Aber was habe ich nicht schon alles an Argumenten zum Thema Steuererhöhungen für Vermögende hier gehört? Schreckgespenster wurden hier an die Wand gemalt, die Reichen suchen das Weite, die Unternehmen mit Pleite und, und, und. Insofern freue ich mich, insofern freue ich mich, dass die CDU endlich aufwacht und diese Nebelkerze, dass Steuererhöhungen die Reichen vertreiben, hinter sich gelassen hat. Und sieh mal einer an, nun selbst höhere Steuern 48 Prozent für Einkommensmillionäre jetzt vorschlägt. Und jetzt sind ja nur noch die Versprechenden da der CDU, die FDP und die brauchen in diesem Haus die letzten, die hier für die Bodyguards der Superreichen noch einstehen. Meine Damen und Herren, Die Linke will da ansetzen, wo Deutschland international besonders hinterherhängt, und zwar bei den vermögensbezogenen Steuern. Wurde Deutschland die Vermögen so hoch besteuern wie in Frankreich, wie in Großbritannien, wie in Amerika, brächte das jährlich. 120 Milliarden Euro für den Bund und die Länder. 120 Milliarden. Damit könnte man die große Mehrheit der Bürger in unserem Land mal bei der Einkommenssteuer entlasten. Man könnte eine ordentliche Kindergrundsicherung einführen und unter anderem auch Investitionen in die Schiene anschieben. Das wäre doch mal ein Beitrag. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Und für die FDP hat das Wort Markus Herbrand. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir beschäftigen uns heute mit der Antwort der Bundesregierung auf die Frage der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Steuerrecht der CDU-CSU-Fraktion. Eine große Anfrage ist es aus meiner Sicht vor allem in quantitativer Hinsicht. Inhaltlich finde ich sie eher simpel gehalten. Und ich habe mich natürlich wie der Kollege Görke auch gefragt, so ein Stück weit, was will der Fragesteller überhaupt erreichen? Denn das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme kann ja eigentlich nur sein, was Sie uns hier nach 16 Jahren hinterlassen haben. Ein Land mit höchsten Steuern, ein Land mit höchsten Abgaben, ein maximal komplexes Steuersystem und eine Bürokratie, die auch in den vergangenen Jahren extrem aufgewachsen ist. Insofern halte ich diese Anfrage eher für ein Eigentor oder für eine ganz große Gedächtnislücke. Denn auch wirklich ganz objektiv betrachtet wäre ja nun keine neue Regierung im Amt befindliche neue Regierung jetzt in der Lage gewesen, innerhalb von kürzester Zeit das alles zum Besseren zu wenden. Diesen Eindruck vermitteln Sie ja hier. Und dies gilt ja umso mehr, sind Sie doch mal ehrlich dazu, das gilt ja umso mehr, dass zu diesen ganzen Herausforderungen, die Sie uns hinterlassen haben, neue Probleme und Herausforderungen ganz anderer Qualität hinzugekommen sind in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren, der Krieg in der Ukraine und auch eine nie dagewesene Inflation, die ja auch durch steuerliche Maßnahmen bekämpft werden bis zum heutigen Tage. Es sind schlicht andere Prioritäten gesetzt worden, und das war auch richtig so in den vergangenen Jahren. Die Antwort der Bundesregierung liefert daher aus meiner Sicht ein sehr realistisches Bild der gegenwärtigen Lage in Deutschland. Die Bestandsaufnahme macht deutlich, dass es schon auch wesentlicher Fortschritte noch bedarf, damit wir im internationalen Standortwettbewerb nicht weiter verlieren. Diese Analyse teilen wir explizit. Für die zweite Jahreshälfte hat der Bundesfinanzminister Lindner bereits angekündigt, dass sein Ministerium umfangreiche Vorschläge im Bereich der Besteuerung unterbreiten wird, die auch zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zum Ziel haben. Dazu zählen Maßnahmen der Unternehmensbesteuerung, ebenso wie Maßnahmen der Entbürokratisierung und Maßnahmen mit dem Ziel einer faireren Besteuerung. Lassen Sie sich einfach mal überraschen. Dabei werden wir Freien Demokraten ein ganz besonderes Augenmerk darauf legen, dass es auch haushalterisch verantwortbar sein wird, was wir da beschließen. Und wir werden alles daran setzen, weitere Bürokratie zu vermeiden. Dazu müssen wir beispielsweise bei der ja nun auch zwingend in deutsches Recht umzusetzenden EU-Richtlinie zur Mindestbesteuerung wirklich jeden Gestaltungsspielraum mutig in Anspruch nehmen, den uns die EU hier lässt. Es gilt weiterhin nicht die Richtlinie selbst, sondern die Menschen und die Unternehmen in diesem Land stehen im Mittelpunkt der Ampel. Herzlichen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich Ihnen das Ergebnis der Wiederholungsabstimmung bekannt geben, lieber Sebastian Brehm gleich, über den Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten Karpot-Gonther und weiterer Abgeordneter zum Thema Suizidprävention stärken, liegt folgendes Ergebnis vor. Abgegebene Stimmkarten 693, mit Ja haben gestimmt 688, mit Nein haben gestimmt eine Person, Enthaltungen vier. Der Antrag ist damit angenommen. Vielen Dank. Also und dieser fraktionsübergreifende Antrag zur Suizidprävention zu besseren Hilfsangeboten und im Ausbau von Beratungsangeboten, der war ja von einer ganz breiten Mehrheit getragen und gar nicht strittig. Demgegenüber gibt es eine für eine gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe keine Mehrheit. Beide Gesetzentwürfe dazu sind heute Morgen gescheitert. So, jetzt sind wir nach wie vor hier am Tagesordnungspunkt Wettbewerbsfähigkeit und spricht Sebastian Prem für die Unionsfraktion. Unternehmer wandern ab aus Deutschland. Investitionsentscheidungen werden gegen Deutschland getroffen oder verschoben. Und daher ist es dringend notwendig, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen haben wir die große Anfrage gestellt, Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Steuerwettbewerb. Große Anfragen bieten eigentlich der Bundesregierung die Möglichkeit und die Chance, Leitlinien in der Beantwortung vorzunehmen und zu sagen, was sie vorhaben. Auch ein bisschen makroökonomischer Gesamtblick auf Deutschland. Und das Ergebnis Ihrer Antwort ist leider substanzlos, wie Ihre bisherige Finanz- und Wirtschaftspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will bloß mal sagen, die letzten zwei Jahre ist überhaupt nichts in diesem Bereich erschienen. Und die letzten zwei Jahre, gerade in diesem Jahr, haben Sie gerade mal vier Doppelbesteuerungsabkommen durch den Finanzausschuss gebracht und sonst gar nichts. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ehrlicherweise, wenn man die Antworten liest, in der Grundanalyse sind sie richtig, aber Sie strotzen leider immer wieder von Platzhaltern und allgemeinen Plattitüden. Und es werden keine Maßnahmen von Ihnen vorgeschlagen, diese ernste Situation der deutschen Wirtschaft wirklich zu beseitigen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde mir diese Schwarzmeilerei gerne ersparen. Aber leider ist die Realität derzeit eine andere. Und das haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu verantworten. Und weil Sie immer auf die 16 Jahre rekurrieren, wir hatten Wachstum, wir hatten Beschäftigung, wir hatten die höchsten Steuereinnahmen und wir haben Schulden rückgeführt in unserem Haushalt. Und Sie machen genau das Gegenteil. 150 Milliarden Schulden in diesem Haushalt. Und Sie machen Maßnahmen in der Wirtschaft, die Arbeitsplätze streichen und Unternehmen abwandern lassen aus Deutschland. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Steuerpolitik ist eben auch Standortpolitik. Und wenn Sie jetzt keine Maßnahmen ergreifen, dann schade das dem Standort Deutschland nachhaltig. Und Sie sind da ambitionslos. Da kommt mal die Frage, vielleicht machen wir dieses Gesetz, Ankündigungen über Ankündigungen, eine Investitionsprämie, Superabschreibung, ein Steuerfairness-Gesetz und so weiter. Im ersten Halbjahr gar nichts. Im zweiten Halbjahr wird das alles angekündigt. Übrigens haben wir nur sieben Sitzungswochen, wenn man das mal sagen kann. Und Sie wissen ja nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil gestern, dass man eine ordentliche parlamentarische Befassung vornehmen muss. Also insofern wäre es schön, wenn mal der Bundesfinanzminister endlich was auf den Tisch legen würde und vor allem auch mit der Koalition abstimmt. Wenn man die Reden der Koalitionäre so anhört, dann kann einem ja schwindlig werden, was aus diesen Gesetzen, die da vom Finanzminister mit Sicherheit mit guter Absicht kommen, am Ende in der Diskussion waren. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir brauchen, und die Probleme und die Lösungswege liegen auf dem Tisch. Wir haben ja da schon ein Unternehmenssteuerkonzept in der letzten Periode vorgelegt. Übrigens, der Kollege Herbrand war damals begeistert, hat gesagt, setzen Sie es um. Jetzt ist er plötzlich überhaupt nicht mehr begeistert, weil er plötzlich im linken Spektrum des Parlaments sitzt und still sein muss. Aber der Punkt ist doch der, wir haben klare Konzepte und klare Lösungswege, die Sie auch in Ihrer großen Anfrage in der Beantwortung unterschreiben. Wir brauchen niedrigere Steuersätze in Deutschland. Und, lieber Kollege Dr. Schäfer, es ist einfach falsch. Vielleicht haben Sie die Statistik falsch herumgehalten. Wir sind Höchststeuerland, und wir haben die höchsten Steuersätze teilweise mit 20, 25 Prozent über dem Schnitt der OECD. Und deswegen muss man das anerkennen, die Steuern müssen runter, um auch wieder Investitionen in unserem Land zu machen. Und wie machen wir das? Indem wir die Steuersätze senken, genau für die Gewinne, die im Unternehmen bleiben, also für thesaurierte Gewinne. Nicht die, die rausgenommen werden vom Unternehmer, sondern die im Unternehmen bleiben. Die müssen begünstigt besteuert werden, damit man eben auch die Investitionen in Klimaneutralität, in neue Technologie, in den internationalen Wettbewerb auch vornehmen kann. Und damit hängt auch die Verlustverrechnung zusammen, immer angekündigt, auch von den Grünen, von der FDP. Gemacht wird gar nichts in dieser Regierung. Wir haben unmittelbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die wir gerade merken. Und dazu gehört übrigens auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man den Haushalt anschaut, ist das erschreckend. Aufstiegsversprechen und Chancengleichheit. Sie streichen jetzt BAföG zum Beispiel, nehmen Chancengleichheit und Aufstiegsversprechen von vielen, vielen Menschen weg. Das ist unredlich. Und das wird auch die deutsche Wirtschaft nachhaltig in den nächsten Jahren behindern. Und die Menschen, die leisten wollen, die Menschen, die leisten wollen, das ist doch eigentlich immer ein Grundsatz auch der FDP gewesen, die Menschen, die leisten wollen, müssen wir doch unterstützen. Und deswegen dürfen Sie solche Streichungen auch nicht vornehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das behindert unsere Wirtschaft und das behindert auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir brauchen als zweites natürlich einen deutlichen Abbau der Bürokratie. Allein die 300 Euro, die Sie gemacht haben als Energieprämie, elf Paragrafen im Einkommensteuerrecht. Und so ist das bei jedem Gesetz. Heizungsgesetz wird ja jetzt verschoben. Aber wenn man das durchliest, wird eine irre Bürokratie sein. Also wir brauchen dringend Bürokratieabbau in Deutschland. Auch das ist angekündigt vom Bundesfinanzminister. Gekommen ist noch gar nichts. Wahrscheinlich wird es noch per Fax in die einzelnen Fraktionen geschickt. Wir brauchen dringend diese Punkte Steuersenkung, Bürokratieabbau. Und dann komme ich zu einem letzten Punkt, der mir wirklich wichtig ist. Wir brauchen Vertrauen in die Wirtschaft. Die ganzen Reden, die Sie halten, sind immer geprägt von einer ideologischen Aussage Misstrauen gegen die deutsche Wirtschaft, Misstrauen gegen den deutschen Mittelstand. Der deutsche Mittelstand handelt ordentlich, ist standorttreu. Aber wenn Sie ihn aus dem Land jagen, weil Sie die Steuerbelastung so hoch machen, weil Sie die Bürokratie so hoch machen und weil Sie ihn immer noch unter Generalverdacht stellen, dann muss man immer sagen, wir brauchen Vertrauen in die deutsche Wirtschaft, wir brauchen Vertrauen in den deutschen Mittelstand. Und dafür kann ich werben. Wir haben Konzepte, wir haben klare Konzepte auf den Tisch gelegt. Wir sind bereit für Diskussionen. Handeln Sie jetzt, sonst schaden Sie dem Standort Deutschland nachhaltig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Sebastian Brehm war das für die Unionsfraktion. Ja, die Konzepte, die gehen allerdings etwas auseinander. Jetzt haben wir noch mal Gelegenheit für die Sicht der SPD mit der Abgeordneten Melanie Wegling. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Union, aus welchem Paralleluniversum stammt denn diese Anfrage? Wie kommen Sie darauf, dass Unternehmenssteuern gerade das wichtigste Problem für die Betriebe in Deutschland sein? Waren Sie mal in Ihren Wahlkreisen unterwegs? Ihre Fragen sind nämlich so weit an die Realität vorbeigestellt, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Der vorliegende Fragenkatalog offenbart, dass die Union nicht in der Lage ist, komplexe ökonomische Zusammenhänge zu verstehen. Vergeblich sucht man hier nach der Wirtschaftskompetenz, für die sich die Fraktion doch sonst so gerne rühmt. Und substanzlos, Herr Brehm, ist lediglich Ihre Anfrage. Da wird ein Bündel von Standortfaktoren aufgeführt, die die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen, ob Bürokratie, Innovationsbereitschaft, Energiekosten oder Fachkräftemangel. Doch was bleibt übrig? Allein die Forderung nach Steuersenkungen. Als wären Sie das Allheilmittel gegen jegliche wirtschaftliche und soziale Probleme. Hier wird ganz plump ein Mythos von der Steuerhochburg Deutschland bedient, der, gucken wir uns mal beispielsweise die Erbschaftssteuer an, bei weitem nicht der Realität entspricht. Vielleicht handelt es sich aber auch um Ironie, wenn ausgerechnet die Union auf fehlende Investitionen in die Infrastruktur und steuerpolitische Reform hinweist. Daher lassen Sie uns doch mal das Thema Standortfaktoren und Unternehmensbesteuerung mit dem nötigen Blick für Komplexität und ganz ohne ideologische Verblendung und Ironie betrachten. Wenn wir über Infrastrukturinvestitionen, steuerpolitische Reformen und Standortvorteile sprechen, fällt doch Folgendes auf. Statt investieren zu wollen, will die Union meist Staatsausgaben senken. Statt eine gerechte Reform der Einkommens- und Erbschaftsbesteuerung anzuregen, wird auf die Unternehmenssteuer ausgewichen. Dabei belegt doch der von Ihnen zitierte Handelsblattartikel, dass in Deutschland die Gering- und Durchschnittsverdiener vergleichsweise stark und Vermögende viel zu gering besteuert werden. Doch dass Deutschland für Reiche das reinste Niedrigsteuerland ist, wird in der Anfrage natürlich nicht zitiert. Diesen Trend gilt es doch eigentlich, politisch umzukehren. Ansätzen könnte man auch bei den Kommunen. Die erheben nämlich Gewerbesteuer und sind von der Höhe der Einnahme abhängig, um ihre öffentlichen Investitionen finanzieren zu können. Wie wäre es, wenn die Union mal an einer Lösung der kommunalen Finanzausstattung konstruktiv mitarbeitet? Gehen Sie doch mal in die Wahlkreise und sprechen Sie mit den Leuten und nicht nur mit den Klienten in ihren Steuerkanzleien? Wenn ich mich mit Unternehmen und Organisationen in meinem Wahlkreis Groß-Gerra unterhalte, geht es immer wieder darum, was die aktuellen Herausforderungen sind. Viele möchten mehr investieren, möchten stärker wachsen. Doch was hält sie davon ab? Nicht die aktuelle Besteuerung, sondern der Fachkräftemangel. Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass die Ampelkoalition das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen hat. Das ist ein konkreter, wichtiger Schritt, um die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandorts zu verbessern. Hat die Union zugestimmt? Wohl kaum. Beim Stichwort Fachkräftemangel mache ich gerne weiter. Zusätzlich zu mehr ausländischen Fachkräften müssen wir uns unbedingt mit einer weiteren, diesmal inländischen Reserve, beschäftigen, und zwar mit den zahlreichen Frauen, die gerne mehr arbeiten würden, aber aus strukturellen Gründen darauf verzichten müssen. Mehrmals habe ich schon auf diese Problematik hingewiesen und mache es an dieser Stelle auch gerne noch mal. Nicht nur das DEW und die Wirtschaftsweisen sind sich einig. Stärkere Arbeitsanreize für die vielen nicht erwerbsfähigen Frauen sind unverzichtbar, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und um zusätzliche Wachstumsimpulse zu generieren. Doch dazu brauchen wir zweierlei. Und auch hier erweist sich die Union wieder als Bremsklotz. Erstens brauchen wir ein deutlich breiteres Angebot an Kinderbetreuung. Da sind wir wieder bei den erwähnten kommunalen Investitionen. Und zweitens brauchen wir eine seit langem fällige Reform der Familienbesteuerung. Liebe Union, das wäre eine interessante steuerpolitische Stellschraube, die man im Sinne der Verbesserung der Standortfaktoren angehen könnte. Würden Sie im Namen der wirtschaftlichen Vernunft ein solches Reformprojekt mittragen? Ich wage es zu bezweifeln. Also bleibt es wohl dabei, dass Ihre Oppositionspolitik aus einem Paralleluniversum stammt, während wir uns als SPD-Fraktion und als Ampel im Hier und Jetzt mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, mit Reformen für mehr steuerpolitische Gerechtigkeit, mit der finanziellen Entlastung von Kommunen und mit guten Investitionen in die Infrastruktur sehr viel mehr zur Stärkung des Standorts Deutschland einfällt. Vielen Dank. Ja, sagt Melanie Wegling hier für die SPD-Fraktion mit einer deutlichen Abgrenzung. Sie nannte die Große Anfrage der Unionsfraktion, die ja hier Grundlage dieser Debatte ist, auch substanzlos Steuersenkung sei eben kein Allheilmittel. Kai Gottschalk hören wir jetzt für die AfD. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und Mitbürger auf den Tribünen. Die Große Anfrage der CDU-CSU-Fraktion Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Steuerwettbewerb legt den Finger schon mal in die richtige Wunde. Die Vorredner haben sehr gut beschrieben, und ich glaube, das Fazit kann urteilen, und das können Sie auch im Handelsblatt, auch wenn das für Sie offensichtlich keine Lektüre ist, wenn ich so Ihre Äußerungen im Finanzausschuss höre. Wir befinden uns im steilern Sturzlug, was die Entwicklung der deutschen Wirtschaft angeht. Und da tragen Sie von der Schuldenkoalition Schuld dran, meine Damen und Herren. Leider wird der Aspekt der Attraktivität für Unternehmen und den damit verbundenen Direktinvestitionen immer in den Vordergrund gestellt. Deshalb möchte ich mich heute, meine Kollegin, Frau Rednerin scheint meine Rede zu kennen, meinen Aspekt der Rede darauf richten, wie unattraktiv Deutschland im internationalen Steuervergleich für echte Fachkräfte ist. Und damit meine ich nicht die Fachkräfte, die Sie seit 2015 unter Applaus vieler deutscher Großunternehmen übrigens auch als neue Avantgarde der Arbeiterklasse versprochen haben. Dass Sie nach Facharbeitern bei über 4 Millionen Menschen Zuwanderung sprechen, ist ein Armutszeugnis für Ihre Politik der letzten acht Jahre. Bei einem Höchststeuersatz von 45 Prozent in Deutschland und Platz zwei im OECD-Vergleich 47,8 Prozent, was Steuern und Abgaben angeht, meine Damen und Herren, muss man konstatieren, dass Deutschland im Vergleich zu echten, echten Einwanderungsländern wie Kanada mit 33 Prozent Höchststeuersatz, den Vereinigten Staaten mit 37 Prozent Steuersatz nun wahrlich nicht attraktiv ist. Hinzu kommt, das gehört auch zum Steuersystem dazu, und da spitzen Sie vielleicht mal die Ohren als Arbeiterpartei, da lachen ja die Hühner, meine Damen und Herren, dass in Deutschland oftmals, und das haben auch Sie vergessen, liebe Kollegen von der CDU, Grundfreibeträge, Steuerpauschalen, Pauschbeträge auch in diesen Steuerwettbewerb hineingehen, insbesondere bei der Inflation und weil es sich bei Steuern bei uns tatsächlich um echte Realsteuern handelt. 30 Euro Cent seit 2004 ist die Entfernungspauschale bis zum Kilometer 20, meine Damen und Herren, seit 2004, wenn Sie zur Arbeit fahren, liebe Zuhörer auf der Bühne, unverändert. Der Benzinpreis lag damals übrigens bei 1,13 Euro, heute liegt er bei 1,85 Euro, das sind 61 Prozent Preissteigerung. Ich will gar nicht über die Preise im letzten Jahr reden, meine Damen und Herren. Zahlreiche Wirtschaftsforstungsinstitute bestätigen im Übrigen, dass die gesamten Steuerbelastungs- und Steuerentlastungspakete der Schuldenkoalition die Effekte der kalten Progression, und das ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch die Arbeitnehmerinnen an der Kasse wichtig, meine Damen und Herren, nicht kompensiert worden sind. Das lässt sich übrigens auch durch die Zahlen des Bundesfinanzministeriums gut belegen. Trotz mieser Wirtschaftssituation verzeichnen Sie Rekordsteuereinnahmen des Bundes von 358,1 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs gegenüber 21 von über 20 Milliarden, meine Damen und Herren. Dieses Geld gehört den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und zählt mit dazu, warum Deutschland so unattraktiv im internationalen Steuervergleich ist. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, das komme ich sofort. Meine Damen und Herren, es ist wichtig, dass wir Ihre Neidkultur, die Sie hier schüren, endlich zurückfahren und nicht zum Umverteilungsland werden. Ich habe da meine Statistik noch mitgebracht. Das ist übrigens die Entwicklung der Subvention, die Sie hier an die Bürgerinnen und Bürger wegen schlechter Steuerpolitik verteilen. Und Ihre Redezeit ist vorbei, Herr Gottschalk. Also, besinnen Sie sich, machen Sie eine vernünftige Steuerpolitik, damit Deutschland noch eine Zukunft hat. Vielen Dank. Wie Sie wissen, ist das Hochhalten von größeren Plakaten hier untersagt. Darum erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Katharina Beck. Sie ist die finanzpolitische Sprecherin der Fraktion. Liebe Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, nach der wunderschön vorgetragenen Mic-Drop-Rede von Melanie Wegling habe ich gerade mich fast gefragt, muss ich eigentlich noch nach vorne gehen, weil sie hat schon sehr viel gesagt. Und auch Sebastian Schäfer hat uns wundervoll in die wahren Zahlen des internationalen Steuerwettbewerbs mitgenommen, wohingegen Herr Brehm uns erzählt hätte, wir hätten nichts getan. Dabei haben wir letztes Jahr im Finanzausschuss 17 Gesetze miteinander vereinbart. Wir haben 95 Milliarden Euro an Entlastungsmaßnahmen beschlossen. Und da ist einfach das Faktenwissen offensichtlich nicht so stark vertreten. Ihr Antrag dreht sich um Steuern und Wettbewerbsfähigkeit. Und Wettbewerbsfähigkeit hängt natürlich viel mit dem Thema Standort zusammen. Erstmal sind wir immer noch auf Platz 7 oder 4, je nach Ranking, in Bezug auf unsere Wettbewerbsfähigkeit. In Deutschland sind wir der erst attraktivste Standort für Investitionen. Und wenn man sich den Global Competitiveness Index, also einen Index, der misst, wie Wettbewerbsfähigkeit eigentlich entsteht, anguckt, dann sagt uns das Weltwirtschaftsforum, das diesen erstellt, Steuern haben einen Anteil nur von 1,38 Prozent an der Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen sind sie nicht unwichtig. Aber auf jeden Fall sind sie nicht der einzige Faktor. Und ich möchte auf jeden Fall gleich noch eingehen, bei welchen Faktoren wir in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit nämlich sehr wohl sehr gut vorangehen als Koalition. Ich möchte aber kurz noch mal bei den Steuern bleiben. Das ist ja auch Ihr Thema. Das möchte ich respektieren. Es wundert mich, dass das Thema Inflation Reduction Act in den USA noch gar nicht angesprochen wurde. Dort wurde nämlich eine ganz spannende Sache gemacht. Wir reden immer darüber, dass dort Steuern angereizt werden in tollen Bereichen, 130 Bereichen, grüner Wasserstoff, erneuerbare Energien, Elektroautos. Ja, das stimmt. Aber die zweite Wahrheit an der Stelle ist, es wird immer herangenommen, dass es Steuersenkungen gibt. Die zweite Wahrheit ist es, dass der Inflation Reduction Act so heißt, weil er nämlich die Staatseinnahmen anhebt durch eine generelle Anhebung der Steuereinnahmen. Und damit reduziert er dann gezielt bei den Zukunftstechnologien und reizt da Investitionen an. Und das ist ein sehr, sehr guter Mechanismus. Aber der US-amerikanische Staat verspricht sich damit Steuermehreinnahmen beziehungsweise eine Defizitreduktion von über 200 Milliarden US-Dollar. Und was könnten wir damit alles Tolles machen, wenn wir diesen tollen Mechanismus von genereller Anhebung der Einnahmen aber gezielter massiver Investitionsanreize vielleicht insgesamt ein bisschen mehr in unsere Debatten mit aufnehmen können. Ich möchte aber auf die anderen Wettbewerbsfaktoren eingehen. Und ich lasse mir mein Deutschland von Ihnen einfach nicht schlechtreden. Es ist so, dass wir im Bereich der Energie so ein Mist von Ihnen geerbt haben, dass ich hier auch mal, Sie kennen mich besonnen, ein bisschen wütend werden muss, wenn Sie die ganze Zeit das Potenzial unserer Wirtschaft und auch das, was wir über den letzten Winter da geleistet haben, die Energieversorgung hier gesichert haben. Sie haben uns 55 Prozent Klumpenrisikoabhängigkeit von russischem Gas hinterlassen. Davon hängt die deutsche Industrie massiv ab, die Wärme überhaupt in ihren Prozessen nutzen zu können. Und wir sind mit Tag und Nacht um die Welt gefahren, damit wir überhaupt die industrielle Fertigung in diesem Land noch sichern konnten über den Winter und dass jeder noch ein warmes Zuhause haben konnte. Darüber hinaus stellen wir uns zukunftsfähig auf und machen den Windausbau endlich schneller an Land, an See. Bürokratie, was haben wir da von Ihnen geerbt? Das BMJ hat eine Liste zusammengestellt in der Verbändeanhörung mit über 400 Maßnahmen, die Sie uns vererbt haben, wo wir jetzt rangehen, dass wir Bürokratie endlich abbauen wollen. Wenn Sie die ganze Zeit von Moratorien sprechen, handeln wir und frieren nicht einfach nur eine doofe Situation ein. Und der dritte Punkt an der Stelle ist das Thema Fachkräfte. Ich glaube, Sie haben überhaupt nicht verstanden. Da muss ich Frau Wegling noch mal zustimmen, was da das Problem in fast allen Branchen ist. Das sind eigentlich Hunderte von Tausenden von Menschen, die uns pro Jahr fehlen, auch wegen des demografischen Wandels. Wir haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das hätten wir mit Ihrer Haltung zu Einwanderern nie hinbekommen, haben wir geschafft. Das wird auch nicht alles lindern, aber es sind erste wichtige Schritte. Frau Beck, erlauben Sie eine Zwischenfrage noch des Kollegen Gottschalk? Nein, vielen Dank. Und ich möchte enden mit Zuversicht. Wir haben gerade mit Intel die größte Investition, Privatinvestition aus dem Ausland seit 1949 hierher bekommen. Ja, es gibt gerade widrige Umstände. Aber wir sind immer noch bei Klima- und Umweltschutstechnologien Vize-Exportweltmeister. Ich habe Bock, dass wir auch mal wieder in etwas Weltmeister werden wollen. Und darin wäre das doch toll. Werden wir endlich wieder Exportweltmeister in Klimaschutz, in Zukunftstechnologien? Ihre Redezeit, Frau Beck. Wir setzen die richtigen Anreize dafür. Herzlichen Dank. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Maximilian Morthorst. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, natürlich ist es wichtig, dass wir über die Standortbedingungen der Bundesrepublik Deutschland sprechen und auch darüber sprechen, welche steuerlichen Anreize man setzen kann. Dass die Union aber eine große Anfrage stellt, die für mich eher nach VWL erstem Semester klingt, nämlich die grundsätzliche Wirkung von Steuern und wie sie sein könnten und wie man darauf blickt. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie da ein bisschen komplexere, konkretere Fragen stellen, damit wir da auch ein bisschen konkreter drauf eingehen können. Und lieber Kollege Brehm, was auf gar keinen Fall die Lösung sein kann, ist ja hier im Aiwanger-Modus komplett über den parlamentarisch guten Ton zu pflügen, ohne sich auch nur einmal konkrete Gedanken darüber zu machen, wie wir wirklich etwas erreichen können. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Sie sind ja schon mitten im Wahlkampfmodus in Bayern. Wir planen und haben vor, die Erhebung der Grunderwerbssteuer den Ländern freizustellen. Wie wäre es mal, wenn Bayern da einen Schritt nach vorne geht und die Menschen beim Hauskauf entlasten? Machen statt Macker spielen im Parlament. Denn sie sind eben nicht nur Opposition im Bund, sie sind auch Regierung. Und dann wurde der Bürokratieabbau angesprochen. Sie verschweigen ja immer wieder, welchen Titel unser Bürokratieabbaugesetz genau trägt. Das hat nämlich noch eine Nummer hinter dem Namen Bürokratieabbaugesetz. Es ist nämlich das Bürokratieabbaugesetz Nummer 4. Und auch das hat Gründe. Es ist ja nicht so, dass wir es einfach bei 4 angefangen haben zu zählen. Selbst die Ampelkoalition, die von Ihnen so verhasst ist, schafft es noch bis 4 zu zählen. Nein, wir haben das Bürokratieabbaugesetz 4 genannt, weil es schon drei vorher gab. Und da waren CDU und CSU, soweit ich weiß, fleißig beteiligt und haben sich da in den eigenen Reihen nicht einmal durchsetzen können gegen Ministerialbeamte, die jede Bürokratieentlastung wieder rausgestrichen haben. Wir haben jetzt 150 Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen. Ich glaube, ein riesiger Fortschritt an Bürokratieentlastung. Die einen schreiben es ins Programm, die anderen machen es. Ich finde, darauf kann man stolz sein. Und als Letztes vielleicht noch, wenn ich über das nachdenke, worüber wir so diskutieren. Die einen reden alles schlecht. Auch das schadet schon per se und an sich der wirtschaftlichen Lage, Dinge immer schlecht zu reden. Die anderen arbeiten an Lösungen. Sicherlich knirscht es mal. Und sicherlich könnte einiges besser laufen. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Freien Demokraten über 50 Prozent holen, damit Dinge deutlich besser werden. Aber die Realitäten sind nun einmal so, wie sie sind. Ein gutes Signal, ein gutes Signal ersendet der Wirtschaftsstandort nämlich, und das denke ich bei jeder Rede, die ich aus der Fraktion der ganz linken Seite hier höre. Die Umfrageergebnisse der Linken in Deutschland sind ein gutes wirtschaftliches Signal für den Standort. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Johannes Steiniger. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende der Debatte würde man gern so jetzt ein bisschen die einzelnen Punkte aufräumen. Fehlt einem aber am Schluss dann die Redezeit. Aber zu drei Sachen will ich dann doch was sagen. Also, Herr Dr. Schäfer, Sie sind ja hier eingestiegen. Der Herr Dr. Schäfer von den Grünen ist hier eingestiegen und hat uns Nachhilfe in Oppositionsarbeit gegeben. Also, das sei hier irgendwie unwürdig, was wir machen und so. Also, ich finde es schon spannend, dass man am Folgetag des gestrigen Tages der Opposition Nachhilfe gibt. Sie haben gestern eine Regierungsbefragung gehabt, in der der Bundeskanzler sämtliche Abgeordneten der Opposition abgesaut hat und sie lächerlich gemacht hat. Sie haben gestern einen Untersuchungsausschuss, das erste Mal in der Geschichte unseres Landes, abgelehnt und Minderheitenrechte geschliffen. Und gestern Abend hat Ihnen das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass Sie nicht mal ordentliche Gesetzgebung machen können. Also, dass Sie uns Nachhilfe geben wollen, mein lieber Mann, mein lieber Mann. Und dann haben Sie auch darauf hingewiesen und Frau Wegling ja auch, also wie wir überhaupt auf die Idee kämen, dass Steuerpolitik etwas mit Standortfaktoren zu tun haben könnte. Ich weiß nicht, haben Sie die Antworten der großen Anfrage der Bundesregierung, deren Minister ja auch ihren Parteien angehört, haben Sie die gelesen. Seite 1. Insbesondere auch die wachstums- und innovationsfreundlichen steuerlichen Rahmenbedingungen gilt es zu stärken. Steuerpolitik kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Seite 2. Insbesondere eine sinkende Abgabenlast führt auf Unternehmensseite zu geringeren Lohnnebenkosten und stärkt dadurch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Dies kann die Investitionstätigkeit und die Innovationskraft der Unternehmen stärken. Ich könnte Ihnen jetzt durch dieses gesamte Dokument durchgehen. Ihre Bundesregierung hat doch auf die Wichtigkeit auch von Steuerpolitik hingewiesen. Und deswegen wundere ich mich über das, was Sie gesagt haben. Und Frau Beck, ich kann es Ihnen leider nicht ersparen. Sie widersprechen sich ja in dem, was Sie hier vorgetragen haben. Sie sagen auf der einen Seite, ich lasse mir, Sie haben gesagt, mein Deutschland, ich würde mal sagen, unser Deutschland, nicht schlechtreden. Dem würde ich auch zustimmen. Wir wollen allerdings auch dafür sorgen, dass es Deutschland in Zukunft nicht schlechter geht, sondern besser geht. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und gleichzeitig sagen Sie, aber wir haben so viel Mist geerbt. Also irgendwie muss man sich mal entscheiden, entweder geht es Deutschland gut oder schlecht. Und man kann sich nicht immer so entsprechend aussuchen, wie man das gerne hätte. Herr Kollege Steiniger, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Beck? Gerne, ja. Das wird ja zur Tradition in den letzten Debatten. Wir haben es ja direkt angesprochen, Herr Kollege Steiniger. Und ich wollte Sie noch mal fragen, ob Sie richtig verstanden haben, dass ich gesagt habe, dass ich eine große Liebe zu Deutschland habe, aber trotzdem in regulatorischen Rahmenbedingungen wir von Ihnen auch Mist geerbt haben. Ja, also ich kann den Punkt, ich kann, also erstmal herzlichen Dank für die Frage, die mir, bleiben Sie gerne, ja, also herzlichen Dank für die, für die Frage. Sie weisen ja darauf hin, auf das Thema Exportweltmeisterschaft, jetzt nur noch Vize-Exportweltmeisterschaft, also etwas, was in 16 Jahren Union gelungen ist, hier die Rahmenbedingungen zu, äh, entsprechend zu setzen. In 16 Jahren ist es zudem gelungen, dass wir durchgängig Wachstum hatten. Wir haben immer wieder sinkende Arbeitslosigkeit erlebt. Wir haben geringe Inflationsraten gehabt und solide Haushalte. Also insofern, wo ist da sozusagen der Mist? Die Probleme kommen jetzt, wenn man sich anschaut, wie die derzeitige wirtschaftliche Lage ist. Die Wirtschaft schrumpft, wir sind in einer Rezession. Wir haben im ersten Halbjahr, wir haben im ersten Halbjahr so viele Insolvenzen gesehen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit geht hoch, sogar jetzt, obwohl wir Sommer haben. Wettbewerbsfähigkeit geht runter. Im Grunde genommen in allen, in allen, in allen Indikatoren, die Sie sich anschauen können, lieber Herr Kollege Schrodi, in allen Indikatoren, die Sie sich anschauen können, sehen Sie, Deutschland wird ärmer. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist auch das Ergebnis von Ampelpolitik der letzten anderthalb Jahre. Und wir sind eben der festen Auffassung, dass in so einer schwierigen, herausfordernden Lage in unserem Land das Steuerrecht ein wichtiges und gutes Instrument ist, um die Standortbedingungen zu verbessern. Und wenn man sich anschaut, was aus dem Finanzministerium, zumindest kommunikativ kommt, dann könnte man sich ja vorstellen, also wenn man sich bei Christian Linden aber den Instagram-Account anschaut, da könnte man sich ja vorstellen, jawohl, da ist so ein richtiger Macher. Also das Zukunftsfinanzierungsgesetz wird schon seit einem Jahr, ich glaube, jetzt das vierte Mal angekündigt. Wir haben heute was zum Thema Grunderwerbsteuer gehört. Die Superabschreibung mehrfach schon verkündet. Überhaupt kam bei uns noch nichts an. Und ich habe mir das auch mal angeschaut. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich bin jetzt ja auch schon seit fünf Jahren Mitglied im Finanzausschuss und habe mal angeschaut, wie viele Gesetze im Steuerbereich haben wir jetzt eigentlich im ersten Halbjahr gemacht. Wie viele Gesetze haben wir gemacht? Wir haben insgesamt vier Steuergesetze gemacht. Ich weiß gar nicht, wann es das in der Geschichte des Deutschen Bundestags mal gab, dass da so wenig passiert ist. Also vier Steuergesetze, das Doppelbesteuerungsabkommen mit Litauen, das Doppelbesteuerungsabkommen mit Lettland, das Doppelbesteuerungsabkommen mit Bulgarien und das Doppelbesteuerungsabkommen mit Schweden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das hört sich lustig an. Aber wir haben doch so viel zu tun, da könnte man Ihnen doch nur zurufen. Machen Sie endlich mal was. Kommen Sie aus dem Ankündigungsmodus raus und machen Sie endlich mal was. Handeln Sie, damit wir eine bessere Zukunft in unserem Land haben. Und einen letzten Punkt. Die Kollegen haben ja auf Unternehmenssteuerthemen hingewiesen. Ich möchte auf einen anderen Punkt noch eingehen. Das sind auch die hohen Energiekosten. Und da haben wir im Steuerrecht nicht so viele Instrumente, mit denen wir umgehen können. Es gibt die Stromsteuer und anderes. Aber es gibt ein bewährtes Instrument und es ist der sogenannte Spitzenausgleich. Das werden wahrscheinlich die wenigsten, die jetzt uns hier zuhören, genau wissen, was das ist. Es ist eine Steuerrückerstattung für besonders energieintensive Unternehmen, entlastet bis zu 9000 Unternehmen mit 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Und wir haben im letzten Dezember diesen Spitzenausgleich, wir haben damals auch zugestimmt, noch mal verlängert. Und ich habe damals schon in der Debatte, auch in der Expertenanhörung gesagt, Leute, lasst es uns doch gleich um zwei Jahre verlängern. Die Krise wird im Sommer nicht vorbei sein. Ihr werdet keine Anschlussregelung finden. Lasst uns das machen. Wurde leider nicht befolgt. So, und jetzt habe ich gestern die Staatssekretärin Hessel gefragt, ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Spitzenausgleich? Kommt da jetzt eine Anschlussregelung oder nicht? So, sie sagt in ihrer Antwort so ein bisschen wolkig, naja, man wolle da noch beraten. Aber man kann mal knallhart in den Haushalt reinschauen. Im Haushalt ist der Spitzenausgleich schon raus. Die 1,5 Milliarden sind dort schon gestrichen. Und die deutsche Wirtschaft sagt zu Recht dazu, dass das Zitat eine absolute Katastrophe ist, dass es ein weiterer Tiefschlag für die Industrie ist. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin schon froh, dass wir diese große Anfrage gestellt haben, dass wir über Standortfaktoren für die deutsche Wirtschaft sprechen könnten. Weil all das, was Sie auch im sozialen und im Klimaschutzbereich vorhaben, wird nur dann auch zu realisieren sein, wenn wir eine gute Wirtschaft haben. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Sagt Johannes Steininger für die CDU-CSU-Fraktion. Jenseits seiner Redezeit und dann gemeinhin gibt es keine weiteren Zwischenfragen. Aber wir haben ja trotzdem eine lebhafte Debatte hier, über die wir uns sehr freuen. Nadine Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich mit meiner Rede beginne, will ich noch auf eine Sache eingehen. Herr Steininger, da Sie es ja gerade angesprochen haben, ich war bei der Regierungsbefragung auch dabei. Und Olaf Scholz hat auf alle Ihre Fragen geantwortet. Die Antworten müssen Ihnen persönlich nicht gefallen. Und irgendwas sagt mir, dass es auf Prinzip auch niemals der Fall wäre. Ich kann das bestätigen, was jetzt auch schon mehrfach zur Sprache kam. Wenn ich in meinem Wahlkreis unterwegs bin und mit den Unternehmen spreche, dann ist die Höhe der Steuern nicht der entscheidende Standortfaktor. Die Unternehmen wünschen sich vor allem Rechtssicherheit für ihre Investitionen und möchten die Kosten für Dokumentation und Verwaltung niedrig halten. Ihnen ist bewusst, welche großen finanziellen Herausforderungen wir gesellschaftlich haben. Und sie wollen ihren Beitrag leisten. In der Corona-Krise hat der Staat viele Unternehmen vor der Pleite gerettet. Er hat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Kurzarbeitergeld vor der Arbeitslosigkeit bewahrt. Und der russische Krieg gegen die Ukraine hat die Energiepreise steigen lassen, die wir staatlich abgefedert haben. Neben Direktzahlungen an Beschäftigte, an Studierende und an Rentnerinnen und Rentner, Strom- und Gaspreisbremsen, Heizkostenzuschüsse und einen Kinderbonus gab es umfangreiche Wirtschaftshilfen. Meine Damen und Herren, die Herausforderungen für eine Transformation zu einer nachhaltig wirtschaftenden und konsumierenden Gesellschaft sind gewaltig. Aber wir werden langfristig keinen Wohlstand haben, wenn wir unsere Wirtschaft dabei ausklammern. Und das ist den Unternehmen auch durchaus bewusst. Deshalb wollen viele, auch im Mittelstand, bei mir im Münsterland innovativ voranschreiten. Wir wissen, dass die Ausbildung und die Weiterbildung von Fachkräften ganz zentral sind. Mit dem neuen Qualifizierungsgeld bieten wir Beschäftigten eine Perspektive, wenn sie vom Strukturwandel betroffen sind. Außerdem sorgen wir dafür, dass unser Land im Wettbewerb um internationale Fachkräfte attraktiv ist. Mit uns gibt es mehr Einwanderungsoptionen für Fachkräfte bis hin zur neuen Chancenkarte. Sicher, geordnet und mit Blick auf das Potenzial der Menschen, die bei uns leben und arbeiten wollen. Steuerliches Rosinenpicken erschweren wir, wo wir es können. Wir arbeiten daran, dass Unternehmen weltweit Steuern zahlen. Olaf Scholz hat die Einführung der globalen Mindestbesteuerungen in Höhe von 15 Prozent vorangebracht. Sie begrenzt den schädlichen Steuerwettbewerb und stärkt die relative Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Meine Damen und Herren, eine gute Standortpolitik zielt auf ein attraktives Umfeld, das Unternehmen anzieht und fördert. Sie sorgt für zügige und effiziente Genehmigungsverfahren im ganzen Land. Wo wir können, sollten wir von öffentlicher Seite Gewerbeflächen bereitstellen, wie jetzt bei Intel in Magdeburg. Diese Ansiedlung ist ein Beispiel von großer Bedeutung für die technologische Souveränität in Europa. Eine gute Standortpolitik berücksichtigt die ökologische Dimension und strebt eine nachhaltige Entwicklung an. Mit dem Deutschlandticket für 49 Euro ist ökologische Mobilität auch für die Menschen im Alltag erschwinglich. Ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Reduzierung von Umweltschäden machen unser Land auch zu einem attraktiven Wohnort für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Eine gute Standortpolitik verschreibt sich auch sozialer Verantwortung. So haben wir das Kindergeld auf 250 Euro angehoben. Sozialdemokratische Verantwortung für unser Land bedeutet zudem, dass wir zukunftsfähigen Unternehmen ermöglichen, gute Arbeitsplätze zu bieten und dass wir Sicherheit geben, auch für die Beschäftigten vor Ort. In Ost und West gilt der gleiche Rentenwert ein Jahr früher als geplant. Das ist gut, denn damit Vertrauen in die Arbeit besteht, muss sie sich bis ins Alter auszahlen. Unser Blick geht nach vorne und geht weit über die nächsten Wahlen hinaus. So wie wir von Unternehmen erwarten, nicht auf kurzfristige Gewinne zu schielen, verfolgen auch wir langfristige Ziele. Das stärkt die Situation der Menschen und die der Unternehmen in Deutschland, und für die machen wir Politik. Vielen Dank. Till Mannsmann hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Der geschätzte Kollege Otto Fricke endet seine Reden häufig mit einem Shakespeare-Zitat. Ich möchte heute mit einem Goethe-Zitat eröffnen. Zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Die eine Seele ist mit dem, was Sie in Ihrer Großen Anfrage adressieren. Da haben Sie recht. Das sind Sachen, die sind wichtig, dass wir sie besprechen. Aber diese Große Anfrage haben Sie ja eigentlich gar nicht als Große Anfrage ausgelegt, sondern versucht, eine Große Anklage daraus zu machen. Das geht leider gründlich schief. Der Kollege Görke hat dann den Vorwurf gemacht, da würden Phrasen gegen Phrasen gemacht. Ich finde das nicht ganz so fair, wenn ich mir die Antwort der Bundesregierung anschaue, aber Herr Kollege Görke, das dann mit ganz typischen linken Steuererhöhungs-Phrasen wieder zu trippeln, das hat jetzt auch nicht unbedingt Sinn gemacht. Der Kollege Dr. Schäfer hat ganz zu Recht gesagt, die Steuern sind ein Standortfaktor unter vielen. Es ist in der Tat natürlich ein wichtiger Standortfaktor. Aber es ist wirklich wichtig zu wissen, dass andere Sachen genauso wichtig sind, die wir in dieser Ampelregierung wirklich angegangen sind. Ich freue mich, dass in der Antwort zu dieser Großen Anfrage sich die Bundesregierung auch klar zu einer Stärkung der Angebotspolitik bekannt hat. Aber auch wichtig ist, dass das Land schneller werden muss. Ich habe in meinem Wahlkreis eine Straße, da war letztes Jahr der Spatenstich. Geplant wurde diese Straße, als ich geboren wurde. In den meisten dieser 50 Jahre war die Union an der Regierung. Da müssen wir wirklich schauen, wo wir viel, viel schneller werden können. Wichtig ist, dass dieses Land schneller wird, dass wir Beschleunigung machen, dass wir Entbürokratisierung machen, dass wir die Fachkräfteeinwanderung endlich ordentlich regeln, nachdem jahrelang da nichts gemacht wurde. Diese Große Anfrage, liebe Kollegen von Union, ist kein großer Wurf. Deswegen möchte ich auch mit Goethes Faust wieder schließen. Der Worte sind genug gewechselt. Nun lasst uns endlich Taten sehen, in des ihr Komplimente drechselt. Könnte etwas Nützliches geschehen. Das werden wir jetzt tun. Wir machen das Land schneller, effektiver und damit auch nach Jahrzehnten endlich wieder attraktiver für Unternehmen in Deutschland. Vielen Dank. Da hat Till Mansmann in seine doch relativ kurze Redezeit doch zwei Zitate untergebracht und hat aber auch noch mal darauf verwiesen, wie viele Rednerinnen und Redner vor ihm steuern. Ja, das ist ein Standortfaktor, aber eben nur einer unter vielen. Sehr schön. Jetzt ist Michael Schrudi das Wort für die SPD-Fraktion. Und Michael Schrudi hat als finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion hier das letzte Wort zu diesem Tagesordnungspunkt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es kommt bis zu vorigen Reden der Unionsfraktion, dass Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland geradezu schlecht reden wollen. Und das ist unverantwortlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir müssen mal drei Dinge mal nacheinander aufarbeiten. Zum einen, Sie haben ja so Andeutungen gemacht, was Sie so alles machen würden, wenn Sie denn nur könnten. Haben wir ja lange genug Zeit gehabt. Aber jetzt würden Sie das gerne dann doch tun. Schauen wir mal belastbare Zahlen an zu dem, was Sie in Ihrem Steuerwahlprogramm hatten, auch eine ZEW-Studie zur Bundestagswahl. Da steht drin zum Steuerkonzept der Union Steuereintlastungen vor allem für höchste Einkommensklassen einerseits, Mindereinnahmen 33 Milliarden ohne ein Gegenfinanzierungskonzept. Das Steuerkonzept der Union ist ein Wolkenkuckucksteuerkonzept. Wir machen verantwortungsvolle Regierungsarbeit in dieser Ampel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zum Zweiten, Frau Wegling hat es schon gesagt, Frau Heselhaus, der Steuersatz ist für Unternehmen ein Faktor. Wenn wir uns Großbritannien, USA anschauen, haben wir übrigens wieder ihre Unternehmenssteuern erhöht, teilweise, weil es die Gegenfinanzierung auch nicht so richtig finanziert hat. Aber es ist nicht der einzige und vor allen Dingen auch nicht der wichtigste Faktor und entscheidende Faktor für die Standortentscheidung. Das darf ich beispielsweise Ihnen zitieren, auch aus der Antwort der Bundesregierung. Im Fazit steht nämlich drin, dass wir insgesamt ein leistungsfähiges und gerechtes Steuersystem haben. Denn den Steuern und Abgaben stehen auf der anderen Seite auf höchstem Niveau Leistungen gegenüber, ein gutes Sozialsystem, eine ordentliche Infrastruktur. Das ist das, was wir mit den Steuern bezahlen. Das ist das Fazit. Wenn Sie Steuern senken wollen, wollen Sie woanders sparen. Das machen wir nicht mit. Ich sage Ihnen auch eines. Da ist genau das Problem, steht übrigens auch in der Studie des ZDW drin. Es geht nicht nur um Steuersenkungen dort, sondern auch um die Frage von Investitionen. Vollkommen richtig ist, wenn man mit Unternehmern vor Ort spricht. Das dann kommt beispielsweise bei mir. Es fehlt der Wohnraum. Wer hat denn die GBW-Wohnungen in Bayern 33.000 verkauft, die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen? Markus Söder und die CSU und keine neuen Wohnungen gebaut. Das ist ein Standortfaktor. Wer hat bitte schön dreimal nacheinander den Verkehrsminister gestellt? Ramsauer, Dobrindt und Scheuer. Ein Faktor ist der Verkehr. Wer hat die Bahn runtergewirtschaftet? Wer hat diese Infrastruktur runtergewirtschaftet? Es war ein CSU-Verkehrsminister. Das ist ein Standortfaktor. Und ein Standortfaktor ist auch, wo kriege ich verletzlich Energie, Erneuerbare her. Wenn Sie mal mit MRN und MTU und Chemie-Dreieck reden würden, sagen Sie, 200 Bürgermeister haben in Bayern jetzt einen Brandbrief geschrieben. Der stockende Ausbau, der verhinderte Ausbau der Staatsregierung der Bayerischen ist ein Standortfaktor und ein Standortrisiko für Bayern. Deswegen muss diese Regierung auch im Oktober abgewählt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zuletzt, wir brauchen und wollen einen handlungsfähigen Staat. Übrigens haben wir gemeinsam davon profitiert, in der Pandemie, dass es einen handlungsfähigen Staat gibt. Wir haben beispielsweise, das scheint die Erinnerung nicht so weit zu sein, massive Entlastungspakete auf den Weg gebracht, kreditfinanziert gemeinsam. Die waren auch richtig. Wir haben jetzt in der weiteren Energiekrise es mit der Ampel auch getan, haben da massiv auch die Wirtschaft unterstützt, damit es keine Arbeitslosen gibt, keine Pleiten der Unternehmen gibt. Und wir sind gut durch diese Krise rausgekommen. Und was wir jetzt machen, in den nächsten Wochen und Monaten, wir werden jetzt auch gezielte steuerliche Maßnahmen zur Anreizung von Investitionen auf den Weg bringen. Und übrigens auch zum Thema Steuergerechtigkeit. Ich komme sofort zum Schluss, dass wir eine gute und gerechte Besteuerung haben mit dem Steuerfairnissgesetz, die E-Rechnung, die globale Mindeststeuer, die Investitionsprämie, die zinte Maßnahme, Herr Kollege, hallo, 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 hallo. Die weiteren Aufzählungen müssen Sie in Ihrer nächsten Rede unterbringen. Danke schön. Ich bin auch fertig. Es ist nicht abschließend. Ich könnte noch vieles sagen. Ja, genau, das ist genau das Problem. Aber für die Union reicht es für heute. Herzlichen Dank. So, Michael Schwodi hier für die SPD als letzter Redner, auch wenn er noch was zu sagen gehabt hätte. Aber es gab ja hier ausreichend Raum und Zeit für die Abgeordneten des Hohen Hauses, diese große Anfrage der Union zu debattieren. Auch die Antworten der Bundesregierung, die Abgeordneten der Unionsfraktion, die wollten ja unter anderem von der Bundesregierung wissen, wie hoch die tatsächliche Steuerbelastung für Unternehmen und Einzelpersonen beispielsweise ist, aber auch die Wirkung von Steuersenkung zum Beispiel auf die Kaufkraft. Dazu gab es Fragen und, Sie haben es in der Debatte gehört, unterschiedliche Ansichten dazu, was Steuersenkung, Steuererhöhung, es war alles mit dabei. Steuern, da aber kann man einen Strich drunter ziehen. Das haben viele Rednerinnen und Redner hier gesagt. Das ist eben ein Standortfaktor, aber es muss ein ganzes Bündel an Standortfaktoren verbessert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu fördern. So, damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, bleiben aber beim Thema Wirtschaftsstandort Deutschland und schauen vor allem aber jetzt auf die maritime Wirtschaft. Die Ampel will den Abwärtstrend bei der maritimen Wirtschaft stoppen. Erster Redner dazu, Felix Bananczak von den Grünen. Nach Wismar fährt, kann dort derzeit nicht nur eine wunderschöne Altstadt besichtigen, sondern eine gewisse Skurrilität. Dort liegt nämlich in einer großen Halle der MV-Werften ein nicht fertig gebautes Schiff, ein Kreuzfahrtschiff, bei dem man in den Grundzügen erkennen kann, wohin es mal gehen sollte. Und wenn man dann dort mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Beschäftigten spricht, dann erfährt man, was da für kluge Gedanken hinterstanden, wie sehr sich eben die Beschäftigten dort einstellen auf asiatische, auf amerikanische Märkte in der Frage, wie groß die Kabinen sind und vieles mehr. Das, was dort steht, das Gerüst der Global One vom Konzern Genting Hongkong mal geplant, ist Ausdruck zum einen großer Ingenieurs- und Fertigungskunst dort in Wismar. Es ist aber auch Zeugnis des Strukturwandels in der maritimen Branche. Denn dort in Wismar, genau wie in Stralsund in Rostock, gibt es die MV-Werften nicht mehr. Und die Insolvenz der MV-Werften hat die komplette Regionen damals in große Sorgen und Schwierigkeiten gebracht. Aber was ist passiert in der Zwischenzeit? In Wismar wird sich bald mit Thyssenkrupp Marine Systems ein Marinebauer ansiedeln. Und in Rostock haben wir mit dem Marinearsenal staatlicherseits etwas geschaffen, was für die Region, aber eben auch für unsere nationale und europäische Souveränität und Resilienz von großer Bedeutung ist. Und wir haben, meine Damen und Herren, eine große weitere Chance, dass sich dort in Rostock-Warnemünde auch ein großer Hersteller von Offshore-Converter-Plattformen ansiedeln wird. Und ich gehe davon aus, dass sich die gesamte Bundesregierung mit all ihrer Kraft dafür einsetzen wird, dass wir auch in dieser Zukunftsbranche dort in Rostock eine große Ansiedlung schaffen werden. Wenn man sich anschaut, vor welchen Herausforderungen wir als Volkswirtschaft stehen, dann ist die maritime Wirtschaft, der maritime Bereich zum einen Teil dieser Herausforderung, als vor allem Teil der Lösung. Wir werden weder unsere Energiewendeziele erreichen oder unsere Klimaziele, wenn nicht die Häfen sich zu den Hubs einer Energiewende, einer Energieinfrastruktur der Zukunft weiterentwickeln. Sie haben die Chance. Wir werden sie als Bundesregierung nach Kräften dabei unterstützen. Die maritime Branche kann auch einen großen Anteil dazu leisten, dass wir unsere Klimaziele im Verkehrssektor erreichen, indem wir jetzt mit aller Kraft in die Transformation der Antriebe, der Antriebssysteme investieren und darauf hinarbeiten, dass wir auch eine klimaneutrale Bundesflotche haben, damit wir unseren Klimazielen gerecht werden und eben auch die maritime Branche dabei unterstützen, sich auf diesen Weg zu begeben. Meine Damen und Herren, wenn wir über Souveränität und Resilienz sprechen, und das ist der Fokus dieses gemeinsamen Antrags, dann muss es eben auch darum gehen, dass wir unsere Wirtschaft, aber eben auch unsere kritische Infrastruktur noch besser schützen, dass wir sie noch besser schützen davor, dass sie Anschlagsziel von anderen werden könnte, dass sie aber auch das Ziel von Investitionen werden könnte, die am Ende unsere Souveränität infrage stellen. Und deswegen freue ich mich, dass es uns gelungen ist, mit 66 Punkten auszubuchstabieren, was maritime Souveränität in der Zeitenwende, was maritime Souveränität in den Herausforderungen unserer Zeit bedeutet. Ich möchte an dieser Stelle Johannes Ahl, der heute leider erkrankt ist, und Tagen Reinhold danken für die gute Zusammenarbeit. Und ich freue mich sehr, dass Stefan Seidler als fraktionslose Abgeordnete des Südschleswigischen Weserbunds Teil dieser Initiative ist. Ich möchte, weil Otto Fricke häufig mit Shakespeare endet, gerne Rio Reiser zitieren. Die Zeit ist auf unserer Seite volle Kraft voraus. Vielen Dank. Ja, sagt hier Felix Bananschak zum Auftakt der Debatte. Ja, mit diesem 66 Punkte umfassenden Maßnahmenpaket, da will eben die Ampelkoalition der Sorge entgegentreten, dass die zunehmende Dominanz asiatischer Staaten beim Schiffsbau, in der Wasserstraßeninfrastrukturen, bei den Energietransporten über das Meer die deutsche Wirtschaft in neue Abhängigkeiten bringt. Zu dieser Debatte hat auch die Unionsfraktion einen Antrag vorgelegt mit Vorschlägen, wie man in dieser Krise, in der sich die Branche befindet, sozusagen wieder diese maritime Wirtschaft unterstützen kann. Ich hoffe, ich kann Ihnen gerecht werden. Eins ist natürlich klar, diese maritime Wirtschaft hat einen sehr großen Stellenwert. 90 Prozent des internationalen Warenhandels, zwei Drittel des deutschen Außenhandels werden über Seehäfen abgewickelt. Jährliches Umsatzvolumen 50 Milliarden Euro, 400.000 Arbeitsplätze, sagt man. Insofern, glaube ich, brauchen wir nicht darüber streiten, dass das ein ganz wichtiger Teil unseres Wohlstandes, unserer Wirtschaftsstruktur ist, die wir erhalten müssen. Deswegen, glaube ich, schreibt die Ampel ja auch, es sei elementar dem maritimen Sektor in all seinen Facetten ressortübergreifend die lange überfällige Aufmerksamkeit zu widmen, wohl an. Ich stelle mir nur die Frage, warum beschreiben Sie das nur und tun es nicht? Denn ich habe in den letzten zwei Jahren von Ihnen jetzt hier keine großen Gesetzesinitiativen erleben dürfen, die dieser Bedeutung der maritimen Wirtschaft nun auch entsprochen hätte. Das beginnt mit dem Koordinator. Ich glaube, der Kollege Janicek ist ja auch da. Ich habe mich am Anfang gewundert, dass jemand aus München ohne direkten Zugang zum Meer dann Koordinator wird. Aber ich habe mir sagen lassen, da gibt es eine große Zulieferindustrie. Das ist natürlich auch von entsprechender Bedeutung. Was ich schade finde, dass der Kollege nicht nur für maritime Wirtschaft angesichts der von allen beschriebenen und wahrscheinlich gleich auch noch weiter beschriebenen Bedeutung nur für maritime Wirtschaft ist, sondern auch noch für Tourismus. Das ist ja noch mal so ein breites Feld. Nicht, dass ich Ihnen das nicht zutraue. Aber ich würde mir wünschen, Sie wären häufiger an der See und seltener in den Bergen, nicht Sie persönlich. Ich würde mir einfach wünschen, dass man das von Ihnen gar nicht verlangt. Die maritime Wirtschaft ist so wichtig, dass man sich intensiv darum kümmert. Und vielleicht kann man das, wenn man da sowieso 43 Beauftragte hat, glaube ich, die Ampel mittlerweile, also bei Personalvergaben sind Sie durchaus Profi. Da kommt es jetzt auf einen Beauftragten mehr oder weniger auch nicht an. Also die maritime Wirtschaft, ist ja nicht nur von hoher Bedeutung, sondern wir sind in Deutschland auch noch mitunter jedenfalls Technologie- und Weltmarktführer. Und natürlich steht sie auch so unter Druck wie die Wirtschaft insgesamt in Deutschland. Ich will das hier nicht alles wiederholen. Spitzenlast bei Steuern, Abgaben, hohe Energiekosten, Investoren flüchten im Rekordtempo, so lesen wir in Deutschland, der Wirtschaftsstandort fällt zurück. Und deswegen haben wir als CDU-CSU auch einen entsprechenden Antrag gemacht. Wir haben sogar ein paar Punkte mehr. Vielleicht ist das bei der Opposition jetzt auch nicht so verwunderlich. Aber ich glaube schon, es ist sinnvoll, dass wir nicht weiter Marktanteile verlieren bei den deutschen Häfen. Ich glaube, wir brauchen wirklich Änderungen dahingehend, dass 92 Prozent aller Bestellungen bei den zivilen Seeschiffen dann an China und Korea gehen. Und deswegen haben wir ganz konkrete Vorschläge auch gemacht. Wir brauchen Wertschöpfung in Deutschland. Und wir schlagen vor, entsprechende Wertschöpfungsklauseln dann auch zu haben, verbindliche Wertschöpfungsklauseln bei Neubau, Förderprogrammen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir versuchen, ein Level-Playing-Field zu machen und zu schaffen, damit auch deutsche Unternehmen wieder eine Chance haben, die ihnen angesichts ihrer Fähigkeiten auch zukommt. Und dabei geht es im Übrigen nicht um Protektionismus, wie man manchmal lesen konnte, sondern es geht einfach nur um Chancengleichheit. Und da können Bundesbürgschaften finden wir, schlagen wir vor, Exportkreditgarantien auch helfen, weil wir endlich eine aktive Standortpolitik mit europäisch abgestimmten Maßnahmen brauchen. Das ist alles Inhalt unseres Antrages. Und deswegen, liebe Ampel, Sie schreiben in Ihrem Antrag, in der maritimen Souveränität liegen Potenziale für deutsche und europäische Wertschöpfung. Und dafür braucht man, das ist ja wohl unstreitig, richtige Rahmenbedingungen. Und wer ist dafür zuständig? Die Bundesregierung. Also, zwei Jahre sind schon ohne maßgebliche Veränderungen ins Land gegangen. Fangen Sie an, an diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten, wenn Sie die maritime Souveränität insgesamt stärken wollen. Kurzum, Sie beschreiben in Ihrem Antrag mehr den Wind, setzen aber keine Segel. Deswegen, naja, man könnte jetzt auch noch sagen, wer sich permanent auf der Brücke streitet und in welchen Hafen man segeln soll, der, für den ist der Wind nie richtig. Also, ich hoffe, das reicht mit zwei Zitaten. Das weiß, Grosse-Brömer zitiert Grosse-Brömer, aber das ist ein schönes Bild am Ende der Redezeit. Ich bin auch exakt am Ende meiner Rede mit diesen beiden Zitaten. Ich glaube, unser Antrag hilft der Zukunft der maritimen Wirtschaft. Ahoi! Das sagte Michael Grosse-Brömer, der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, und der hat ja den Antrag der Union noch mal vorgestellt. Ja, die deutschen Seehäfen, allen voran Hamburg, beispielsweise verlieren zunehmend Marktanteile an die Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich kann das auch aufklären. Mein geschätzter Kollege Johannes Ahlt ist leider erkrankt und guckt aber von zu Hause zu. Herzliche Grüße und beste Genesungswünsche hat mich gebeten, hier zu diesem Thema zu reden. Dass das eine wichtige Branche ist, haben die Vorredner schon gesagt. Nun kann man natürlich bei maritimer Wirtschaft schon daran denken, das ist vielleicht Krabbenbrötchen oder Strandkorb auch, aber es ist schon auch Industrie, industrielle Strukturen, die dort aufgebaut werden. Und wenn man mal die Polemik weglässt von Michael Grosse-Brömer, der vor mir gesprochen hat, sind ja gar nicht so viele Punkte, wo wir irgendwie auseinander sind, sondern ich glaube, wir haben Einigkeit da drin. Und es ist gute Tradition hier in diesem Parlament, dass die Regierungsfraktionen einen Antrag vorlegen. Und der, finde ich, beschreibt sehr gut die Situation dieser Branche, die anlässlich der maritimen Konferenz, die dieses Jahr im September in Bremen stattfindet, noch mal beschreibt. Und vor allen Dingen, wo sind die Herausforderungen und wo ist die klare Strategie dieser Regierung? Und ich freue mich ganz besonders, dass der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesverkehrsminister dieser Debatte auch beiwohnen. Das zeigt auch noch mal die Bedeutung dieser Branche und dieser industriellen Strukturen. Die Entwicklungsperspektiven sind enorm, wenn es nicht nur um 400.000 Beschäftigte geht und um 50 Milliarden Umsatz, sondern was ist in der zukünftigen Entwicklung in dieser maritimen Wirtschaft drin. Es sind für ein Industrieland wichtige Export- und Logistikstrategien und auch Formen, die dort aufgebaut worden sind, die wir aber auch erweitern müssen. Und in dieser Energieerzeugung zum Beispiel spielt diese maritime Infrastruktur eine wichtige Rolle. Wir sind auf dem Weg der Transformation. In vielen Debatten haben wir das hier besprochen. Und das gelingt nur, indem wir den Ausbau der erneuerbaren Energie forcieren. Die zukünftigen Säulen unserer Energieerzeugung werden Photovoltaik und Wind sein. Und hier spielt die maritime Wirtschaft eine besondere Bedeutung, weil gerade Wind offshore ausgebaut wird. Wenn man sich das mal anguckt, wir haben zurzeit knapp 8 Gigawatt Ausbau der Wind offshore Erzeugung und werden aber in den Ausschreibungen in den nächsten Jahren 8 Gigawatt nicht wie in den letzten 20 Jahren, sondern pro Jahr dazu bauen. Und das zeigt schon, dass man diese industriellen Strukturen auch mit einer Infrastruktur begleiten muss. Die Küste wird also eine enorme Bedeutung kriegen. Dort sind Kompetenzen gefragt im Aufbau dieser Infrastruktur in großen Wind-Offshore-Parks, aber auch in Konverterstationen. Und hier sollten wir alles dafür tun, dass wir diese Technologie und diese Kompetenz auch erhalten. Wir können nicht nur Schiffe bauen, sondern wir müssen jetzt auch mit den Konverterplattformen dafür sorgen, dass wir diese Kompetenzen und die Unternehmen dabei unterstützen mit einer Infrastruktur und mit einer Produktionskapazitätsaufbau, auch mit Wirkschaften staatlich unterstützen und flankieren, dass dieses Know-how auch hier in Deutschland bleibt. Die bis jetzt vergebenen Konverterstationen sind eben nicht in Deutschland erfolgt. Und deshalb wollen wir das mit dieser Strategie ändern. Eine wichtige Wertschöpfung der Schlüsselindustrien. Und deshalb ist es gut, wenn das im Fokus ist dieser Konferenz. Wir werden leistungsfähige Häfen dafür brauchen. Und deshalb ist zum Beispiel auch in meinem Heimatland Cuxhaven dort eine Ansiedlung in Cuxhaven, wo wir mit Siemens Gamesa schon ein Produzent von riesen Wind-Offshore-Anlagen haben. Jetzt auch die Hafeninfrastruktur, die dazu muss. Das sind Investitionen, die auch flankiert werden müssen von staatlicher Seite. Und dann wird das auch prosperierend für so eine Region neben Tourismus ein weiteres Standbein sein. In dem Antrag sind mehrere Zukunftsfelder der maritimen Souveränität beschrieben und aufgeführt worden. Was verstehen wir darunter? Es ist erstens eine Resilienz und Unabhängigkeit. Einige Dinge davon hatte ich beschrieben. Es stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Und wir brauchen dazu Finanzierung und wie bereits gesagt auch Bürgschaften, um diese Kapazitäten aufzubauen in der maritimen Infrastruktur. Und viertens auch eine sozial-ökologische Transformation. Uns ist wichtig, der Kollege Banerczak hat darauf hingewiesen, dass zum Beispiel auch Antriebe von Schiffen sich natürlich der Herausforderung der Transformation stellen müssen. Und deshalb finde ich es enorm, wenn wir in diesen Bereichen unser technisches Know-how auch weiterentwickeln und hier dafür sorgen, dass in der maritimen Souveränität auch hier Zeichen gesetzt werden, eine Strategie aufgezeigt werden für Investitionsentscheidungen in den Unternehmen. Und das zeigt dieser Antrag sehr deutlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was in dem Antrag sehr ausführlich beschrieben ist, ist aus der Feder der drei Koalitionsfraktionen. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die dazu beigetragen haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir eine große Mehrheit für diesen Antrag bekommen. Herzlichen Dank. Sagt Bernd Westphal, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Ja, neben der Schiffsindustrie, da nimmt die Koalition beispielsweise auch die Häfen in den Blick. Denn viele Häfen gelten eben als kritische Infrastruktur. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister! Meine Damen und Herren Kollegen! Liebe Besucher aus meinem Wahlkreis oben auf der Tribüne! Früher hieß es mal, Zukunft ist gut für uns alle. Aber damit ist es jetzt wohl zu Ende. Bei Ihrer Scholz'schen Zeitenwende fehlt nämlich ein D. Es muss nämlich heißen, Zeitendwende. Um nicht zu sagen, Endzeitwende. Meine Damen und Herren, der deutsche Schiffbau liegt am Boden. Die Insolvenz der Gentingwerfen in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern kostet den Steuerzahler wegen politischer Fehlentscheidungen Hunderte Millionen. 50 Prozent der gesamten weltweiten Schiffsproduktion finden inzwischen in China statt, 40 Prozent in Südkorea. Und wissen Sie, wie hoch der Anteil des deutschen Schiffbaus weltweit liegt? Ich werde es Ihnen sagen, bei gerade einmal 0,3 Prozent. Das ist das Ergebnis Ihrer maritimen Wirtschaftspolitik, meine Damen und Herren, von der Ampel, aber auch vormals von der Union. Investoren fliehen in Scharen aus Deutschland, siehe die Kapitalflucht von 125 Milliarden Euro netto im letzten Jahr. Die noch halbwegs funktionierende mittelständische Zulieferindustrie vertreiben Sie mit Ihrem Energiedesaster ins Ausland oder in die Pleite. Und was ist Ihre Idee? Eine klimaneutrale Bundesflotte, ein Umweltzeichen, umweltfreundliches Seeschiffsdesign und die regelmäßige Überprüfung der Schleusen von Bundeswasserstraßen. Herzlichen Glückwunsch! Ihr Ampelantrag ist für die maritime Wirtschaft mehr eine Drohung als eine Hilfestellung. Immerhin wollen Sie die Anpassung der Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer an die anderen europäischen Staaten jetzt wenigstens prüfen. Guten Morgen, meine Damen und Herren, das haben wir als AfD schon im Mai 2019 beantragt. Sie geben vor, möglichst viel Wertschöpfung im Land zu behalten, verschachern aber Teile des Hamburger Hafens auf Kanzlerbefehl an China. Die Wahrheit ist doch, dass vor allem große ausländische Konzerne, die Habecks Lobbyisten-Netzwerk finanzieren, sich eine goldene Nase verdienen, während die Menschen in Deutschland nicht mehr wissen, wie sie ihre Strom- oder Gasrechnung bezahlen können. Sie versprechen einen Aufwuchs von 400 Gigawatt Offshore-Windleistung in den nächsten 20 Jahren. Herr Westphal sprach von derzeit gerade 8 Gigawatt-gegebene Leistungen. Angesichts der gerade einmal 38 neuen Anlagen mit einer Nennleistung von 342 Megawatt im letzten Jahr ist das doch nur ein Wunschtraum. Bei dem Tempo brauchen Sie 1.200 Jahre statt 20 Jahre. Sie geben vor, die Seehäfen zu Drehscheiben eines erneuerbaren Energiesystems machen zu wollen, bauen aber ein LNG-Terminal für teures und vor allem dreckiges US-Fracking-Gas mitten in einem Naturschutzgebiet auf Rügen. Das hält nicht mehr Ihr Experte Felix Heilmann, übrigens ehedem für Greichens Agora-Energiewende tätig, für eine gute Idee. Und der Unionsantrag, der zeigt deutlich, wie Sie, meine Damen und Herren von der Union, nach wie vor in dem woken Umklammerungsgriff der Grünen gefangen sind. Der Kollege Westphal hat ja eben gerade auch Ihren Antrag gut geheißen. Der Unionsantrag atmet durchweg die Unsicherheit zwischen willfährigem Grünen-Gehorsam und dem öffentlichen Druck, doch mal ein wenig Opposition spielen zu müssen. Die Krise der maritimen Wirtschaft ist die Krise der deutschen Wirtschaft, Ihrer aller geschaffenen Krise. Bezahlbare Energie, das ist es, was Deutschland vor allem braucht. Und beenden Sie endlich die unheilige Allianz mit der EU, Ihrem Bürokratie-Kreuzzug. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, was brauchen wir von der maritimen Wirtschaft, um für die Zukunft gewappnet zu sein, um Wohlstand zu bewahren, um der nächsten Generation mindestens dieselben Möglichkeiten zu geben, wie wir sie hatten. Und was heißt das für unsere politischen Entscheidungen? Einige Erkenntnisse brauchten leider die Corona-Zeit und einen schrecklichen Krieg in Europa, um abseits der Fachöffentlichkeit zu wirken. Aber kaum einer, der heutzutage nichts mit Frachtraten, Containermangel, der Wirkung von gebrochenen Lieferketten, den Auswirkungen geschlossener Häfen etwas anfangen könnte. Dem nicht bewusst ist, dass eine Nation, bei der fast alle Waren übers Meer kommen und gehen, eine starke maritime Wirtschaft braucht. Und es gibt kaum ein Thema, bei dem wir uns eigentlich so einig sind. Ich begleite diese Debatten seit einigen Jahren und sehe auch heute wieder große Gemeinsamkeiten. Deshalb setze ich auch auf eine große Zustimmung zu unserem Antrag. Und trotzdem, seit Jahren lese ich auch dieselben Punkte in unseren Anträgen. Nicht nur in unserem, auch in denen in der Union. Das muss man zugeben. Und das hat die Branche wieder verdient. Und ich glaube, sogar für Deutschland ist diese Geschwindigkeit gefährlich. Und deshalb legt die Ampel jetzt einen Antrag vor, der eine präzise Bestandsaufnahme liefert, ambitioniert, anspruchsvoll, ressortübergreifend einen klaren Kurs festlegt. Was braucht es dafür? Ich glaube, drei Dinge. Erstens, leistungsfähige Infrastruktur. Ich glaube, nicht jeder Bürgermeister braucht seinen eigenen Hafen. Wir brauchen aber eine abgestimmte Strategie. Leistungsfähige, digital vernetzte, renundante Hafenstrukturen für alles das, was die nächsten Jahre nach Deutschland rein und raus muss. Wenn 40 Prozent der Welthandelsflotte mittlerweile Energietransportieren, brauchen unsere Strukturen in Deutschland genau die Voraussetzungen, um das leisten zu können. Wir brauchen eine Hafen-Hinterland-Anbindung, die auf die Mobilität von morgen passt. Es braucht zweitens eine starke Flotte. Dabei brauchen wir den Dirigenten und das Orchester, damit unsere Musik gespielt wird. Sonst spielen bald andere Nationen mit unserer Wirtschaft. Und das mit Sicherheit nicht zu unserem Vorteil. Das heißt, es braucht Schiffseigner, Räder, Charterer und Schiffe mit deutschem Zugriff. Dafür brauchen wir Finanzierung und eine Besteuerung, die die Räder hier hält und die zweitgrößte Containerflotte der Welt erhält. Eine insgesamt noch der größten Flotten der Welt wachsen lässt und modernisiert. Wir brauchen eine Flackenstaatsverwaltung, die sich mit optimalem Service für mehr Schiffe empfiehlt und nicht weiter zurückfällt. Und drittens brauchen wir einen leistungsfähigen Schiffbau. Fähigkeiten erhält man und Vorschritt bekommt man, indem man viel arbeitet. Das weiß vielleicht jeder noch aus seinem Beruf. Wer seinen Beruf nicht ausübt und nichts macht, der wird mit Sicherheit nicht besser. Oft verlernt man etwas. Also braucht es Aufträge. Und deshalb braucht es ein Living Playing Field in Europa. Bei Schiffsbestellungen müssen wir ein Auge auf die eigenen Werften haben, zu jeder Zeit. Sonst verlieren wir die Fähigkeiten, auf Neues reagieren zu können. Wer baut sonst Wasserstofftanker der Zukunft? Wer sorgt für CO2-Transporte über die See oder für eine leistungsstarke Verteidigungspolitik? Diese Punkte wollen die Mehrheit der Parlamentarier dieses Hauses. Und deshalb müssen die Ministerien sie jetzt beherzt umsetzen. Und ich bin dankbar über die große Präsenz der Regierung. Denn ich glaube, das muss Wirtschaft, Verkehr, Verteidigung, Außenkanzleramt zusammenstemmen. Sonst klappt es nicht. Denn ich persönlich habe keine Lust, in zwei Jahren, vier Jahren oder sechs Jahren wieder einen Großteil der Punkte in neuen Anträgen wiederzufinden. Deshalb bitte ich Sie um breite Unterstützung unseres Antrages. Und jetzt, da ich zum letzten Mal hier vor Ihnen stehe, möchte ich noch ein paar persönliche Worte an Sie verlieren. Viele Parlamentarier habe ich hier getroffen, die unser Land von morgen besser machen wollen, als es heute ist. Noch mehr Mitarbeiter habe ich getroffen, die zumindest mit dem gleichen Herzblut wie ihre Chefs an der gleichen Sache arbeiten. Und allen denen danke ich von Herzen. Aber auch ohne unsere Partner zu Hause oder hier in Berlin wäre das alles nicht möglich. Denn die Ideen, die allzu oft als erstes mit Ihnen bewertet werden und die Sie unterstützen und uns antreiben dabei, wären sonst ohne unsere Partner gar nicht dankbar. Deshalb bin ich froh, meine große Liebe heute hier an meiner Seite zu wissen. Und danke dir, danke Ihnen für all Ihre Unterstützung. Aber gute Gesetze alleine, und wir machen nicht immer gute Gesetze, die machen unser Land noch nicht besser. Es braucht viele in der Gesellschaft, die anpacken. In den kommunalen Vertretungen, in den Kreistagen, in den Feuerwehren, in den Hilfsdiensten, in Vereinen und Stiftungen. Die Alte und Junge, Schwache und Starke unterstützen, wo immer Sie können. Deshalb bitte ich alle, engagieren Sie sich, wo immer es geht. Lassen Sie uns gemeinsam unser Land zu einem besseren Ort machen. Erlauben Sie mir am Ende noch eine letzte Bitte an alle. Lassen Sie uns gegen Hass kämpfen, wo immer er unserer Gesellschaft Schaden zufügt. So manch einer ist von Neid und Hass zerfressen und hetzt oft unter dem Denkmantel der Toleranz und der Meinungsfreiheit, oft sogar der Freiheit insgesamt, gegen andere. Bekämpfen wir Hass, wo immer er auftritt. Diese Menschen haben in unserer Mitte keinen Platz. Wer spaltet und verletzt und nicht vereint und versöhnen will, der liebt weder die Menschen noch sein Land. Ich danke Ihnen. Es war mir eine Ehre. Herr Reinhardt, ich erlaube mir, im Namen des gesamten Hauses zu danken für Ihre Arbeit, für unser Land, für die Demokratie und für alles, was Sie voranbringen konnten. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für das, was vor Ihnen liegt. Applaus Ja, und da gibt es Applaus aus dem Haus von den Abgeordneten. Bernd Rixinger hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Jetzt als Nächster am Rednerpult. Bernd Rixinger für Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nach so viel literarischer Kenntnis ist mir dann doch noch ein alter Seglerspruch eingefallen, und der heißt, wo kein Ziel ist, sind alle Wege richtig. Und deswegen müssten wir vielleicht als gemeinsames Ziel haben, dass die maritime Wirtschaft eine Schlüsselbranche ist und maritimes Know-how und maritime Fähigkeiten heute und in Zukunft hochrelevant sind und hierzulande gehalten werden müssen. Die Herausforderungen sind klar umrissen. Es wird höchste Zeit, den Investitionsstau in den Häfen zu beseitigen. Und sie fit für die Zukunft zu machen. Landstromanlagen müssen forciert die Schiffsflotte und eine klimaneutrale Zukunft vorbereitet werden. Arbeitsbedingungen und Bezahlung in den Häfen und auf den Schiffen müssen attraktiv ausgestaltet werden. Die katastrophalen Zustände an Bord vieler Handelsschiffe sind nicht hinnehmbar. Leider tragen auch deutsche Reedereien einen Teil der Verantwortung dafür. Sie haben ihre Flotten mehrheitlich ausgeflaggt, um in Deutschland geltende Standards zu umgehen. Da ist es nicht verwunderlich, dass der eigentlich spannende Beruf der Seefahrerin oder des Seefahrers immer weniger junge Leute anzieht. Wir brauchen deshalb eine Ausbildungsoffensive und attraktive Arbeitsbedingungen von Seeleuten an Land und an Bord. Dazu kann die öffentliche Hand einen zentralen Beitrag leisten. Die deutsche Schifffahrt ist stark subventioniert. Öffentliche Investitionen und steuerliche Subventionen müssen mit der Sicherung von guter Arbeit und Ausbildung, zum Beispiel durch Tariftreue-Regelungen, verknüpft werden. Der Erhalt von Werften ist eine strategische Aufgabe. Wir halten allerdings nichts davon, wenn das über die Bestellungen für die Marine der Bundeswehr geschehen soll. Das ist der falsche Weg. Klar ist, dass der Bund sich bei den Häfen nicht länger einen schlanken Fuß machen kann. Es ist fahrlässig, wenn der Bund zwar strategische Beteiligungen an großen Flughäfen hält, sich jedoch bei den Häfen, die überregionale, ja bundesweite Bedeutung haben, vornehm zurückhält. Zur Gretchenfrage zum Ausbau der Hafenkooperation schweigen Sie sich aus. Wenn sich selbst ein Werben als zweitgrößter Hafen Europas mit Seebrücke zusammenschließt, ist das ein Wink mit dem Zaumpfahl. Es macht keinen Sinn, wenn wir an sämtlichen Hafenstandorten Kapazitäten für alle Güter bereitstellen. Das ist weder effizient, noch erhöht sich damit die Versorgungssicherheit. Wir brauchen eine Hafenkooperation der Hafengesellschaften und der Container-Terminals in Deutschland, ja besser in der gesamten EU. Damit könnte im Übrigen auch gegen die Rädernacht angegangen werden, um zum Beispiel dem Größenwachstum bei den Schiffen und damit hohen Infrastrukturkosten ein Ende zu setzen. Und wenn wir über die maritime Wirtschaft reden, müssen wir auch über die Profite der Branche sprechen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es ist ja schön, dass Hamburg mit einer Beteiligung an Habak-Leut 1,5 Milliarden Euro Dividende allein für 2022 bekommt. Zum ganzen Bild gehört jedoch, dass Habak-Leut dank der Tonarsteuer im gleichen Jahr gerade einmal 0,5 Prozent Steuern auf seine Gewinne zahlt. Selbst Hamburg würde von einer normalen Besteuerung der Gewinne mehr profitieren als von der Ausschüttung. Und dieses Geld brauchen wir dringend für Investitionen in die maritime Wirtschaft und vor allen Dingen auch in gute Ausbildung und gute Beschäftigung. Danke Ihnen. Danke schön. Güte kam doch noch vor mit der Gretchenfrage. Und jetzt gebe ich Dieter Janicek das Wort für die Bundesregierung. Der Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Lieber Hagen Reinhold, ich möchte mich auch zu Beginn ganz herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre. Am Anfang war es die Luftfahrt, jetzt die Schifffahrt, wir zusammen. Ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Lebensweg. Vielen Dank. Gestern war ich in Neubrandenburg, lieber Michael Grosse-Brömer, und dort hat man mir spaßeshalber schon einen Zweitwohnsitz angeboten. Also insofern, das mit der Präsenz ist, glaube ich, ganz gut angesehen in der Branche. Und vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn das mal jemand macht, der nicht nur aus dem Norden kommt, weil dann der Verdacht gar nicht so nahe liegt, dass man Interessen des Nordens vertritt. Und darauf will ich hinaus in meiner Rede. Es geht hier um bundesdeutsches Interesse bei der maritimen Wirtschaft. Worum geht es? Wir haben mehr die Zukunft, die Zukunft der Energieversorgung, des Klimaschutzes, aber auch der Logistik, der Warenströme. Die ist heute schon da, aber wir haben Investitionen im Bereich von einer Billion Euro des europäischen Kontinents, allein im Bereich der Offshore-Windenergie. Das sind über 400 Gigawatt in den nächsten 25 Jahren an Windturbinen, Monopiles etc., Offshore-Converterplattformen, da komme ich gleich noch drauf, die wir installieren wollen. Und wir wollen als Bundesrepublik Deutschland einen Teil der Wertschöpfung im europäischen Verbund bei uns halten. Darum kämpfen wir ganz intensiv in dieser Koalition. Und das Thema Converterplattformen ist eines, das mich seit Beginn meiner Amtszeit, die ist jetzt knappes halbes Jahr her, intensiv beschäftigt. Denn in der Tat haben wir nicht nur einen, sondern wahrscheinlich zwei Standorte, Bremerhaven auf der einen Seite, Rostock-Warnemünde auf der anderen Seite, die geeignet sind. Und diese Produktion, Wechselstrom in Gleichstrom auf den Meeren, eine Plattform kostet, um die 2,5 Milliarden Euro nach dem heutigen Stand. Die Übertragungsnetzbetreiber wollen davon Vergaben machen, bis in die 40er Jahre hinein. Also da ist ein Geschäftsfeld da. Wir müssen darum kämpfen, und das tun wir, dass wir hier Standorte realisiert kriegen, am Standort Deutschland. Das muss unsere Aufgabe sein. Und dann spielt natürlich die Frage der Infrastruktur eine Rolle. Die Häfen werden sich wandeln. Und Volker Wissing ist derjenige, die die nationale Hafenstrategie jetzt mit uns gemeinsam auch entwickeln wird. Und da spielen die Fragen von Wasserstoff, Zugänglichkeit, Kaimauern, Schwertüchtigung entsprechend eine Rolle, dass wir das, was auf die Häfen zukommt, dann auch investiert kriegen. Die Länder sind in der Verantwortung. Aber man wird auch darüber reden müssen, wie man künftige Herausforderungen gemeinsam stemmt. Da ist ein Prozess vor uns. Und das geht dann weiter bei dem Thema Errichterschiffe. Denn sie kriegen ja die Turbinen nicht raus aufs Meer, wenn sie nicht entsprechend dann auch Schiffe haben, auch bei der Bebunkerung, die das hinkriegen. Und dann geht es wiederum weiter. Wir haben 300 Millionen Tonnen Schiffsdiesel auf den Meeren. Das haben wir im Flugverkehr übrigens mit dem Kerosin auch. Die wollen wir zum einen ersetzen durch grünen Wasserstoff, durch Ammoniak, durch Emetanol. Also überall neue Geschäftsfelder, die entstehen, die für die maritime Wirtschaft im heutigen Stand eine gigantische Chance sind. Und jetzt sind die Problemlagen folgende. Wir kommen aus einer Vergangenheit, die Teile des Niedergangs auch. Herr Ferdemann, Sie wissen, das ist ja auch noch aus der Erfahrung der Regierung erlebt, was die Werften angeht. Das heißt, die Kapitalkraft der einzelnen Unternehmen reicht nicht zwingend aus, um das zu schultern. Und deswegen ist die Frage von Bürgschaften, von Bauzeitfinanzierung eine, die uns sehr stark beschäftigt. Ich glaube auch nicht, das will ich deutlich sagen, dass wir uns jedes Geschäftsmodell der Vergangenheit wieder zurückwünschen sollten, was wir nicht schaffen können. Aber es gibt Bereiche, wo der Staat auch in Verantwortung geht, mit der Branche gemeinsam, da gibt es einen intensiven Dialog, die Finanzierung zu stemmen. Denn was ich genannt habe, diese eine Billion allein im Offshore-Bereich, dann plus den Maritimen Bereich, plus das Thema Kraftstoff, E-Fuels, Wasserstoff, Anlandung. Also, ich komme aus Bayern, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich beneide den Norden ein wenig über die Chancen. Wir in Bayern diskutieren gerade, dass wir die Stromtrassen nicht ausgebaut haben. Und mit der Windkraft ist nicht so gut. Die Energie, dort, wo sie historisch erzeugt wird, ist das Wachstum. Das ist eine große Chance. Da sollten wir ran, können das mit Klimaschutz vereinbaren. Der Mittelstand hat eine Chance. Ich bin da gerne dabei. Mir macht es viel Spaß und freue mich auf die nächste Diskussion. Vielen Dank. Das sagt hier der maritime Koordinator der Bundesregierung, Dieter Janicek. Neue Geschäftsfelder für die maritime Wirtschaft. Aber da braucht es vielleicht auch ein bisschen Unterstützung oder Anschub noch. Ingo Gädichens für die Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Janicek, der letzte beauftragte oder maritime Koordinator der CDU-geführten Bundesregierung war Norbert Brackmann, der über alle Parteigrenzen hinweg eine hohe Anerkennung hatte. Und ich war überrascht, wie schnell Claudia Müller als Nachfolgerin der neuen Regierung, als maritime Koordinatorin in diese doch großen Paar Schuhe reingewachsen ist. Schon wieder ein Wechsel. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Füße noch wachsen, damit Sie in dieses große Paar Schuhe reinkommen. Und Ihre erste große Baustelle wird ja die nationale maritime Konferenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass die Ampelkoalitionäre uns jetzt doch noch einen Antrag zum Thema maritime Wirtschaft in Vorbereitung dieser maritimen Konferenz präsentieren. Enorm wichtig, weil, so wie sich Friedrich Merz gestern hier geäußert hat, dass Deutschland tatsächlich in eine Rezession manövriert, von der die maritime Schlüsselbranche mit unseren See-, Wasser- und Handelswegen, der Hafeninfrastruktur-, Werftindustrie- und den Logistik-Hubs in gravierender Weise bedroht ist. Umschlagszahlen sind teilweise bis zu 20 Prozent eingebrochen. Und der Standort Deutschland rutscht beim Logistikleistungsindex und im Umfang der Handelsflotte immer weiter ab. Selbst die Ampelkoalitionäre erkennen in ihrem Antrag Souveränität in der Zeitenwende an, dass der deutschen Werftindustrie nur noch der Spezialschiffbau und der Bau von Kreuzfahrtbehörden und militärischen Hilfs- und Kampfschiffen geblieben ist. Daraus müsste eigentlich folgen, dass wir genau diesen Sektor stärken, um Arbeitsplätze in der Werftindustrie zu sichern. Nach der vom Bundeskanzler ausgerufenen Zeitenwende und dem von meiner Fraktion mitgetragenen 100 Milliarden Sondervermögen ist die deutsche Marine zunächst fest davon ausgegangen, dass mit einer gezielten Auftragspolitik für unsere Werften die deutsche Marine, unsere Flotte, gestärkt wird. Nach dem Verschiebebahnhof vom unterfinanzierten Verteidigungsetat ins Sondervermögen steht nun die Marine und somit auch unsere Werften als große Verlierer da. Es gibt außer den von uns bestellten zwei 212-CDU-Booten keine weiteren. Es gibt keine weiteren fünf Korvetten, sondern nur eine. Es gibt keine weiteren zwei Fregatten der Klasse 126 und so weiter und so fort. Die derzeit beauftragten Doppelhüllentanker und Flottendienstboote stammen noch aus der letzten Wahlperiode. Also erkennbar keine Stärkung des Werftstandortes Deutschlands durch die Ampel, meine Damen und Herren. Anders als im Antrag der CDU-CSU-Fraktion steht im Ampelantrag viel Prosa und wenig Handfestes. Anders ausgedrückt, die Ampel steht für unsere maritime Wirtschaft auf Rot. Meine Damen und Herren, alle sollten wissen und wir wissen auch, wie elementar wichtig eine intakte und gesicherte marine Infrastruktur ist. Die Zahlen sind genannt und wir brauchen natürlich auch, wenn wir wissen, dass 95 Prozent des weltweiten Datenverkehrs über Seekabel auf den Weltmeeren laufen, eine Sicherung dieser Wege. Aus Ihrem Antrag kann man nahezu herauslesen, als wenn für diese Sicherung in den letzten Jahren nichts passiert ist. Auch da will ich daran erinnern, weil die SPD sich sonst ins Knie schießen würde, dass es der Haushaltsausschuss war mit den Stimmen von der damaligen Großen Koalition, die die Bundespolizei See über Nacht gestärkt hat mit vier Booten, die bestellt wurden und jetzt im Einsatz sind und damit das Fähigkeitsspektrum unserer Polizei enorm gestärkt hat. Es gäbe noch sehr viel zu sagen. Genau, aber nicht mehr in dieser Rede, ne? Nein, aber ich sollte die Fischerei noch ansprechen. Ich sollte noch sagen, dass es hinterher Fischbrötchen gibt. Kollege, das können Sie jetzt nicht mehr tun. Das geht jetzt nicht mehr. Aber irgendwie hat das Ingo Gedichens dann zumindest doch noch ein bisschen untergebracht am Ende seiner Rede. Aber jetzt kommen wir gleich zum nächsten hier am Rednerpult. Uwe Schmidt für die SPD. Moin. Na, Herr Gedichens, setzen Sie sich mal erst mal hin. Was Ihnen, glaube ich, gestern ja entgangen ist, wir haben gestern ja einen Auftrag gerade auch zu mir nach Bremen vergeben, drei neue Flotten, Dienstboote, also die sind zwar noch, weil wir in den Ausschreibungen so lange und immer wieder, immer wieder erleben, wie lange das eigentlich dauert. Sie können da ein Lied von singen. Enak Ferlemann weiß auch, wie lange das dauert, ein Schiff zu besorgen. Und wir haben ja auch noch ein paar andere Forschungs- und Behördenfahrzeuge, die wir beschaffen wollen. Und der Staatssekretär ist ja hier, der kennt das ja. Im September findet die 13. Nationale Maritime Konferenz in Bremen statt. Zum Glück haben wir nicht nur in Bremen erkannt, welche gestiegene Bedeutung die Häfen für die Gestaltung der Transformation und des Industriestandorts Deutschland haben. Das hat ja auch Dieter Janitschek gerade eben hervorragend beschrieben. Gemeinsam mit den anderen deutschen Seehäfen sichern die bremischen Häfen die Versorgungssicherheit für unseren Wirtschafts- und Industriestandort. Doch unsere Häfen sind nicht nur mehr Warenumschlagsplätze. Sie entwickeln sich zu echten Energiedrehkreuzen und tragen damit erheblich zum Gelingen der Energiewende bei. Dies müssen wir auch als Chance begreifen und das denn dementsprechend auch nutzen und umsetzen. Auch hier in Berlin ist die Botschaft angekommen. Der Bund ist in der Pflicht, sich mit höheren finanziellen Beiträgen an der Finanzierung der deutschen Seehäfen und der Hafeninfrastruktur zu beteiligen. Das ist gut so. Deswegen haben wir es auch im Koalitionsvertrag schon miteinander vereinbart. Das war nicht immer so. Wir müssen der maritimen Wirtschaft insgesamt einen angemessenen Stellenwert geben. Das ist nicht nur ein Thema für den Norden, hat Dieter Janitschek eben auch gesagt, sondern auch für die gesamte Bundesrepublik. Und ich glaube, Bayern gehört noch dazu. Unter dem Titel Maritime Souveränität in der Zeitenwende machen wir mit unserem Antrag deutlich, dass die wesentlichen Fragen der Zukunft mit der maritimen Wirtschaft verbunden sind und bleiben. Daher sind unsere Ziele klar. Klimaschutz und Meeresschutz, Energieversorgung, Energiesouveränität, sichere Handelsrouten, funktionierende Lieferketten, schutzkritischer Infrastruktur, Aus- und Weiterbildung qualifizierter Fachkräfte. All das ist ohne eine innovative und wettbewerbsfähige maritime Wirtschaft nicht zu erreichen. Da möchte ich drei Punkte herausgreifen. Alle Welt redet von Wasserstoff und seinen Derivaten. Aber wo wird der produziert? Wie erfolgt der Transport? Wie kommt das Zeug hierher? Zur Wahrheit gehört, Deutschland wird immer ein Energieimportland bleiben. Unsere Versorgungswege müssen wir als Industrienation, aber auch selbst gestalten können. Durch den Zugriff auf eine eigene Transportkapazität sorgen wir für eine nachhaltige Versorgungssicherheit für unseren Industriestandort. Das macht auch deutlich, wie wichtig für uns die Verfügbarkeit einer eigenen Schiffsflotte zukünftig sein wird. Liebe Union, Sie fordern eine Studie für den Import von Wasserstoffderivaten und wollen die Notwendigkeit für den Bau von Tankschiffen prüfen. Das ist gut und richtig so. Aber das haben wir Ihnen schon abgenommen. Da sind wir nämlich bereits deutlich weiter, denn wir haben mit dem Haushalt 2023 eine solche Studie bereits beschlossen und die entsprechenden Haushaltsmittel bereitgestellt. Diese Studie wird also kommen. Die ist beauftragt. Umso besser. Als SPD-Bundestagsfraktion setzen wir uns für eine hochflexible Tankschiffflotte für Energietransporte mit staatlichen Zugriffsmöglichen ein. Die gibt es nämlich in der Form so noch nicht. Dann können wir auch selber bestimmen, welche Ressourcen dann bekommen. So verhindern wir, dass wir in der Energie- und Grundstoffversorgung von einer Ressourcen in eine Transportabhängigkeit geraten zunehmen. Voraussetzung für den Betrieb dieser Schiffe ist dann natürlich der deutsche Sozial- und Sicherheitsstandard an Bord und die deutsche Flagge. Da, glaube ich, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Bau einer solchen Flotte auf deutschen und europäischen Werften den Schiffbaustandort Europa stärkt, Zulieferer auslastet und Arbeitsplätze sichert. Die europäische Schiffbauindustrie erhält gerade mal 2 Prozent am Weltmarkt. Das muss uns natürlich zu denken geben. Das ist eindeutig zu wenig. Wir brauchen eine gemeinsame europäische Antwort darauf. Zweitens. Wir müssen uns endlich für faire Wettbewerbsbedingungen auf europäischen und internationaler Ebene einsetzen. Die Tanasie-Steuer, so wie sie jetzt ist, gehört auf den Prüfstand. Sie darf nicht dazu führen, dass internationale Großredereien über Beteiligung an den Terminals den Wettbewerb in den Hefen massiv verzerren. Die EU-Gruppenfreistellungsverordnung für Konsortien darf deshalb aus meiner Sicht in 2024 in der Form nicht verlängert werden. Wir brauchen endlich die angesagte Lösung bei der Einfuhrumsatzsteuer. Da haben wir auch schon ein paar Jahre darüber geredet. Das muss jetzt mal erfolgen. Da haben wir in Deutschland klare Wettbewerbsnachteile. Wir können diese Nachteile in den deutschen Häfen zügig beseitigen, wenn wir die Regelung an die europäischen Nachbarn anpassen. Im Übrigen sind die Häfen in Rotterdam und Anwerpen nationaler Aufgabe der Niederlande und Belgien. Auch unsere Häfen müssen nationaler Aufgabe werden. Als dritten Punkt möchte ich über die Beschäftigten sprechen. Der Fachkräftemangel macht auch vor der maritimen Branche nicht halt. Das erleben wir ja gerade. Umso wichtiger ist es, die zukunftssichernden Kompetenzen zu erhalten und auszubauen. Wir brauchen Qualifikations- und Weiterbildungsoffensiven. Und wir müssen die bestehenden Förderprogramme zukünftig stärker auch an ihre Beschäftigungswirkung in den Häfen und der Branche knüpfen. Insgesamt dürfen wir die Beschäftigten bei diesem Transformationsprozess nicht alleine lassen. Die Arbeitsplätze im gesamtmaritimen Cluster können nur dauerhaft gemeinsam mit den Sozialpartnern abgesichert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Motto der NMK lautet Standort stärken, Klimaschützen, Zukunft gestalten. All das bilden wir mit unserem Antrag ab. Dafür sind erhebliche Anstrengungen notwendig. In dieser Woche haben wir bei der Statuskonferenz zur nationalen Hafenstrategie. Ich dachte jetzt, bei Anstrengungen wäre die Rede fertig. Gleich? Wenn Sie, ja. Ich muss dem Minister noch darauf hinweisen, dass das eine tolle Veranstaltung war. Aber er muss auch noch seine Verwaltung davon überzeugen, dass wir all das umsetzen wollen. Ich bedanke mich herzlich. Und den bedanken Sie. Schönen Sommer. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Deutschland steht im Anfangsstadium einer grünen Deindustrialisierung. Diese verläuft nicht nur via Abbau unserer Energieversorgung durch Verbots- und Verteuerungsorgien, sondern auch über die betonte Unterwürfigkeit gegenüber den USA. Habecks dienende Führungsrolle für unser Land sieht in diesem Zusammenhang nämlich so aus, dass der große Bruder jetzt unsere verbliebenen Industrieunternehmen mit günstiger Energie und besseren Arbeitsbedingungen abwirbt, derweil unsere kaputtgesparten Streitkräfte die NATO-Ostflanke in Litauen sichern sollen. Nun flacht die globale Dominanz der Amerikaner jedoch weiter ab, und im Indopazifik droht ein Konflikt mit China. Und da wollen Sie mit Ihrem Antrag die maritime Souveränität Deutschlands fördern, aber schweigen bis heute zu den Anschlägen auf kritische deutsche Infrastruktur in der Ostsee. Finden Sie doch erst einmal den Mut zur Souveränität vor der eigenen Haustür, meine Damen und Herren. Aber das werden Sie nicht, und der Grund ist auch offensichtlich, der oder die Täter sind aller Wahrscheinlichkeit nach westliche Verbündete. Und als transatlantische Lobbyparteien werden Sie diese natürlich auch nicht kritisieren, selbst wenn diese unsere Souveränität direkt angegriffen haben. In diesem Sinne wollen Sie laut Antragstext eine deutsche Marine als flexibles Instrument deutscher Außenpolitik, die global einsetzbar sein soll. Aber diese Flexibilität, die Sie sich wünschen, steht weniger für deutsche Interessen und mehr für Ziele wie Krisenprävention und Management, Schutz der Europäischen Union und der regelbasierten internationalen Ordnung. Also mit anderen Worten, deutsche Schiffe im Dienst der US-dominierten unipolaren Weltordnung. Joschka Fischer hat in dieser Woche in der Enquetekommission Afghanistan erfrischend und ehrlich erklärt, in der Abhängigkeit der Bundesrepublik von den USA solle man sich als deutsche Öffentlichkeit keine Illusionen machen, unsere nationalen Handlungsspielräume seien sehr begrenzt. Sie als Bundesregierung wollen dem deutschen Volk aber genau diese Illusion verkaufen, nämlich dass Deutschland seine eigenen Interessen durchsetzen könnte, wenn es zugleich den Bückling vor Washington und seinen Einflüssen macht. Aber das lassen wir Ihnen natürlich nicht durchgehen, meine Damen und Herren. Es ist absolut richtig, wir benötigen eine starke Marine, aber nicht als bloßes Versatzstück amerikanischer Weltpolitik, vor allem nicht jetzt, wo die multipolare Welt dämmert und neue Möglichkeiten für Deutschland und Europa bietet. Ihre Ankündigungen einer deutschen Flotte für weltweite Seewege unter bestehenden Verhältnissen sind ein schlechter Witz, da Sie dabei in der Realität nicht einmal unsere Interessen vor der heimischen Küste verteidigen können. Auch wenn Sie in Ihrem Antrag punktuell richtige Forderungen in technischer Hinsicht aufstellen, ist sie jedoch mit der grünen globalistischen Agenda durchmengt und damit definitiv nicht im Sinne einer echten maritimen Souveränität für Deutschland. Das Wort Souveränität aus den Reihen der Altparteien ist nichts weiter als eine reine Mogelpackung. Ihren Antrag lehnen wir daher natürlich ab. Ich bedanke mich. Michael Kruse hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Es wird ja hier manchmal recht absurd, dass jetzt ausgerechnet Joschka Fischer hier als Zitategeber dafür herhalten muss, dass man sich von Russland abhängiger machen soll. Das habe ich mir niemals vorstellen können. Ich spreche ja noch nicht mal für die Grünen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Realität in diesem Land ist ja eine ganz andere. Es sind gerade die deutschen Häfen, über die wir hier reden, die uns geholfen haben, den Energiekrieg, den Russland gegen Deutschland begonnen hat, abzuwehren. Es waren die deutschen Häfen, die schon in der Corona-Krise für die Offenheit dieses Landes gesorgt haben und uns mit Waren weiter versorgen konnten. Es waren die Häfen, in denen wir mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz das Rekordtempo, Deutschlandtempo nennen wir es neuerdings, umsetzen konnten, um in Rekordzeit Infrastruktur in diesem Land zu schaffen, damit unsere Energieversorgung auch in schwierigen Zeiten gesichert bleibt. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von rechts außen, wir tun alles, damit das, was Sie hier den ganzen Tag runterbeten, nicht realisiert wird. Und ich stelle fest, die deutschen Häfen haben in den letzten eineinhalb Jahren einen herausragenden Beitrag genau dafür geleistet. Und deswegen ist es auch sehr richtig, dass dieser Antrag genau jetzt kommt, denn die nationale maritime Konferenz, sie steht bereits bevor. Und ich freue mich sehr, dass wir hier mit großer Zustimmung aus dem Hause auch heute einen so qualifizierten und großen Antrag beschließen können. Apropos großen Antrag, da bin ich bei Ihnen, Herr Kollege Große-Böhmer. Also, Sie haben hier heute vorgesprochen und festgestellt, was noch alles zu tun ist. Und mit den meisten Punkten haben Sie ehrlich gesagt recht gehabt. Und ich möchte Ihnen einmal eine Situation schildern, die Ausgangslage, die wir vor eineinhalb Jahren hier übernommen haben. Wenn ein Lotse in der Deutschen Bucht an Bord eines Schiffes steigt, auf dem 20.000 Container geladen sind, dann kann es ihm passieren, dass er es nicht mal schafft, mit dem Handy seine Kolleginnen und Kollegen anzurufen. Das ist die Lage, die wir am Ende des Jahres 2020 von Ihnen übernommen haben. Und ich persönlich bin heilfroh, dass der Digitalminister Volker Wissing jetzt an diesen wie vielen weiteren Themen arbeitet. Geben Sie uns also noch ein bisschen Zeit, hinter Ihrer Politik hinterherzuarbeiten. Wir kriegen das in den Griff. Wir kriegen das in den Griff. Ich möchte dem Kollegen Schmidt gerne zustimmen bei den Themen Level Playing Field. Und ich möchte ihm insbesondere auch zustimmen beim Thema Einfuhr-Umsatzsteuer. Für unsere Fraktion ist die heutige Rede eine besondere. Das ist eben schon deutlich geworden. Es verlässt uns ein hochgeschätzter Kollege mit Hagen Reinhold. Ich möchte mich persönlich bei dir für unsere Zusammenarbeit bedanken. Als ich in die Bundestagsfraktion der FDP kam, warst du schon hier, hast die maritimen Themen bearbeitet. Wir haben intensiv zusammengearbeitet, vor meiner Zeit hier, in unserer gemeinsamen Zeit. Ich schätze dich inhaltlich, persönlich, menschlich, fachlich. Und ich stelle mal fest, ich glaube auch für die ganze FDP-Fraktion und ich glaube für die meisten Menschen in diesem Haus, Menschen wie du tun diesem Parlament richtig gut. Nicht nur, weil du richtig Ahnung hast von den Themen, über die du redest, sondern weil du auch menschlich eine richtig verlässliche Größe bist. Ich wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg mit unserer Fraktion, wie man bei uns im Norden so schön sagt, immer eine Handbreit Wasser um deinem Kiel. Ich finde es bemerkenswert, dass du als Person in einer souveränen Situation dieses Parlament verlässt. Manche werden hier rausgewählt. Das Beste, was man erzielen kann, ist, dass man selber den Zeitpunkt bestimmt, wann man ein Parlament verlässt. Du hast diesen Zeitpunkt bestimmt und ich finde, das ist ein respektabler Schritt für deine persönliche Zukunft. Alles Gute von uns. Vielen Dank. Sagt hier Michael Kruse von der FDP und Sie haben Hagen Reinhold ja im Bild gesehen, hier von der Regie nochmal eingefangen. Er wird sich aus dem Bundestag verabschieden, hat vorhin noch seine letzte Rede gehalten und war unter anderem ja Beauftragter für maritime Wirtschaft der FDP-Fraktion und bekommt hier und hat hier vorhin auch den Applaus aus dem ganzen Haus bekommen für seine Arbeit. Oliver Grundmann jetzt am Rednerpult für die Union. Montag im Handelsblatt. CDU und CSU wollen die Schiffsproduktion in Europa schützen. Im Handelsblatt am Mittwoch. Ampel will Abwärtstrend der maritimen Wirtschaft stoppen. Eine große Einigkeit, die wir hier eben gerade auch in der Parlamentsdebatte gehört haben. Sachlage ist klar. Das wurde hier eben auch schon ausführlich dargestellt. Wir müssen was unternehmen. Aber die Frage, die sich stellt, ist, wie beherzt, wie mutig, wie entschlossen gehen wir diese Themen an. Und es geht nicht darum, wer die meisten Fleißpunkte hat, wer die meisten Spiegelstrichaufzeichnungen in den Anträgen hat. Es geht darum, wer formuliert hier wirklich wirksame Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Und da muss ich sagen, bei den wirklich wirksamen Maßnahmen, das ist bei Ihrem Antrag leider in Teilen echt dünn. Und ich bitte das nicht falsch zu verstehen. Es ist ja in der Koalition noch nicht immer einfach, alle unter einen Nenner zu bringen oder auch ein Gesetz hier durchs Parlament durchzubringen. Das sehen wir ja gerade diese Tage in besonderer Intensität. Ein Thema will ich aber ansprechen, was hier auch von zwei Kollegen, Bernd Westphal und auch von Dieter Janicek, erwähnt wurde. Wir brauchen für den Offshore-Ausbau, für die Energiesicherheit in Europa, aber insbesondere in unserem Land, da brauchen wir große, gigantische Konverterplattformen. Das sind riesige Dinger, das sind Schiffssteckdosen oder Steckdosen auf hoher See. Die sind riesengroß. Und eins so ein Ding kostet mal ungefähr zwei Milliarden Euro. Und dieser Stückpreis, der ist so groß, dass der im Grunde von den zu bauenden Werften nicht gestemmt werden kann. Dafür brauchen wir, wenn wir 50 Stück von den Dingern brauchen, das ist erforderlich, dazu noch eine ganze Armada von Versorgungs- und Errichterschiffen, das wurde ja auch genannt, dann brauchen wir eines, dann brauchen wir Bundesbürgschaften. Das kann so ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern, die ja schon genügend Probleme mit der eigenen Regierung haben, das können die nicht alleine stemmen. Und deswegen müssen wir in diesem Bereich etwas tun. Und deshalb habe ich auch wenig Verständnis dafür, dass sich in diesem Bereich der Finanzminister bei dem Thema Bundesbürgschaften so querstellt. Und Sie geben sich hier in Ihrem Antrag, den Sie da gemeinsam formuliert haben, mit irgendwelchen alternativen Finanzierungsinstrumenten zufrieden. Das hilft denen aber überhaupt nicht. Ohne diese Bürgschaften des Bundes gehen Milliardenaufträge verloren und wird auch der Ausbau im Bereich der Windenergieproduktion auf hoher See gefährdet. Und im gesamten Ampelantrag auch kein einziges Wort, kein einziges Wort zu qualitativen Ausschreibungskriterien, kein Wort zu qualitativen Wertschöpfungsklauseln. Sie machen da eine große, dramatische Bestandsaufnahme und fordern mehrheimische Wertschöpfung. Das ist ja auch richtig, aber das Rezept, was dazu ausgestellt werden muss, das verweigern Sie dem Patienten. Das steht bei uns drin. Stattdessen eben eine Flucht, ein Sammelsurium aus Prüfaufträgen, die tun ja keinem weh, aber die wirken eben auch nicht. Und deshalb abschließend, wir wollen diesen Standort stärken. Und wenn wir das gemeinsam wollen, auf Kurs bringen wollen, dann müssen wir eben Tempo aufnehmen und hart am Wind segeln. Und das heißt eben auch mal schottendicht, wenn die Chinesen mit ihren Dumpingangeboten und mit dubiosen Lieferungen unsere Märkte fluten. Das muss dann eben auch mal alles hinterfragt werden. Wer sich nicht verteidigt, der hat schon verloren und das war schon immer so. Und deshalb bitte ich um Zustimmung, um unseren Antrag. Und wenn Sie ein Zitat von mir wollen, Taten sagen mehr als Worte und abschließend was Versöhnliches zum Abschluss. Lieber Hagen Reinhold, danke für die gemeinsamen Jahre. Das war eine tolle Zeit. Du bist ein toller Kamerad. Kamerad leider nie in einer gemeinsamen Koalition, aber immer in konstruktiver Opposition. Die maritime Familie verliert einen echten Kämpfer. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Lukas Benner hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer! Die Zeitenwende, das bedeutet, dass wir unabhängiger und resilienter werden müssen. Unabhängig von fossilen Energieträgern, von Diktatoren und Autokraten, aber auch, dass unsere Wertschöpfung und kritische Infrastruktur endlich resilient wird. Verkehrswege, Stromnetze, Gesundheitsversorgung, die öffentliche Verwaltung, aber gerade auch unsere Häfen und unsere Transportinfrastruktur. Eine resiliente Wirtschaft in der Zeitenwende ist zwangsläufig eine klimaneutrale Wirtschaft mit Energie, die wir selbst erzeugen können. Die maritime Wirtschaft hat einen entscheidenden Anteil daran, die Transformation zur Klimaneutralität hinzubekommen. Auch wir müssen sie auf diesem Weg unterstützen. Dafür braucht es viele, viele notwendige Schritte. Und dieser Antrag ist ein sehr guter Weg in diese Richtung. Wer weiß, was ich vorher gemacht habe, der weiß, dass ich anderthalb Jahre an einer Doktorarbeit gearbeitet habe zur Frage, wie die Schifffahrt dekarbonisiert werden kann. Dass ich viele Stunden über Verordnungen, über der 10. BIMSCHVO, über die Chemieverbotsverordnung verbracht habe, um herauszufinden, wo sind denn die Hürden beim Aufbau der alternativen Antriebstechnik in Deutschland. Und deswegen ist dieser Antrag auch so ein Befreiungsschlag für mich persönlich, weil hier die Probleme adressiert werden, die in diesem Land noch vorliegen bei der Frage, wie können unsere Häfen endlich bereit sein, alternative Antriebe zu bebunkern und zu verladen. Und gerade der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur ist eine Riesenchance. Häfen können und werden die Energiehubs der Zukunft werden. Denn über die Häfen können wir große Mengen importieren. Über die Häfen haben wir die Infrastruktur, sie im Land zu verteilen. Und wir brauchen gerade auch die Binnenhäfen und die Binnenwasserstraßen, um im ganzen Land die klimaneutrale Industrie zu unterstützen. Und dafür brauchen wir eine starke maritime Wirtschaft. Und klar ist auch, dass die Bundesflotte dabei eine herausragende Rolle spielt. Die Bundesflotte muss beim Umstieg auf klimaneutrale Antriebe vorangehen. Und deswegen ist es so schön, dass dieser Antrag sagt, Schiffbauaufträge der Bundesrepublik Deutschland als Positivbeispiele für erneuerbare Antriebe zu nutzen, sofern dies in Bezug auf das Einsatzgebiet möglich ist und den Aufbau einer klimaneutralen Bundesflotte zu prüfen. Und das ist eine einmalige Chance, technologieoffen nach vorne zu gehen. Nicht nur das Geld des Bundes auch in alternative Antriebe zu investieren, in den Antriebe, die vor allen Dingen auch in diesem Land hier entwickelt und gebaut werden, weil wir immer noch Technologieland sind, sondern es ist auch ein Riesenbeitrag, die landseitige Infrastruktur aufzubauen, wenn der Bund ein klares Commitment gibt und sagt, wir werden alternative Antriebe benutzen, wir werden die Kraftstoffe bebunkern. Und damit wird es ein Wirtschaftsfaktor werden, diese Infrastruktur aufzubauen. Deswegen ist dieser Antrag ein guter Schritt in die richtige Richtung. Es gibt viel zu tun. Lassen Sie uns weiter zusammen daran arbeiten. Vielen Dank. Sagt Lukas Benner für die Grünen. Ja, die Ampel schlägt in dem Antrag vor, ja unter anderem eine klimaneutrale Bundesflotte, er hat es gesagt, aufzubauen. Die Bestellungen sollen helfen, die Transformation im Schiffsbau voranzutreiben. International will sich die Ampel dafür einsetzen, dass die Schifffahrt bis 2050 klimaneutral wird. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, wenn wir Rohstoffe und andere Güter sicher nach Deutschland importieren wollen, dann brauchen wir starke maritime Strukturen und dann brauchen wir vor allem Wasserstraßen, dann brauchen wir vor allem Häfen, die funktionieren, die leistungsfähig sind und die im internationalen Wettbewerb mithalten können. Da muss man mit Blick auf den Bundeshaushalt, den das Kabinett in dieser Woche beschlossen hat, leider eines sagen. Sie geben sehr viele Milliarden unreflektiert aus. Sie blähen die eigenen Strukturen, die Wasserköpfe in den eigenen Ministerien auf. Aber sie geben viel zu wenig Geld in die Häfen und in die Infrastruktur unseres Landes. Und so kann es nicht weitergehen. Und deswegen brauchen wir hier dringend einen Paradigmenwechsel, wenn Deutschland in Zukunft auch stark sein soll. Und damit verbunden ist auch eine Debatte, über die wir hier in den letzten Wochen häufig diskutiert haben und ein Thema, was wir als CDU-CSU-Fraktion hier schon häufig auf die Agenda gesetzt haben, nämlich, dass wir in Deutschland endlich schneller planen und bauen müssen. Es kann nicht sein, dass Autobahnprojekte, dass Schienenprojekte, dass andere Infrastrukturprojekte Jahrzehnte dauern. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode einige Reformen eingeleitet. Wir müssten jetzt dringend an weitere Schritte rangehen, beispielsweise die Einschränkung des Verbandsklagerechts oder eine Stichtagsregelung, nach der in ein laufendes Verfahren dann nicht neue Gesetze und neue Richtlinien immer weiter eingearbeitet werden. Das war ein dringender Wunsch, gerade von den Hafenverbänden. Und wir werden als CDU-CSU-Fraktion weiter Wert darauf legen, dass das umgesetzt wird. Denn wenn wir so lange brauchen, um Autobahnen, um Schienen in Deutschland zu realisieren, dann kann es auch in der Hafenwirtschaft, dann kann es auch mit Blick auf die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland nicht vorangehen. Daher ganz klar, wir müssen schneller planen und bauen. Und dann noch ein Wort, weil wir hier vor allem von rechts außen Worte gehört haben, die eher dem Nationalismus das Wort geredet haben, als internationalen Ansätzen und internationalen Lösungsvorschlägen. Wir werden viele Herausforderungen, beispielsweise wie wir mit China umgehen, nicht rein national lösen können, sondern nur als Europäer mit einer gemeinsamen europäischen Antwort. Und daher haben wir mit unserem Antrag hier auch eines adressiert. Wir brauchen europäische Lösungen, damit die Häfen in Deutschland stark sein können. Ich bitte Sie hier auch um Zustimmung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Bentberg jetzt das Wort. Moin, Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Herr Grosse-Böhmer, Sie haben die ganze Zeit von Wertschöpfungskriterien gesprochen. Das finde ich sehr interessant, weil dann hätten Sie ins Wind-auf-See-Gesetz mal reingucken können. Das haben wir seit letztem Jahr bereits reingeschrieben. Da steht drin, CO2-Fußabdruck in der Lieferkette, Fachkräftesicherung, Grünstrom in der Produktion. Während Sie darüber nachdenken, haben wir das letztes Jahr schon reingeschrieben. Das sind keine Umweltkriterien. Je kürzer die Lieferkette, desto besser ist es. Also ist das eine lokale Stärkung. Und Herr Grundmann, Sie kamen hier an mit einer Dumpingregel. Sie kamen hier an mit einer Dumpingregel. Dann hätten Sie auch in dieses Gesetz mal reingucken können. Wind-auf-See-Gesetz, letztes Jahr schon verabschiedet. Da gibt es unter Paragraf 1 die Möglichkeit des Ausschlusses unionsfremder Bieter. Raten Sie mal, was das ist. Also, im Endeffekt haben wir schon geliefert. Sie sind immer noch dabei zu überlegen. Aber es ist ja so, da gebe ich Ihnen recht, die maritime Wirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. 200.000 Menschen verdienen ihr Leben zu unterhalten in diesem Bereich. Bootsführer, Ingenieurinnen, Logistiker, Informatiker, Staplerfahrer und viele, viele mehr. Nochmal 200.000 Arbeitsplätze hängen direkt an der maritimen Wirtschaft dran. Zum Beispiel in der Forschung oder in der Stromerzeugung. Um sich die Bedeutung dieser Branche insgesamt mal vor Augen zu führen, mal ab von diesen Zahlen, 330 Millionen Tonnen Waren werden im Wert von 500 Milliarden Euro allein in Deutschland im seewertigen Außenhandel über deutsche Seehäfen ein- und wieder ausgeführt. Jedes einzelne Jahr. Und jedes vierte importierte Produkt erreicht den deutschen Markt über deutsche Seehäfen. Da kommen Fernseher, Autos, Medikamente, das kennt man alles, aber auch Kupfer und Aluminium, die zum Beispiel für die Herstellung von Windenergieanlagen benötigt werden. Und ja, auch LNG-Gas, also Energie, erreicht uns über den Seeweg. Das zeigt uns das an. Die maritime Wirtschaft in Deutschland ist ein zentraler Eckpfeiler unseres Wohlstands für die Sicherung unserer Energieversorgung, für das Gelingen der Energiewende. Man darf das an dieser Stelle ruhig mal sagen. Vielen Dank an die 200.000 Mitarbeitenden in der maritimen Wirtschaft, die das möglich machen, meine Damen und Herren. Und es ist auch kein Geheimnis, dass unsere Häfen vor großen Herausforderungen stehen. Denn wenn man stark ist, heißt das nicht, dass man stark bleibt. Wenn wir wollen, dass unsere Häfen international wettbewerbsfähig bleiben und die Werften wieder zukunftsfähig werden, dass sie widerständig sind und den Kurs halten, wenn es international stürmt, und wenn wir wollen, dass sie Jobmotor sind und Booster für unsere Energiewende, dann müssen wir jetzt handeln und die nötigen Weichen stellen. Das tun wir als Ampelkoalition mit diesem Antrag und klaren Erwartungen an die Bundesregierung. Ich will hier drei Punkte mal ein bisschen hervorheben. Erstens die Bedeutung von Qualifizierung und Weiterbildung und Fachkräftegewinnung. Zweitens die nötigen Weichenstellungen für den Offshore-Ausbau und die Erneuerung von grünem Wasserstoff. Und drittens die schlummernden Chancen, besonders für den Norden in puncto Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Sie merken, das eine geht ohne das andere nicht. Ohne die qualifizierten Windenergie-Monteure, Schweißer, Schlosser, Kapitäne, Bootsleute bekommen wir die Windturbinen und Plattformen einfach nicht auf See. Ohne einen Offshore-Wind- und Wasserstoffhochlauf können wir die großen Potenziale unserer Wirtschaft nicht ausnutzen und die deutsche Wirtschaft transformieren. Und ohne die industrielle Transformation verlieren wir Wertschöpfung in diesem Land und verlieren Wohlstand. Denn ein Weiter-sohn mit der fossilen Welt ist einfach ausgeschlossen. Das geht nicht. Das wird aber nicht einfach. Wir können fördern und ausschreiben wie wild. Aber das Kernproblem ist nämlich, dass wir bis 2030 etwa drei Millionen Vollzeitstellen nicht besetzen können, wenn wir nichts dagegen tun. Die Alterung der Gesellschaft hat ganz konkrete Auswirkungen. Das hat auch eine Studie gezeigt der IG Metall Küste aus dem Jahr 2020. Die Zahl der eingegangenen Bewerbungen pro Ausbildungsplatz hat sich seit 2015 glatt halbiert. Die Hälfte der Bewerber bedeutet aber auch, die Suche nach den neuen Leuten ist doppelt so schwer. Wir brauchen aber im wörtlichen Sinne alle Hände an Deck. Es ist deshalb sehr, sehr gut, dass wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen haben. Für die ausländischen Fachkräfte wird es einfacher, nach Deutschland zu kommen und unser aller Wohlstand mitzugestalten. Zum einen sind wir auf Einwanderung angewiesen. Wir müssen aber auch unsere eigenen Trümpfe stärker ausspielen. Sie sind kein Trumpf davon, definitiv. Wichtig ist, dass wir das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Aus- und Weiterbildungen Schritt halten müssen an die steigenden und wechselnden Anforderungen. Ein tolles Beispiel dafür ist zum Beispiel das Maritime Kompetenzzentrum. In Hamburg werden 8.500 Menschen jedes Jahr qualifiziert, von Offshore bis Logistik. Das sind Strukturen, auf die wir aufbauen können und die wir weiter stärken müssen. Für unsere Energieversorgung haben wir uns ja zum Ziel gesetzt, mindestens 30 Gigawatt installierte Leistungen zu erreichen, Offshore 2030 und 70 bis 2045. Das sind 20, 30 Stunden Leistungen von 15 Atomkraftwerken. Dieser grüne Strom öffnet auch die Tür für eine Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. Deshalb ist es gut, dass wir eine Wasserstofferzeugung von mindestens 10 Gigawatt auf See hier in diesem Antrag mit aufgenommen haben. Von bezahlbarem grünen Strom und bezahlbarem grünen Wasserstoff profitieren am Ende alle. Es braucht aber eben eine starke maritime Wirtschaft drumherum. Ausreichende Hafen, Wehrflächen für den Bau von Offshore- und Leistungskomponenten, funktionierende Schleusen, schnellere Genehmigungsverfahren von Transporten über Wasserstraßen. Und es gilt aber auch, weitere Flächen für den Offshore-Ausbau zu gewinnen. Der Meeresraum ist knapp, die Natur ist kostbar. Aber hier kann eine naturverträgliche Co-Nutzung für unterschiedliche Akteure wirklich sinnvoll sein. Des Weiteren, es wurde kurz schon angesprochen, müssen wir den Bau von Converter-Plattformen nach Deutschland holen. Der letzte Großauftrag für Offshore-Flächen im Wert von sage und schreibe 32 Milliarden Euro ist in aller Herren Länder gegangen. Nicht nach Deutschland, weil wir keine tauglichen Werften hatten. Und das darf nicht so weitergehen. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass wir da wirklich anpacken. Wir stellen jetzt die richtigen Weichen. Ich komme zum Ende. Wir stellen die Weichen. Wir machen den Weg frei, dass unsere Kinder auch künftig gute Zukunftsperspektiven haben. Starker Wertschöpfung, mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Vielen Dank. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen es bei uns in der Vorschau. Wir erwarten jetzt gleich ein Statement der Fraktionsvorsitzenden der Grünen von Katharina Dröge. Denn nach dem Beto des Bundesverfassungsgerichtes von gestern gegen eine Verabschiedung des Heizungsgesetzes im Bundestag noch in dieser Woche haben die Ampel-Fraktionschefs und Chefinnen zusammengesessen und sich darauf verständigt. So melden es bereits die Nachrichtenagenturen, dass die Schlussabstimmung zum Gebäudeenergiegesetz jetzt erst im September sein soll, nach der parlamentarischen Sommerpause. Wir erwarten, wie gesagt, jetzt erst Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen. Aber es haben sich beispielsweise auch angekündigt für den weiteren Nachmittag der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Dürr. Also das werden Sie alles von uns sehen. Wir haben ein Auge drauf. Sobald es bei den Grünen losgeht, werden wir kurz den Bundestag dazu verlassen. ... Positionen mitzuwerken. Und das ist keine Selbstverständlichkeit hier im Bundestag. Das, was hier passiert, ist für mich auch ein Ausdruck des nordischen Politikverständnisses meiner Heimat, für das ich hier im Bundestag eintrete. In Dänemark ist es Konsens im politischen Alltag, dass bei wichtigen Themen die Parteien im Parlament zusammenkommen und über politische Gräben hinweg zusammenarbeiten. Maritime Fragen gehören zu diesen wichtigen Themen von nationaler Bedeutung. Ich hoffe sehr, dass dieser nordische Ansatz in Zukunft auch bei uns einen Platz in der parlamentarischen Praxis findet. Dass heute und hier und jetzt dann eben um maritime Souveränität geht, freut mich als Abgeordneter von der Küste ganz besonders. Denn die im Antrag vorgesehene Stärkung, etwa der Hafenhinterlandanbindung, des Nordostseekanals, der Häfen, unserer Werften, ist nicht nur von nationaler Bedeutung. Sie betrifft die Menschen in meiner Heimat, in ihrem Alltag und ihrem Leben sehr. Ich kann Ihnen sagen, in Flensburg bangen die Werftmitarbeiterinnen und Werftmitarbeiter nach wie vor um ihren Arbeitsplatz. Das hier ist auch ein klares Signal aus Berlin nach Flensburg an die Werft und an die Werften insgesamt in Deutschland. Besonders freut es mich, dass dieser Antrag, anders als der der Union, die Herausforderungen des Klimawandels für den Schutz unserer Küsten und unserer Bevölkerung direkt anspricht. Es gibt jede Menge zu tun. Und zum Schluss möchte ich noch einen letzten Aspekt herausstellen. Meine Partei, der SSW, setzt sich für ein skandinavisches Gesellschaftsmodell ein, in der sowohl Diversität als auch die Gleichstellung von Mann und Frau einen wichtigen Stellenwert haben. Und vielleicht auch etwas mit Blick auf die jetzige Rednerliste. In der Maritimwirtschaft kommt das leider viel zu kurz. Das müssen wir ändern. Wir brauchen mehr Seefahrerinnen und Seefahrer und Frauen in der maritimen Wirtschaft. Vielen Dank. Ja, Stefan Seidler ist der einzige Abgeordnete des Südschleswigischen Wählerverbandes hier im Bundestag. Er hat sich sozusagen dem Antrag der Ampelfraktionen angeschlossen. Das hat vorhin auch zum Auftrag der Debatte schon Felix Balancsack erwähnt. Hier bei diesem Thema maritime Wirtschaft. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Meer verbindet Völker miteinander, und jeder Mensch verbindet etwas mit dem Meer. Die Meere sind unverzichtbare Handelswege. Die maritime Industrie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Unsere Küsten sind gefragte Urlaubsregionen, und auch die Sicherheit auf See muss organisiert werden. Wenn man in meinem Wahlkreis auf das Meer schaut, beispielsweise vom Marina-Ehrenmal in La Böe aus, dann wird diese Meerdimensionalität sehr deutlich. Am Strand erholen sich Familien. Auf dem Wasser sieht man Surfer und Segler. Weiter draußen fahren Handelsschiffe, und vielleicht fährt auch ein Schiff der deutschen Marine vorbei. Und in der Ferne kann man die Wohnviertel der Stadt Kiel und die Kräne ihrer Werften erkennen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über das Meer sprechen, sprechen wir über Menschen. Es sind unsere hochqualifizierten Werftarbeiterinnen und Werftarbeiter, die Schiffe bauen. Es sind tüchliche... Ja, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wie angekündigt, geht es los bei den Grünen zu dem Thema Heizungsgesetz. Und wir hören, was Katharina Dröge zu sagen hat. Aber schön, dass Sie alle... Ganz, ganz viel. Mit der heutigen Debatte zeigt der Deutsche Bundestag, wir stehen an der Seite der Werktätigen im maritimen Sektor, und wir zeigen Ihnen unseren Respekt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, potenziell bedeuten die anstehenden Investitionen in den Bau von Windparks, in Handels- und Marineschiffe, potenziell bedeuten diese Investitionen sichere Arbeitsplätze, großen Wohlstand und eine möglichst gute Ausbildung unserer Jugend. Doch um diese Chance zu nutzen, müssen wir den maritimen Sektor gut regulieren. Denn es gibt etwas, was man mit den Worten des Schriftstellers John Benville als die Gleichgültigkeit der See bezeichnen kann. Den Markt kümmert es nicht, wo ein Schiff gebaut wird, solange es fährt. Den Kunden interessiert es oftmals nicht, dass die Wettbewerbsbedingungen der maritimen Industrie innerhalb und außerhalb Europas sehr ungleich sind. Und wie viel wissen wir eigentlich genau über die Arbeitsbedingungen der Seeleute auf den Ozeanen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, der maritime Sektor bietet dann enorme Chancen, wenn er gut reguliert wird. Wir müssen den Schiffbau als deutsche und europäische Schlüsseltechnologie erhalten. Wir müssen unsere Infrastruktur ausbauen und für gute Arbeitsbedingungen sorgen, auf Land und auf See. Das ist das Ziel unseres Maritimenantrags, dass wir das Potenzial des maritimen Sektors für ein gutes Leben nutzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Meer ist mehr als nur Wasser. Es ist mehr als nur ein Wirtschaftsraum. Es ist ein Symbol für die menschliche Entwicklung. Dafür Neues zu wagen, die Welt zu erkunden, die eigenen Grenzen zu erweitern. Setzen wir der Gleichgültigkeit der See unseren politischen Gestaltungswillen entgegen. Denn es kann letztlich nur derjenige mitbestimmen, der souverän ist. Und es kann nur derjenige Dinge zum Guten ändern, der die notwendigen Ressourcen dafür hat. Ich freue mich, dass wir heute den Maritimenantrag der Ampelkoalition auf den Weg bringen. Und ich danke allen, die daran mitgewirkt haben. Vielen Dank. Enak Ferlemann spricht jetzt für die CDU-Fraktion. Ich schätze Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zuallererst auch von mir, lieber Hagen Reinhold, alles Gute für deinen weiteren Lebensweg. Ich danke herzlich für die gute Zusammenarbeit, die wir hatten. Es hat viel Spaß gemacht. Alles Gute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir freuen uns alle auf die Nationale Maritime Konferenz. Ich finde es sehr gut, dass diese Tradition fortbesteht. Dieses Mal in der wunderschönen Hansestadt Bremen, die sich wahrscheinlich alle Mühe geben wird, ein gutes Umfeld für diese Nationale Maritime Konferenz zu bieten. Ich freue mich auf das Netzwerken mit der gesamten Branche, eine Branche, die eine enorme Bedeutung für die deutsche Wirtschaft hat, was man vielfach im Binnenland gar nicht weiß. Michael Grosse-Brömer hat in seiner beeindruckenden Rede darauf hingewiesen, was alles die maritime Wirtschaft ausmacht. Und ich freue mich auch darüber, lieber Kollege Westphal, über Ihre, wie ich auch finde, sehr gute Rede, die gezeigt hat, dass beide großen politischen Parteien, die Ampel und auch die Union, in den wesentlichen Fragen der Einschätzung der Lage, in der die maritime Wirtschaft ist, sich relativ einig sind. Auch in dem, was erreicht werden muss, sich relativ einig sind. Und das ist ein gutes Bild, was wir an die Küste senden, was wir in die Bundesrepublik Deutschland senden. Aber, wir sollen ja Zitate bringen, hat die Präsidentin sich gewünscht. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Problem dabei ist, und das ist ja vorhin deutlich geworden, nochmal an der Frage, und nur das eine Beispiel kann ich aufgrund der kurzen Zeit, die ich nur reden kann, rausgreifen. Wir wollen die Energiewende stellen, alle miteinander. Ich habe gehört, was wir alles machen wollen bei der Offshore-Wirtschaft. Alles richtig. Großer Konsens hier im Hause. Aber wenn man das will, dann braucht man eine Basis. Man braucht in Deutschland einen Errichterhafen, den wir in Deutschland nicht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den haben wir nicht. Es gibt zwei, Essberg in Dänemark und Emshafen in den Niederlanden. Wir Deutschen haben keinen. Wir haben aber einen Hafen, der eine komplett fertige Planfeststellung hat. Kollege Westphal kennt das. Herr Janischek war letzt auch da und hat sich das angesehen. Darin weiß man, wir könnten starten. Aber das Land Niedersachsen, in dem nun mal Cuxhaven liegt und wo diese Flächen sind, hat das Geld nicht, um diesen Hafen zu bauen. Das Land braucht die Hilfe des Bundes. Und da hätte ich mir mehr gewünscht in dem Antrag, ein deutlicheres Bekenntnis. Herr Westphal, Ihre Rede war gut. Nur genau dieser Part, der hat dann gefehlt. Und deswegen, weil ich auch den Kollegen Schmidt schätze, wie man weiß, die Bremer Hafener können das auch. Die wollen jetzt einen solchen Hafen planen. Es ist richtig. Und für beides brauchen wir die Hilfe des Bundes, sonst stemmen wir die Energiewende nicht. Ich kann da nur deutlich appellieren. Und deswegen darf die Nationale Maritime Konferenz nicht nur ein nettes Networking sein, sondern man muss Butter bei die Fische kommen, Bargeld in Mengen, dass wir das machen können. In diesem Sinne freue ich mich, Sie alle dort wiederzusehen. Herzlichen Dank. Also ich würde, ich schließe jetzt mal die Aussprache. Ich glaube, es ist besser, bevor hier noch Dinge hin und her geworfen werden. Und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP sowie des Abgeordneten Stefan Seidler auf Drucksache 7571 mit dem Titel Maritime Souveränität in der Zeitenwende. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind die Koalitionsfraktionen und das ist der Abgeordnete Seidler. Herzlichen Dank. Wer stimmt dagegen? Das sind die CDU-CSU-Fraktion, die AfD und die Fraktion Die Linke. Möchte sich jemand enthalten? Das sehe ich nicht. Der Antrag ist angenommen. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 7582 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine anderen Vorschläge, dann verfahren wir so. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Nummer 8. Hier geht es um die erste Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Gesetzesentwurfs zur Neufassung des Gesetzes zur Beschleunigung der Beschaffungsmaßnahmen für die Bundeswehr sowie zur Änderung weiterer Gesetze. Es ist verabredet, 68 Minuten dazu zu debattieren. Der Kollege Dr. Malte Kaufmann hat das Wort für die AfD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir hier schon einmal miteinander die tiefgreifenden Beschaffungsprobleme bei der Bundeswehr diskutiert. Das Ergebnis war dann ein Gesetz der Ampel, mit dem angeblich alles besser werden sollte. Sie von der Union haben dem ebenfalls zugestimmt. Unsere Mahnungen und Verbesserungsvorschläge wurden wie so oft in den Wind geschlagen.